Ich meine, irgendwo muss es hin und ich meine, wir haben den Müll produziert und jetzt müssen wir natürlich auch schauen, wo wir den am besten lagern, sodass es für jeden sicher ist. Und unseren Plastikmüll verschiffen wir ja jetzt schon in andere Länder. Ist es moralisch vertretbar, das auch mit Atommüll zu machen? Natürlich nicht. Wo soll es sonst hin? Irgendjemand wird immer in der Nähe wohnen. Das, was mich beunruhigt ist, also dass ich weiß, dass die bisherigen Lösungen nicht vernünftig gewesen sind. Aber das ist unser eigener Müll, also müssen wir damit auch irgendwie was anfangen können. Das ist unser eigenes Problem. Also ja, gut, auch wenn ich es jetzt nicht übernicht praktiziert habe, aber gut, ich muss damit klarkommen. Ja, ganz genau. Also ich denke, niemand will eigentlich so ein Lager vor der Haustür haben. Naja, das ist schon immer so ein bisschen bedrohlich, weil man immer noch denkt, naja, Atommüll, das möchte man nicht vor seiner eigenen Haustür haben, weil man immer denkt, es könnte ja eventuell doch noch strahlen oder irgendwas passieren. Wenn ich weiß, ich komme da persönlich als Mensch nicht ran und das ist nicht schädlich für mich, dann habe ich damit gar kein Problem. Solange es dann sicher gelagert ist und es nicht mehr irgendwelche Schaden oder sowas anrichten kann, ist es für mich gar kein Problem. Also ich finde es wichtig, dass man informiert bleibt, dass man nicht immer nur einseitig seine Informationen bezieht und dass man wirklich, ja, alle Informationen bekommt, um sich selber ein Bild machen zu können, was halt objektiv ist und nicht bloß in eine Richtung gepolt. Also ich finde diesen Ansatz hier gut, aber für mich ist eben die Frage, wie erreicht man die Menschen, die da vielleicht kein vorhergehendes Interesse gezeigt haben. Es ist ein Erbe unserer Vorfahren, sage ich jetzt mal, also von meinen Eltern und den Generationen davor und natürlich ist es jetzt nicht so schön, wenn wir uns jetzt mitunter mit den anderen Generationen darüber debattieren müssen, welche Lösung gut ist, aber ich denke, ja, das ist halt auch eben unsere Pflicht und es ist halt unumgänglich. Es waren diese Stimmen, die mich besonders beeindruckt haben in einer Tour, die wir zusammen mit dem Nationalen Begleitgremium und der Bundesgesellschaft für Entlagerung in den letzten sechs Monaten gemacht haben. Etwas, was erstaunlich war, was nicht immer das widergespiegelt hat, was eigentlich vielleicht aus, ich nenne es mal dem Maschinenraum derjenigen als Signale erwartet wird, die im Entlagerbereich tätig sind. Nämlich eine Aufgeschlossenheit, eine Bereitschaft, sich einer Verantwortung zu stellen, die man zwar selber nicht verursacht hat, was die Probleme angeht, aber wo man sieht, dass das Weggucken, das Wegducken keine Lösung sein kann. Eine Offenheit, eine kritische Sicht, die uns jedenfalls gut tut, wenn wir uns darüber unterhalten in den nächsten zwei Tagen, was eigentlich die Herausforderungen sind in einem Verfahren, das sicherstellen soll, dass am Ende eine sichere und gute Lösung für die Hinterlassenschaft dieser verfehlten Energiepolitik stehen wird. Meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrte Bundestagsabgeordnete, sehr geehrte Landtagsabgeordnete aus Niedersachsen, sehr geehrte Frau Schröers vom Nationalen Begleitgremium, sehr geehrter Herr Karnitz, Herr Stutt als Geschäftsführung von der Bundesgesellschaft für Entlagerung, sehr geehrter Herr Klosters als Vertreter des Bundesumweltministeriums und alle anderen, die aus den Ministerien, die aus der Zivilgesellschaft, die aus den Bereichen kommen, die sich mit dieser Thematik beschäftigen. Herzlich willkommen zur zweiten Statuskonferenz hier in Berlin. Bevor ich inhaltlich noch ein paar Dinge ansprechen möchte, möchte ich zuerst meine große Freude zum Ausdruck bringen, nämlich, dass es jetzt gelungen ist, dieses Gebäude in Besitz zu nehmen. Es ist die allererste Veranstaltung, bevor irgendein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin meines Amtes hier die Residenz bezogen hat. Es ist, glaube ich, ein gutes Signal, dass zuerst die Öffnung ist, mit Ihnen zusammen dieses Gebäude in Besitz zu nehmen und das daraus zu machen, was unsere Absicht ist, nämlich es zu einem Raum zu machen des Diskurses, der Auseinandersetzung, des Streitens um den richtigen Weg. Eine Herausforderung, die uns allen mit auf den Weg gegeben worden ist durch ein Gesetz, was einmalig ist und wo manches offenbar wieder etwas verblasst, welche Einmaligkeit wirklich dahinter steht, dass nämlich ein gesellschaftlicher Großkonflikt, der existiert hat, über Jahrzehnte befriedet worden ist durch die Erkenntnis, dass kein Wissenschaftler, kein Politiker, kein Akteur in gesellschaftlichen Gruppen, kein Techniker allein dieses Problem lösen kann, sondern dass es darum geht, ein Miteinander zu finden, dass die Qualität, dass aber auch den Bestand dieses Schatzes bis zum Schluss erhält und wir erleben eben, wie kurzlebig manchmal diese Konsense sind, wie einfache Antworten plötzlich sehr attraktiv werden, wissentlich, dass jedenfalls dieses nicht mit unserem Verantwortungsbegriff, mit unserem ethischen Verantwortung, die wir haben, in Einklang zu bringen ist. Von daher geht es auch darum, einen Raum zu schaffen, immer wieder daran zu erinnern, was eigentlich unsere Aufgabe ist, über ein gutes Verfahren, das transparent nachvollziehbar ist, die sicherste Lösung zu finden für eines der gefährlichsten Stoffe, die wir in die Welt gesetzt haben. Und das ist etwas, was eine ehrenvolle Aufgabe ist, eine, die die Auseinandersetzung erforderlich macht und die eben auch Räume braucht, wo man miteinander ins Gespräch kommt, über Grenzen hinweg von Institutionen, von gesellschaftlicher Verantwortung und von der Gewissheit, dass diese Räume auch konstruktiv genutzt werden. Ich möchte heute kurz daran erinnern, dass wir nach dem, nach der ersten Statuskonferenz vor einem Jahr eine Reihe von Anregungen bekommen haben, übrigens in einer Situation, wo alle drei neuen Institutionen, das NBG, die BGE und das BFE bis heute sich im Aufbau befindet. Und natürlich, die Erwartungshaltung war legt los, schneller, schneller, schneller. Und es sind gerade in diesen Phasen etwas sozusagen die Dinge, die uns besonders motiviert haben, nämlich diese Baustelle, vor der wir uns immer wieder befinden, nicht als Last zu begreifen, sondern als Möglichkeit der Gestaltung. Und das ist etwas, was wir, glaube ich, in den letzten Jahren und insbesondere im letzten Jahr, glaube ich, gemeinschaftlich begriffen haben, dass es nur eben miteinander geht und dass wir lernen wollen voneinander und miteinander. Und dieses Lernen drückte sich auch aus in der heutigen Statuskonferenz. Wir haben verschiedene Anregungen bekommen das letzte Mal, was wir besser machen können und sollten. Das eine war, dass wir mehr Zeit zur Diskussion Ihnen und uns zur Verfügung stellen. Das heißt, sowohl innerhalb der Foren, wie auch in den Zwischenräumen bei Kaffee und Kuchen, sind diese Räume auf jeden Fall erweitert worden, damit das Miteinander und der Austausch verbessert wird. Wir haben diese Statuskonferenz geöffnet für die Menschen, die nicht daran teilnehmen können, weil sie durch berufliche Tätigkeiten oder durch familiäre Tätigkeiten nicht hier sein können, indem wir einen Livestream aus diesem Plenum heraus ins Internet übertragen. Wir haben versucht, auch etwas zu machen, was eine Anregung war, weniger uns selber in den Fokus zu stellen als die Hauptakteure, sondern Raum zu geben denjenigen, die von draußen auf diesen Prozess gucken und die uns begleiten. Ein paar Stimmen haben wir gehört, andere werden wir heute in der Veranstaltung und morgen hören. Es geht darum, immer wieder auch den gesellschaftlichen Impuls zu erzeugen, dass wir diese Unterstützung bereit brauchen, dass wir nur als gemeinsame Verantwortungsträger in der Lage sind, diese große Herausforderung in den Zeitachsen zu tragen. Und hier sind natürlich insbesondere auch die politischen Verantwortlichen in besonderer Weise gefordert. Deswegen freue ich mich sehr, dass gerade auch hier unter uns Bundestagsabgeordnete sind und ich möchte Silvia Kotting-Uhl besonders begrüßen als Vorsitzende des Umweltausschusses, die ja maßgeblich zur Entstehung dieses Gesetzes mit beigetragen hat. Als erstes möchte ich aber ganz besonders begrüßen für eine Keynote Herrn Meister, jemand, der unter dem Titel nachher, nach einer kurzen Einführung noch durch den Moderator uns einen Blick von außen als Insider geben wird. Er ist derjenige gewesen, der mit in der Endlagerkommission das durchaus mitgestaltet und uns schwieriges sozusagen Brot mit auf den Weg gegeben hat, nämlich die umfassende Bürgerbeteiligung. Etwas, was manchmal anstrengend ist, manchmal unmöglich ist, mit den Anforderungen aus der Bürgerschaft heraus in Einklang zu bringen, aber eben dazu beiträgt, dass wir die Arbeit so vollziehen, dass wir nicht an den Bürgern vorbei etwas organisieren, sondern mit den Bürgern zusammen. Und das ist übrigens etwas gewesen, was ich in den letzten Wochen in meiner Tour durch die Bundesrepublik in die Landeshauptstädte in den 15 Veranstaltungen mitgenommen habe. Es waren gerade in den Veranstaltungen die Bürgerinnenvertreter, die hier ein großes Maß an Glaubwürdigkeit mit in den Prozesse hineinbringen und in den Diskussionen immer wieder auch gefragt waren, wie macht ihr das eigentlich als diejenigen, die plötzlich von außen kommen, mit dem Thema noch nie was zu tun hattet, diese entsprechenden großen Herausforderungen inhaltlich mit zu gestalten. Und als zweites möchte ich begrüßen Herrn Hilje. Das ist etwas, was einen Versuch darstellt, unseren Blick mal wieder zu weiten, weil eins dürfte allen klar geworden sein. In den letzten zwei Jahren haben sich die Randbedingungen, in denen Politik Verantwortung wahrnimmt und wo wir Politik gestalten, massiv und dramatisch verändert zum Teil. Diejenigen, die glauben und meinen, mit sehr einfachen Antworten die besseren Lösungen bieten zu können, indem man auf Zukunftstechniken setzt oder auf das Verschieben räumlicher Art oder in der Zeitachse, haben ein größeres Gehör bekommen. Und wir wissen, wie leicht auch solche Prozesse, die sehr stark von einer Beteiligungsform leben, anfällig sein könnten, dass diese gekapert werden. Dass es nicht mehr um die Zielstellung geht, ein gutes Ergebnis zu bekommen, sondern ganz andere Ziele verfolgt werden könnten. Und ich glaube, wir tun gut daran, immer wieder den Diskurs zu suchen, auch mit denjenigen, die aus anderen gesellschaftlichen Prozessen uns ein Input geben können. Deswegen herzlich willkommen und ich bin sehr gespannt auf Ihren Beitrag. Ich wünsche uns allen zwei interessante Tage. Das, was Sie heute erleben, ist das Engagement von sehr, sehr vielen Menschen. Aber ich möchte schon an dieser Stelle meinen großen Dank aussprechen an denjenigen, die es geschafft haben, wirklich in letzter Minute. Und wir als Berliner wissen ja, wovon wir reden, diesen Baustelle zu einem Veranstaltungsort zu machen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Jetzt auch ein offizielles Guten Tag in der Runde, nach den etwas kryptischen Ankündigungen vorhin. Mein Name ist Frank Klaus. Ich habe den Auftrag, Sie heute und morgen durch die Veranstaltung zu führen, sowohl hier im Plenum als auch in dem einen oder anderen Forum. Was ich Ihnen jetzt noch sagen möchte, bevor es zum Keynote gibt, sind ein paar organisatorische Hinweise und Hinweise zum Thema Dialog und Diskussion. Fangen wir an mit dem Klassiker. Sie werden fragen, wie lautet denn hier das WLAN-Passwort? Und die Antwort ist, es gibt keins, weil es auch kein WLAN gibt. Das ist dem zu schulden, was Herr König schon sagte. Es ist so neu, dass es das nicht gibt. Also tut mir leid. Sie müssen sich sozusagen auf Ihre Datenraten beschränken. Das zweite Passwort, da gibt es aber tatsächlich eins, ist eins für die Dialogkultur, die wir sowohl mit Ihnen, die Sie hier im Raum oder nebenan in den Räumen, wo es schon übertragen wird, dabei sind, als auch denjenigen, die per Internet den Livestream verfolgen. Sie können sich beteiligen mit Fragen über ein Tool, das TED.me heißt, müsste da jetzt stehen, mit einem Passwort, was völlig überraschend ist, das heißt Status. Es ist ja die zweite Statuskonferenz des BFE und ich habe gerade schon gewitzelt, es ist mit Sicherheit die letzte, weil ab 1. Januar dieses Amt ja einen anderen Titel kriegt, mit Base. Ich habe schon überlegt, das nächste wird vielleicht ein Basecamp. Wir werden sehen, wir werden sehen, was draus wird. Wir haben diesen Livestream, der ist nicht nur live, sondern für diejenigen von Ihnen, die sagen, Mensch, da war irgendwas spannend oder Sie möchten Kolleginnen oder Kollegen darauf hinweisen, die Gelegenheit, das später auch noch nachträglich anzusehen, zu verbreiten und zu vertiefen, auch das wird möglich sein. Sie sehen ja die Kameras, Sie sehen auch die Fotografin, Sie wissen alle, dass Sie insofern im Bild sein werden. Sie haben nach meiner Kenntnis ein Häkchen an die Stelle gesetzt, dass Sie das erlauben. Falls Sie ein Problem haben, haben Sie jetzt 1, weil es wird hier gefilmt. Die Aufgabe von meinen Kollegen, die auch Foren moderieren und von BFE und mir wird auch sein, die Veranstaltung zu dokumentieren. Das heißt, es wird neben dem Video auch eine schriftliche Dokumentation geben, relativ kurz gefasst, wo Sie die wesentlichen Dinge auch werden nachlesen können. So, nun aber zum Ablauf auch dieses Tools TETME und der Diskussion. Herr König hat ja schon gesagt, viel mehr Raum für Diskussionen, aber, mache ich eine kleine Klammer dran, vor allen Dingen in den Foren, weil die Erfahrung zeigt ja, dass man in solchen großen Gruppen nicht zu wirklich guten Diskussionen kommen kann. Deshalb haben wir gesagt, da findet ein sehr intensiver Austausch statt. Da ist auch sehr viel Zeit eingeplant, sowohl heute als auch morgen für eine intensive Diskussion. Für das Werkzeug TETME gibt es nur wenige Zeitfenster, wo das nutzbar ist. Eins ist jetzt nach den Keynotes oder im Verlauf der Keynotes. Sie können jetzt schon damit arbeiten, wenn Sie wollen. Ein zweites wird heute Abend bestehen bei der Diskussionsveranstaltung, die dann hier stattfindet. Und die dritte Gelegenheit ist morgen früh, wo wir so ein bisschen zurückblicken und einen Ausblick auf den Tag machen. Auch da haben Sie die Möglichkeit. In den Foren funktioniert es nicht, dann bräuchten wir mehrere Systeme parallel. So, wenn Sie auf diesen Austausch aber gucken, mit den kleinen Runden, denken Sie immer dran, es soll eine vorwiegend Diskussion mit den jeweils Verantwortlichen sein. Ich sage das deshalb, weil ich war im letzten Jahr dabei, da habe ich das Gefühl, es gab so eine Polarisierung zwischen einzelnen Institutionen. Herr König hat es ja deutlich gemacht, es kommt darauf an, dass die jeweils Verantwortlichen auch im Mittelpunkt stehen, das wollen wir gerne organisieren. So, jetzt darf ich aber endlich, Herr Meister, wir sind froh, Sie zu hören, nochmal darauf hinweisen. Sie haben ja, Herr König hat es gesagt, die Außensicht eines Insiders, also außer dem Landesbischof eben auch der Beteiligte an der Endlagerkommission und zwar nicht für irgendwas, sondern mit dem Schwerpunkt Öffentlichkeit und gesellschaftlicher Dialog. Und wenn ich eine Frage geben könnte, ich weiß nicht, ob das vermessen ist, dann würde ich sagen, läuft es eigentlich so wie geplant. Herr Meister, bitte schön. Herzlichen Dank für die Anmoderation, sehr geehrte Gäste, sehr geehrte Frau Albin, sehr geehrter Wolfram König. Schon beim ersten Blick sehe ich viele bekannte Gesichter aus der Zeit, als ich, wie es in der Überschrift heißt, noch Insider gewesen bin. Auf der Reise hierher, vielleicht ist es durchgedrungen, dem einen oder anderen gab es eine Verspätung bei der Deutschen Bahn, wo man dann sofort in die Fragestellung kommt, wenn uns nicht einmal das gelingt, pünktlich Züge von Hannover nach Berlin hinzubringen. Wie soll uns denn etwas anderes gelingen, was wir vorhaben? Ich möchte mich zuerst bedanken für die Einladung zu dieser Statuskonferenz. Sie gilt einem kritischen Check des Verfahrens und zwar besonders unter der Öffentlichkeitsbeteiligung. Denn insbesondere die Öffentlichkeit soll Gelegenheit haben und ihr soll Gelegenheit gegeben werden, die bisher gemachten praktischen Erfahrungen des Gesetzesvollzugs zu reflektieren. Was lässt sich lernen? Welche Punkte müssen intensiver betrachtet werden? Wo sind schon Fehler aufgetaucht? Für das weitere Vorgehen muss das unermüdlich der Auftrag bleiben. Denn der Referenzrahmen bleibt das Grundprinzip des Stand AG, ein lernendes Verfahren zu sein. Einmal jährlich sich zu orientieren oder Statuskonferenz, das wissen alle reicht nicht. Insofern, vieles geschieht zwischendurch. Aber hier gibt es die Gelegenheit, tatsächlich sehr kritisch den Prozess die vergangenen Monate daraufhin zu durchleuchten. Ich frage zugleich auch, wie geschieht diese fortwährende Fehleranalyse eigentlich während des Prozesses nebenbei? Also fortwährend. Wie ist es eingeschrieben und wo sieht man diese Ergebnisse? Nicht nur bei denen, die direkt betroffen sind, sondern von anderen, die so wie ich Außenseiter geworden sind in einem solchen Verfahren. Die Endlagersuche im Feld von Gerechtigkeit, Fairness, Konsens, Akzeptanz, Beteiligung und Verantwortung auszuloten, so wurde mir freundlicherweise zugeleitet, wären doch die Punkte, auf die ich in einer Keynote Bezug nehmen sollte. Es wäre ungefähr so, als wenn Sie einem Theologen sagen, lassen Sie uns mal über Gott und die Welt reden. Unmöglich, all diese vorgegebenen Stichworte in gleicher Tiefe auszuloten. Denn, daran sei immer wieder erinnert, um das Ziel, um das es hier geht, also die Bestimmung eines Standorts für hochradioaktive Abfälle, der, Zitat, die bestmögliche Sicherheit für einen Zeitraum von einer Million Jahre gewährleistet, wird es nie um eine gleiche Tiefenauslotung dieser Begrifflichkeiten gehen. Denn all das, was wir tun, all unsere Vorstellungskraft und Handlungsfähigkeit wird von diesem Ziel nicht erreicht. Sie übersteigt es. Mit den unvorhersehbaren Wirkungen und Nebenfolgen hochkomplexer Technologien ist die uns zur Verfügung stehende Verantwortung überfordert. Wir können nicht sachgerecht Verantwortung übernehmen für diese Zeitdauer und übernehmen sie doch. Und wir müssen es tun für den Handlungszeitraum, in dem wir verantwortlich Handelnde sind. Nach bestem Wissen und Gewissen. Das heißt also auch, wir werden uns weiter über die Wissensbestände streiten, auch über die Deutung dieser Wissensbestände. Und wir werden die subjektiven Überzeugungen, also die Gewissensbestände, in den Streit einführen. Denn auch sie bestimmen, das hat mir allein schon die Arbeit in der Endlagerkommission gezeigt, auch sie bestimmen das Miteinander, den Diskurs, die Debatte und die Kontroverse. Das Stand AG ist von so großer Bedeutung, weil es eine mögliche verantwortbare Lösung eines unlösbar erscheinenden Problems skizziert. Dazu gehört, dass es ein Vertrauen in die Glaubwürdigkeit eines Verfahrens geben muss. Vielleicht ist das in den Begrifflichkeiten, die mir übermittelt worden sind, sogar einer der wichtigsten Begriffe. Ein Vertrauen in die Glaubwürdigkeit eines Verfahrens. Das Stand AG justiert erstmalig ein konkretes Verfahren mit offensiver Öffentlichkeitsbeteiligung für einen Endlagerstandort in Deutschland. Wie geht eine Gesellschaft mit einem scheinbar unlösbaren Problem um? Beteiligung ermöglichen und organisieren, Rahmenbedingungen benennen, Grenzen ziehen, Formen und Verfahrenswege beschreiben und in all dem Vertrauen schaffen. Die Vermessung der Standortsuche bleibt darin aber keine objektiv festgelegte Prozessarchitektur, sondern stellt immer ein Ergebnis gesellschaftlicher Verhandlungen dar. Was ist gerecht? Kann es für dieses Problem überhaupt eine von allen Teilen unserer Gesellschaft gerechte Lösungen geben? Vermutlich nein. Diese Gerechtigkeitsdebatte, wir haben sie in der Endlagerkommission geführt, sie ist an vielen Stellen, sie ist in sehr profunden ethischen Debatten geführt worden, diese Gerechtigkeitsdebatte wird nie enden, weil es keinen Gerechtigkeitsmaßstab geben kann, der von allen akzeptiert wird. Denn mit der Atomenergie kam in der Konsequenz eine Ungerechtigkeit in die Welt aufgrund der hochradioaktiven Abfälle. Denn Generationen, die von dieser Energie nicht profitierten, keinen Nutzen hatten, nicht diskutieren durften, müssen Verantwortung für deren langzeitwirksame Hinterlassenschaft übernehmen. Der Begriff der Gerechtigkeit lässt sich schwierig mit scharfen Kategorien fassen, generationsübergreifend festhalten. Gerade deshalb ist die Konzentration auf ein lernendes Verfahren so wichtig. Und ich will nur ergänzen, was uns auch in der Endlagerkommission übrigens nicht gelungen ist. Und was hineingeht in diese Uneinigkeit in Bearbeitung, war die Formulierung einer gemeinsamen Erzählung, einer Narration der Vergangenheit. Wir haben unterschiedliche Geschichten. Manchmal pflegen wir die auch. Und immer öfter behaupten wir, dass meine Erzählung die Mastererzählung ist. Die Geschichte der Kernenergienutzung in Deutschland trägt viele Geschichten, die im Streit sind. Aber was wir brauchen, ist die Einsicht, dass diese trennenden Geschichten nicht die Herausforderungen, vor denen wir stehen, dominieren dürfen. Die Frage, wer trägt Verantwortung für ein gutes Verfahren, das wissen Sie genauso gut wie ich, es ist ja schnell beantwortet, Verantwortung des Bundes, Endlager zu errichten, Bundesumweltministerium, Standortauswahlverfahren nach den Anforderungen und Kriterien, das BFE für Kontroll- und Aufsichtsbehörde verantwortlich und eben auch als Träger der Öffentlichkeitsbeteiligung, unter anderem deshalb sind wir hier, unter anderem deshalb können wir solche Videos sehen. Dafür ist aber auch diese Statuskonferenz ein wichtiger Punkt und natürlich die Bundesgesellschaft für Endlagerung. Als Vorhabenträger dafür verantwortlich, wie es umgesetzt wird, wie es ausgewählt wird. Diese zugeschriebenen Verantwortlichkeiten basieren auf der Vorstellung, und das muss immer wieder aufgerufen werden, basieren auf der Vorstellung, nicht einen administrativen Akt zu organisieren, sondern auf der Vorstellung einer frei agierenden Zivilgesellschaft. Denn diese Gesellschaft, also alle Bürgerinnen müssen sich für diese Lösung mitverantwortlich fühlen. Denn sie und unsere Nachkommen werden die Folgen tragen. Ohne die gemeinsame Verantwortungsübernahme können die Institutionen die ihnen zugewiesene Aufgaben eigentlich nicht erfüllen oder eben nur gegen die Gesellschaft. Und genau das soll das neue Verfahren verhindern. Vorsicht ist geboten, wenn der Hinweis auf die Verantwortlichkeit, so wie sie benannt worden ist, durch die unterschiedlichen Institutionen, Einrichtungen, Bundesgesellschaft, wenn der Hinweis auf die Verantwortlichkeit mit einer Einschränkung der Mitwirkung, mit Gestaltung verbunden wird. Auch Verantwortungsübernahme ist mandatiert. Sie ist begrenzt. Sie ist niemals ein Freibrief für exekutive Machtakkumulation und schon gar nicht in einem auf Verfahrensgerechtigkeit angewiesenen Prozess, darf sie das jemals werden. Man könnte vermuten, bei der Betonung einer Verschiebung des vorhin benannten Vertrauens hin zur Verantwortung, vertrauenswürdiges Handeln würde die Verantwortung sekundär sehen. Wenn wir vergessen, dass alles, was getan werden muss, auf eine Vertrauensebene angewiesen ist, ist der Dialog zwischen diesen beiden Begriffen klar. Vertrauenswürdiges Handeln setzt den Dialog mit den Gruppen voraus, auf deren Vertrauen in das Verfahren es eben ankommt und um deren Vertrauen geworben werden muss. So schwierig, so kompliziert, so konfliktreich und manchmal muss man auch sagen, wie frustrierend und enttäuschend das manchmal auch ist. Diese Gruppen, die Öffentlichkeit ist es, die hinterher bewerten wird, ob es ein gutes, ein handwerklich solides, ein vertrauenswürdiges Verfahren ist. Dabei sei angemerkt, dass Vertrauen für die Zukunft, Vertrauen für die Zukunft ein notwendiger Bestandteil ist, dass es diese Zukunft überhaupt gibt. Niklas Luhmann, wer Vertrauen erweist, nimmt Zukunft vorweg. Er handelt so, als ob er der Zukunft sicher wäre. Dieses Projekt ist vermutlich in einer besonderen Ausnahme ein besonderes Projekt, was über die Zukunft zugleich des Homo sapiens sapiens Vertrauensmaßstäbe aufrufen kann. Wer vertraut, glaubt an eine Welt, die es noch gibt in diesen Jahrhunderten, glaubt an eine Welt, die wir mit mangelndem Vertrauen schon heute verspielen können. Ich will nicht davon sprechen, wie das Thema der Standortsuche, so einzigartig die Herausforderung auch ist, von anderen Themen aus der Öffentlichkeit verschwinden kann, temporär und dann wieder auftaucht, wie es lokal begrenzt ist und wie unser aller Wunsch, glaube ich, ist, dass es immer an der Oberfläche bleibt, dass es immer Beteiligung provoziert und hervorruft und hartnäckig gegen Indifferenz und Ignoranz bleibt. Zwei Tendenzen, die Beteiligung und Beteiligungsbereitschaft ja auch schon in der Endlagerkommission uns manchmal Sorge gemacht haben. Die Standortsuche gründet auf drei Eckpfeilern. Sie gründet auf viel mehr, ich will nur kurz drei nennen, die bei den mir gestellten Fragen mit im Blick sind. Als Frage wurde gestellt, welche Bedeutung hat der Atomausstieg in Bezug auf die Endlagersuche? Der erste Eckpfeiler. Lange stand in Deutschland die Endlagerung hochradioaktiver Abfälle für gesellschaftliche Konflikte, politische Stagnation, Strategiewechsel, Unsicherheit. Erst der Atomausstieg ebnete den Weg für einen nationalen Konsens. Ohne den eindeutigen Atomausstieg Deutschlands wäre dieser Neustart der Endlagersuche vermutlich nicht möglich gewesen. Der Ausstieg sorgt für eine annähernde Planungssicherheit, annähernd in Anführungsstrichen, weil die Menge des zu lagernden hochradioaktiven Mülls feststeht und nicht weiter ansteigt. Um die zu lagernde Abfallmenge weiter zu reduzieren, wird von Teilen der Bevölkerung ein schnellerer Ausstieg gefordert. Und nicht überhören darf man jene Stimmen, die anregen die Nutzung der Kernenergie nochmals zu überdenken. Böswillige behaupten, das Endlager könnte sogar zu einer Wiederaufnahme der Atomenergie führen. Böswillige. Hätten wir zuerst aus der Kohle, dann erst aus der Kernenergie aussteigen sollen, müssen wir aus Gründen des Klimaschutzes doch Kernenergie nutzen. Kernkraftwerke werden geplant. Haben wir den richtigen Weg eingeschlagen? All diese Bedenken liefern keine neuen Fakten. Sie liefern keine neuen Fakten für die Bewertung der Kernenergienutzung. Und sie geben keine Antwort auf die drängende Frage der Entsorgung des Mülls. Deshalb kann der Ausstieg aus dem Ausstieg für Deutschland keine Option sein. Diese Debatte aufzumachen wäre ein Rückschritt und wäre das für das gerade angelaufene Standortsuchverfahren massiv gefährdend. Zugleich würde diese Debatte ja die Ambition der Energiewende umzusetzen und auf nachhaltige Energiesysteme umzusteuern auch untergraben. Also man kann fragen, wie breit der Konsens war, als der Atomausstieg beschlossen wurde. Man kann fragen, wie breit er jetzt ist. Aber es war, zumindest statistisch in Umfragen, mehrheitlich ein Konsens, der eine erste Vertrauensbasis schuf. Als Frage wurde mir auch gestellt, wie ist Ihre Sicht als ehemaliges Mitglied der Endlagerkommission auf das bisherige Standortausfallverfahren, insbesondere im Kontext der aktuellen politischen und gesellschaftlichen Entwicklung? Darauf mit dem zweiten Eckpfeiler. Das Standortsuchverfahren ist ebenso wie die sich daran anschließenden Verfahrensschritte über die Einlagerung beschließlich zum Verschluss ein sehr ressourcenaufwendiger und langwieriger Prozess. Ein solcher Prozess braucht langfristige Planungssicherheit und Verlässlichkeit. Er muss unabhängig von tagespolitischen Debatten sein, legislaturperiodenübergreifend Bestand haben. Dafür braucht es auch in Zukunft einen fraktionübergreifenden Konsens. Einen Konsens nicht nur auf nationaler Ebene, sondern eben auch auf Landesebene. Einer, der mitgetragen werden muss. Wie dünn dieser Konsens ist, das habe ich in der Diskussion in der Endlagerkommission vielfach erlebt. Auch wie taktische Argumentationen, taktische politische Argumentationen hervorgezogen wurden, um sich Verantwortung zu entziehen. Es gefährdet deshalb den Konsens und ist übrigens auch ungerecht, wenn einzelne Kommunen und Länder aufgrund regionaler Interessen sich dieser gemeinsamen Aufgabe versuchen zu entziehen. Denn ein Nicht-bei-uns entzieht sich dem Solidaritätsprinzip und lehnt mit Verantwortung ab. Die Spannung zwischen dem Interesse der Allgemeinheit, ein Endlager einzurichten, und den regionalen Interessen, dass dieses möglichst nicht vor Ort geschieht, ist ein unaufhebbarer Gewiss. Sie muss von allen ausgehalten werden. Wer sich dieser Spannung vorzeitig entzieht, verspielt den Konsens. Das ist die erste Gefahr, die ich sehe. Eine zweite Gefahr besteht darin, dass das Thema Standortwahlverfahren politisch mehr oder weniger ad acta gelegt wird und nur noch von vereinzelten Experten und Experten wachgehalten wird. Politik muss glaubwürdig bleiben, indem sie den Prozess kontinuierlich und eigenverantwortlich mitverfolgt. Wie will sie, wenn sie sozusagen aus der ständigen Begleitung aus stark eine informierte Entscheidung treffen und verantworten kann sie nur das, was sie nach den Möglichkeiten durchschaut und versteht? Ich frage mich schließlich, wie will Politik neue politische Kräfte davon überzeugen, dass der eingeschlagene Weg eine gute Option ist, die gewaltige gesamtgesellschaftliche Aufgabe verantwortungsvoll und dauerhaft zu lösen? Wenn Politik die Standortsuche wirklich wichtig ist, dann ist es kein gutes Signal, wenn Positionen im nationalen Begleitgremium unbesetzt geblieben sind. Dieses Gremium soll als unabhängige und repräsentativ besetzte gesellschaftliche Instanz ja die Standortsuche kritisch und vermittelnd begleiten. Ich kenne auch als Außenseiter manche Inneneinsichten, warum das so war, wenn innerhalb der ersten drei Amtsjahre dieses Gremium zu keinem Zeitpunkt vollständig besetzt war. Aber noch fragwürdiger ist, dass nach Ende der ersten Amtszeit Ende November dieses Jahres eine Vakanz auf unbestimmte Zeit droht, weil zwei Drittel der Mitglieder die sogenannten anerkannten Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens nicht rechtzeitig wieder bzw. neu in das Gremium berufen wurden. Politische Verantwortungsübernahme müsste eigentlich doch anders aussehen. Ist das Standortauswahlverfahren ausreichend gewappnet? So auch eine Frage gegenüber populistischen Strömungen. Die Unsicherheit, die über einem Langzeitverfahren schwebt, befragt ja nicht nur technologische, nicht nur wissenschaftliche Entwicklung und Gefährdung, sondern sie greift vermutlich fast noch tiefer in die Unsicherheit über kulturelle, soziale, politische Szenarien ein. Es gibt keine einzige Vision über die Entwicklung der Kultur- oder Ideengeschichte über Hunderttausende von Jahren. Jeder Einsatz für eine stabile, rechtsstaatliche Demokratie, jeder Einsatz will den Freiraum der Vernunft, will den Freiraum der Vernunft für die Zukunft des Homo sapiens sapiens. Und es schärft ein, dass Freiheit und Gerechtigkeit nicht verhandelbar sind. Das heißt, die schärfste Waffe in allem Ringen um die Zukunft unseres Gemeinwesens als eine freie Demokratie ist eine Gewährleistung, dass Langzeitplanungen mit den Errungenschaften der Aufklärung Fortsetzung finden. Und der dritte und zum Schluss. Die Öffentlichkeitsbeteiligung hat im Standortauswahlverfahren eine herausragende Bedeutung. Das Verfahren soll ein möglichst gerechtes, partizipatives Verfahren sein. Und das nur am Rande. Warum ist Partizipation gerecht? Weil Gerechtigkeit immer ein dialogisches, ein solidarisches Geschehen ist. Sie ist angewiesen darauf, dass es Solidarität gibt. Wo Menschen über einen Vorgang involviert und informiert werden und mitgestalten können, also in Prozesse von Partizipation eingebunden werden, fingern wir an den ersten wichtigen Modulen, die wir als Gerechtigkeit in diesem Verfahren benennen können. Als Träger der Öffentlichkeitsbeteiligung ist das Bundesamt für kerntechnische Entsorgungssicherheit für Informationenbeteiligung der Öffentlichkeit verantwortlich. Ohne Zweifel sind das BFE und die BG um eine umfassende und breite Information der Bevölkerung über das Verfahren bemüht. Viel mehr kann ich als Außenseiter auch nicht sagen. Information über das Verfahren ist aber eben noch nicht gleich Beteiligung und Mitgestaltung. Und deswegen nur einige Fragen. Interessierte Bürgerinnen haben immer noch keinen Zugang zu den erhobenen geologischen Daten. So können sie sich nicht adäquat auf das Verfahren einstellen und damit ist das Versprechen informativer Transparenz bisher nicht eingelöst. Schon vor drei Jahren hätten wir in der Endlagerkommission darauf hingewiesen, dass die Verabschiedung des Geologiedatengesetzes eine zwingende Voraussetzung für die Durchführung des Standortauswahlverfahrens ist. Dieses Gesetz ist immer noch nicht verabschiedet. Zweitens, das BFE hat innerhalb der Öffentlichkeit verschiedene Zielgruppen identifiziert und ist verantwortlich dafür, diese in die Mitgestaltung der Beteiligungsformate einzubeziehen. Und ja, bei der Einbeziehung der sogenannten, Anführungsstriche, engagierten Öffentlichkeit gelingt es nur zum Teil oder eben auch nicht wirklich. Online-Konsultationen sind Versuche sinnvoll. Aber wie gelingt, und auch da haben wir ja Erfahrungen in der Endlagerkommission, die uns absolut haben unzufrieden sein lassen, aber wie gelingt der intensive direkte Dialog? Die engagierte Öffentlichkeit sollte ursprünglich ausdrücklich eine entscheidende Zielgruppe der Statuskonferenz sein. Konnte man ja lesen, dass ein zielgesellschaftliches Forum nicht zustande kam. Diese Gruppe besteht aus ehrenamtlich engagierten Personen, die ja auch deutlich geäußert haben, dass es terminlich oft nicht einfach ist und man muss einfach sagen, wenn wir an einem Donnerstag und Freitag zusammenkommen, ist es an dieser Stelle auch schwierig für einzelne dieser Personen daran teilzunehmen. Drittens, ein Anlass zur Sorge bietet eben auch die Besetzung der Beratungsgruppe Fachkonferenzteilgebiete. Mitglieder der engagierten Öffentlichkeit bekundeten sehr deutlich, dass die Vorbereitung und Durchführung der Fachkonferenzteilgebiete ja sowas wie der Lackmustest für eine ernstzunehmende Öffentlichkeitsbeteiligung sein könnte. Und die Vorbereitungen liefen nicht alle so vielversprechend. Erlauben Sie mir abschließend eine ganz kurze Empfehlung. Ich glaube, es ist wichtig, dass es diese Statuskonferenzen gibt. Ich glaube, dass diese Debatten, die geführt werden, dann auch in den Fachgruppen, in den Gremien dann geführt werden, hier in dem Zusammensein die Bilanzierung dieser Arbeit mit für den weiteren Lernprozess entscheidend prägen müssen. Freude gesehen auch in dem Positionspapier, was in die Öffentlichkeitsbeteiligung ja skizziert, was ich glaube im 2018 ja erschienen ist, was ja noch einmal überarbeitet worden ist und was es sozusagen auf den Punkt bringt, wie diese Öffentlichkeit in, ich sage mal, in vielen Schnittmengen Gewinne bringen soll, dass das intensiviert und fortgesetzt werden muss. Aber ich glaube, man müsste vielleicht, das ist kein sehr schöner Vorschlag, aber man müsste vielleicht noch offener sein im zugeben der Fehler. Und zwar nicht nur für die Einrichtungen, sondern von allen Seiten, aber in einer besonderen Verantwortung vielleicht von den Einrichtungen, die Verantwortung übernommen haben. Ein regelmäßig auch publizierter Fehlerkatalog. Denn in dem Lernprozess ist von einem selbstkritischen Vorgang die Rede. Wo wird diese Selbstkritik eigentlich öffentlich? Ich nenne das als Beispiel, weil ich vor zehn Jahren einmal in einem Mediengespräch mit dem ZDF genau dieses für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gefordert hatte. Dass sie das später eingeführt hatten, hatte nichts mit mir zu tun. Aber inzwischen haben eigentlich fast alle seriösen Medien eine eigene Seite, auf der sie stehen, zu den Fehlern, die sie gemacht haben, zu den Einsichten, die sie gewonnen haben. Das ist nicht die Zensur unter der Arbeit, wenn wir hier über ein lernendes Verfahren sprechen, sondern das ist die Bereitschaft, über die Grenzen meines Handelns mit anderen offen ins Gespräch zu gehen. Und dazu gehört dann eben als letztes auch dazu stehen, wo gab es bisher Dissens zwischen den Akteuren BGE, BFE, BMU, NBG und wie kann dieser Dissens beigelegt werden? Bei all dem, was ich als Außenseiter nach innen gesehen habe, bin ich fern davon, diesen Vorgang zu kritisieren. Ich glaube, dass viele richtige Schritte getan worden sind. Das aber das Hauptversprechen, das die Endlagerkommission und letztlich auch das Stand AG gegeben hat, ein lernendes Verfahren zu sein, uns permanent offen halten muss, selbstkritisch zu schauen, wo wir besser werden können, damit dieses Verfahren vertrauensvoll und gerecht wird. Und an manchen Stellen ist es das schon. Ich danke Ihnen. Meine Damen und Herren, das ist mein überdimensionierter Spickzettel. Auf diesem Tablet kriege ich die Fragen, die über dieses Werkzeug TETMI gestellt werden. Und ich möchte zumindestens zwei, drei Fragen auswählen, um die an Sie weiterzugeben, Herr Meister. Sie haben in Ihrem Beitrag ja ein paar Stichworte sehr häufig genannt. Verantwortung, Vertrauen, Gerechtigkeit hat breiten Raum eingenommen. Und da war so die Frage, die hier gestellt wurde, Sie betonen die Notwendigkeit von Vertrauen in eine Zukunft, um diese auch zu realisieren. Welche Möglichkeiten sehen Sie, Vertrauen in den gewählten Weg zu fördern? Ja, das habe ich zum Schluss gesagt, glaube ich. Also, ich bin ja in anderen Prozessen einer großen Institution involviert als Kirchenmann. Und diese Institution, evangelisch wie katholisch, erlebt vermutlich momentan die größte Vertrauenskrise in ihrer Geschichte durch sexuellen Missbrauch. Sie wird von außen zerlegt, weil die Grundkonstante des Respekts, der Achtung, der Stärke dieser Einrichtung darin lag, dass es eine Vertrauensinstitution war. Und da hilft, das meine ich ganz in klein gesprochen, jetzt hier für diesen Prozess nur, so offen wie möglich zu all den Einsichten und Fehlern stehen. Diese Fehler auf ihre systemischen Ursachen untersuchen. Gibt es sie oder gibt es sie nicht? Wenn es sie gibt, sie in die Debatte zu führen, kann man sie verändern. Oder eben auch auf individuelle Ursachen zu befragen. Gibt es sie? In welchen Positionen, bei welchen Personen können wir das haftbar machen und auch das benennen? Also, ich glaube, da hilft nur absolute Ehrlichkeit im weiteren Prozess. Zweite Frage. Applaus ist erlaubt. Zweite Frage von mir, Herr Meister. Die Rolle der Kirche haben Sie jetzt ja gerade schon mal angesprochen und jetzt etwas enger gefasst, weil die Frage, die hier gekommen ist, welche Rolle die Kirche denn bei der Endlagersuche einnehmen kann? Ich wusste gar nicht, dass das so ein heiteres Thema ist. Na, ich bin ja Außenseiter jetzt. Also, wir haben da ja auch in kleinen Gesprächen während der Endlagerkommission immer mal wieder das versucht auszuloten. Ich glaube, dass in vielen Bereichen die Kirche für die, nicht die Fach- und Sachfragen die Zuständigkeit hat und auch nie vorrangig haben wird, sondern die, wie man in einem Land Entscheidungen fällt, die zwangsläufig zu Konflikten und Auseinandersetzungen führen werden, wie man in diesem Prozess vermittelnd agieren kann, um es hochzugreifen, auch verbindend, indem man, was ich vorhin gesagt habe, mit den zwei Narrationen, wir haben mehrere Narrationen, wenn wir über die Vergangenheit des Umgangs mit der Kernenergie in Deutschland reden, aber wie man in einer versöhnlichen Geste, und das ist uns in der Endlagerkommission nicht gelungen, das ist aber auch klar, es ist viel zu früh, wie man in einer versöhnlichen Geste die Geschichte des Anderen auch als Geschichte respektiert und achten kann und sie nicht ablehnen, weil es die falsche Geschichte ist. Das ist übrigens etwas, was wir gerade mit 30 Jahren nach der Wende gleichermaßen zwischen Ost und West auch erleben. Und genau diese Vermittlung an dieser Stelle, vielleicht kann da die Kirche an dem einen oder anderen Punkt auch hilfreich sein. Dritte Frage noch, Herr Meister, ein Blick in die Zukunft. Sie wissen, dass im Jahr 2020 die Veröffentlichung von möglicherweise geeigneten Teilgebieten ansteht. Sie kennen das ja besser als ich. Was wünschen Sie sich da für die Debatte? Das sind echt schwere Fragen. Also ja, es ist eine ganz einfache Frage natürlich, dass es fair ist, dass es offen ist, dass es ehrlich ist und so. Das, was wir wahrscheinlich alle denken dabei. Aber naja, auch da wissen wir ja, wir haben jetzt in diesem Prozess, ich habe das vorhin mit den Geodaten ja nochmal gesagt, wir werden auch da Debatten bekommen, ob das, was dann da eigentlich vorgelegt wird, die notwendigen für eine qualifizierte sachkundige Auswahl Wissensbestände zur Verfügung hatte oder nicht. Über diese Frage kann die Vorstellung der Teilgebiete sofort tot sein. Und das wünsche ich mir nicht, sondern, dass wir, ich kann Ihnen nicht sagen, wie, aber dass wir diesen Schritt trotzdem schaffen, in eine Diskussion zu kommen und nicht in dieser Vorstellung erneut sehen oder wiedersehen, dass viele Menschen dann sagen, alles, was jetzt kommt, ist sowieso schon der falsche Beginn. Das wünsche ich mir. Dankeschön. Meine Damen und Herren, ich darf Ihnen den zweiten einführenden Vortrag ankündigen und zwar wird ihn halten Johannes Hilje. Herr Hilje ist Politikberater, Kommunikationsberater und Autor und beschäftigt sich auch mit einem Blick, ja vorwiegend von außen, würde ich an dieser Stelle sagen, zum Thema öffentliche Diskurse und Beteiligung, eine Landschaftsvermessung. Bin gespannt, was Sie zu sagen haben. Herr Hilje, bitteschön. Ja, schönen guten Tag. Nach den Außenansichten eines Insiders kommen jetzt die Außenansichten eines Outsiders, denn das ist heute tatsächlich das erste Mal, dass ich hier mit dem BFE in Kontakt komme, aber dafür bin ich sehr dankbar für die Einladung erstmal an Herrn König und auch Frau Albin und freue mich sehr, dass Sie mir jetzt folgen wollen für einige Minuten. Ich weiß nicht, ob Sie meine Präsentation schon sehen, weil der Laptop kurz zugeklappt war. Den sehen Sie wunderbar. Ja, kurz zu meiner Person. Ich arbeite als Politik- und Kommunikationsberater, arbeite für ein paar Ministerien hier in Berlin, für auch einzelne Politiker, vor allem aus dem Rot-Grün-Milieu. Ich finde das immer aus transparenten Gründen wichtig, dazu zu sagen. Habe mich als Autor und Publizist auch in den letzten Jahren viel mit Populismus und den Dynamiken öffentlicher Diskurse beschäftigt. Habe dieses Buch Propaganda 4.0 veröffentlicht und werde mich jetzt mit dem Thema dieser Dynamiken und Diskurse in der Öffentlichkeit, so wie wir sie in den letzten Jahren beobachten konnten, beschäftigen und was das auch möglicherweise für Sie und Ihren Prozess für Implikationen hat. Erstmal möchte ich mit der Frage anfangen, was heißt denn überhaupt Öffentlichkeit und möchte hier erstmal eine Unterscheidung vornehmen. Den Begriff Öffentlichkeit könnte man definieren im Sinne von Akteuren oder im Sinne einer Struktur, also im Sinne von Akteuren, zum Beispiel Personen, die Sie im Rahmen Ihres Prozesses erreichen wollen und auch möglicherweise beteiligen wollen. Ich habe auch in einigen Papieren ja schon Zielgruppen gesehen, die Sie definiert haben, also das wäre diese Akteursebene und da gibt es natürlich dann Strategiearbeit zu leisten, wie man diese Zielgruppen dann erreicht und im Idealfall eben sogar einbindet in Ihren Prozess. Aber man kann Öffentlichkeit eben auch erstmal im Sinne einer Struktur verstehen, in der öffentliche Kommunikation stattfindet. Und mit diesen Strukturen von Öffentlichkeit möchte ich mich jetzt beschäftigen und auch erstmal eine Definition und Einordnung vornehmen. Man könnte natürlich Öffentlichkeit erstmal ganz simpel als das Gegenteil von Privatheit definieren. So ist auch eine gängige Definition in der Soziologie oder Philosophie lange gewesen. Das hat sich aber gerade durch das Gerät, das ich jetzt in der Hand habe, das Smartphone, mittlerweile fast überholt diese Trennung, weil die Sphären von Privatem und Öffentlichem immer stärker ineinander greifen und gerade auf Plattformen wie Facebook eigentlich kaum noch eine Unterscheidung eigentlich da ist, was hier eigentlich Privat ist und was nicht und was Öffentlich ist, auch wenn es mögliche Einstellungen gibt, die man da vornehmen kann, wird doch sozusagen das, weil es auf Facebook als Privatsphäre oftmals definiert wird, doch von anderen Akteuren irgendwie wahrgenommen, aufgezeichnet und möglicherweise auch monetarisiert. Also, im Grunde gibt es eigentlich sozusagen diese Definition, das Gegenteil von Privatheit ist Öffentlichkeit, bringt uns nicht so richtig weiter. Deswegen möchte ich einen großen Philosophen bemühen bei der Frage, was Öffentlichkeit eigentlich ist, den Sie gut kennen, Jürgen Habermas, der sich vor allem auch viel mit dem Strukturwandel von Öffentlichkeit auseinandergesetzt hat. Und ich möchte Ihnen gar nicht diese ganze lange Definition vorlesen, die ist auch schon ein bisschen älter, sondern das Entscheidende ist eigentlich das erste Wort, nämlich das Netz, ein Netz für die Kommunikation von Inhalten und Stellungnahmen. Und das heißt eben auch, und das ist ganz wichtig, dass Öffentlichkeit nicht ein großer Raum ist. Es gibt nicht die eine Öffentlichkeit, sondern es ist ein Netz von ganz vielen unterschiedlichen Teilöffentlichkeiten, die zu einem unterschiedlichen Grad füreinander zugänglich sind. Wir haben durch die Digitalisierung auch noch eine stärkere Fragmentierung von Öffentlichkeit und haben auch zunehmend Probleme, die Zugänglichkeit zu diesen unterschiedlichen Fragmenten hinzukriegen. Also, wir wundern uns dann manchmal, dass bestimmte Stimmungen in bestimmten Teilen der Öffentlichkeit aufkommen und merken dann eigentlich erst, dass da schon lange in bestimmten Bereichen was wabert, wenn es dann eine bestimmte Resonanzschwelle übertroffen hat. Also, es hängt im Grunde ganz viel von individuellem Verhalten und auch Einstellungen ab, was Öffentlichkeit ist, wo Menschen sich aufhalten, in welchen Formen, in welchen Kreisen von Öffentlichkeit. Und ich möchte kurz mal ein paar repräsentative Zahlen Ihnen zeigen und auf Sie wirken lassen, bitte, die so ein paar Einblicke geben, die da entscheidend sind, gerade wenn es um individuelles Verhalten und Individueinstellungen geht, im Rahmen der Öffentlichkeit. 54 Prozent der deutschen Bürgerinnen und Bürger vermeiden immer mal wieder aktiv den Konsum von Nachrichten, also verweigern sich Nachrichten im Grunde. Zehn Prozent der deutschen Bürgerinnen und Bürger nutzen Social Media als wichtigste Nachrichtenquelle. 60 Prozent erfahren von Nachrichten regelmäßig über Ihren Familienkreis oder Bekanntenkreis zuerst, das heißt nicht aus irgendeinem Medium, sondern über Ihr soziales Umfeld. 43 Prozent nehmen gesellschaftliche Zustände in Ihrem persönlichen Umfeld ganz anders wahr, als sie in den Medien dargestellt werden. Dieses Phänomen nennt man Medienentfremdung. 40 Prozent glauben, dass die Regierung den Medien vorgibt, worüber sie berichten sollen. 40 Prozent bestätigen mehrere Studien, diese Zahlen. Und 63 Prozent haben wenig oder gar kein Vertrauen in den Bundestag. Das sind Zahlen von 2018 und 2019 aus verschiedenen Studien. Die sind auch in verschiedenen Studien bestätigt, auch dieses nicht besonders hohe Vertrauen in den Bundestag. Und ich glaube, dass diese Kategorien Mediennutzungsverhalten, Interesse, Vertrauen sehr viel darüber aussagen und uns schon einige sozusagen Hinweise darüber geben, was wir beachten müssen, wenn wir hier von öffentlicher Beteiligung und öffentlichen Verfahren sprechen. Und ein ganz konkretes Phänomen, was wir in der heutigen Öffentlichkeit erleben, ist, dass sich auch sehr schnell Gegenöffentlichkeiten ergeben können. Wenn zu einem Thema eine Öffentlichkeit entsteht, gerade durch die digitale Vernetzung, entstehen sehr schnell Gegenöffentlichkeiten. Und ich möchte das einmal kurz für Sie ein bisschen plastischer abbilden. Also erstmal können wir sozusagen sowieso nur davon ausgehen, dass wenn man öffentliche Kommunikation betreibt, wenn man sich an die Öffentlichkeit wendet, das zahlen auch die Zahlen, die ich eben gezeigt habe, dass man im Grunde erstmal vor allem eine Teilöffentlichkeit erreicht. Nicht sozusagen das Ganze, was man als Öffentlichkeit bezeichnet, was ja oft alle Bürgerinnen und Bürger sein sollen in unserem Land. Also Sie erreichen eine Teilöffentlichkeit. Diese Menschen, die sich in dieser Teilöffentlichkeit befinden, die kann man erstmal dadurch charakterisieren, dass sie eine Erreichbarkeit aufweisen für uns, also sozusagen über die Kanäle, über die wir kommunizieren, wie sie erreichen können. Dass sie ein Interesse haben, sich diesem Thema zuzuwenden und auch ein Interesse gegenüber den Kommunikationskanälen haben, die wir verwenden. Und dass sie ein Grundvertrauen haben in das Medium, in den Absender, in den Kommunikationskanal. Und diese Teilöffentlichkeiten in der Regel, das ist auch ein Kennzeichen allgemeiner Öffentlichkeiten, dass es vor allem erstmal eine Empfangsorientierung gibt. Also Informationen werden eher empfangen, als dass auch Informationen gesendet werden, obwohl das Senden ja mittlerweile auch sehr einfach möglich ist für alle Akteure in der Öffentlichkeit. Wenn man davon mal dieses Phänomen der Gegenöffentlichkeit so ein bisschen abtrennt, dann sehen wir, dass da zwar auch eine Erreichbarkeit erstmal da ist, aber oftmals werden die Akteure, die sich in so einer Gegenöffentlichkeit aufhalten, indirekt erreicht. Also dadurch, dass sie die Informationen vielleicht nicht von Ihnen, von Ihrem Bundesamt oder wem auch immer direkt halten, sondern über einen anderen Akteur, jemand, der es vielleicht geteilt hat in sozialen Medien. Es gibt grundsätzlich auch hier ein Interesse an dem Thema. Es gibt aber oftmals in Gegenöffentlichkeiten ein geringeres oder gar kein Vertrauen gegenüber dem ursprünglichen Absender der Kommunikation. Und wir sehen in Gegenöffentlichkeiten auch eine hohe Sendeorientierung, also nicht nur ein Empfang von Nachrichten, sondern es wird auch sehr viel gesendet. Und diese Gegenöffentlichkeiten entstehen heutzutage sehr viel auf digitalen Plattformen. Facebook, YouTube sind so zwei soziale Netzwerke, die eine große Rolle spielen. Interessanterweise ist WhatsApp einer der zentralen Kanäle, über den Menschen auch Nachrichten konsumieren, zeigen verschiedene Studien. Also dass dort, Sie können über WhatsApp auch Nachrichtenangebote, zum Beispiel der Süddeutschen Zeitung abonnieren, aber Sie kriegen natürlich, Sie kennen das vielleicht auch selber, über WhatsApp sehr viel weitergeleitet von Freunden und Bekannten, sodass WhatsApp laut sozusagen der Ergebnisse auch von repräsentativen Umfragen ein zentraler Kanal für Informationsnutzung mittlerweile geworden ist. Das heißt erst mal, wenn wir das sozusagen akzeptieren, dass Gegenöffentlichkeiten entstehen, dass sie viel auf digitalen Plattformen entstehen, dass wir diese Bereiche auch versuchen müssen zu beobachten, wenn wir zu einem Thema einen Gesamtüberblick bekommen möchten. Und ich halte so ein Instrument, was man in meiner Fachwelt Social Listening nennt, also das sich Anhören, das Beobachten von sozialen Medien nach bestimmten Stichworten zum Beispiel, nach einem Stichwort wie Endlagerung oder Endlager, das halte ich für enorm wichtig. Die sozusagen die Digitalisierung hat ja dann den Vorteil, dass man alles auch automatisiert beobachten und monitoren kann. Und so eine Stichwort Beobachtung würde ich für enorm wichtig halten, wenn man sozusagen einen Gesamtblick über die öffentlichen Diskurse zu einem Thema wie zum Beispiel der Endlagersuche haben möchte. Denn es kann immer wieder passieren, und das erlebe ich auch oft mit den Ministerien, mit denen ich hier in Berlin arbeite, dass man sich sehr verwundert zeigt, dass in bestimmten Bereichen, in sozialen Netzwerken, auf einmal ein Hashtag oder ein Thema trennten, also ganz viel Aufmerksamkeit bekommen, und man konnte das gar nicht erwarten. Ein Beispiel, was Sie vielleicht kennen, ist das Thema des UN-Migrationspakt. Das war vor allem im letzten Jahr, und da gab es den Fall, dass einige Länder sich daraus verabschiedet haben, die österreichische Regierung zum Beispiel, Italien und auch Ungarn. Und auch in Deutschland gab es lange Zeit schon in vor allem populistischen Kreisen eine Diskussion, eine sehr stark ablehnende Diskussion zu diesem Thema. Das hat aber sozusagen in den Ministerien nie wirklich eine Wahrnehmung gefunden, und man ist in den entsprechenden Ministerien, die damit zu tun hatten, erst mal davon ausgegangen, wir müssen zu diesem Thema nicht kommunizieren, weil es interessiert ja niemanden. Aber es hat tatsächlich schon einen relevanten Anteil von Menschen interessiert, und die haben darüber kommuniziert, eben vor allem in populistischen Kreisen. Und später tauchte dann dieses Thema auch auf einer größeren medialen Bühne auf, und das hat dann viele überrascht, vor allem eben mit den Argumentationsmustern und Narrativen aus diesen populistischen Kreisen, die da schon viel länger zu kommuniziert und gearbeitet hatten. Da hatte man keinen Blick für in einigen Ministerien, und das hat sich mittlerweile ein bisschen auch verändert, dass man sozusagen nicht nur das als relevant erachtet, was in der Presse steht, was in der Süddeutschen, was in der FAZ steht und vielleicht noch im Spiegel oder in der Tagesschau lief, sondern dass man auch sich Blogs und große, zum Beispiel öffentliche Facebook-Seiten mit großen Reichweiten anschaut, die ja so unter dem Stichwort Alternativmedien laufen, was da denn an Inhalten verbreitet werden. Also sozusagen die handelsübliche Presselage tut es nicht mehr, meines Erachtens, wenn man einen Überblick über Öffentlichkeit und politische Diskurse im Gesamten kriegen möchte. Diese digitalen Plattformen haben natürlich bestimmte Mechanismen bei der Herstellung von Öffentlichkeit. Und darauf möchte ich einmal noch ganz kurz zu sprechen können. Also wie entsteht eigentlich Signifikanz und auch Relevanz in digitalen Öffentlichkeiten? Da ist das Stichwort der Aufmerksamkeitsökonomie ganz wichtig. Aufmerksamkeit und Interaktion von Menschen werden auf Plattformen wie Facebook, YouTube oder Twitter oder Instagram monetarisiert. Das ist sozusagen das Geschäftsmodell. Leute, Menschen sollen interagieren mit Inhalten. Dadurch hinterlassen sie Spuren, also Daten, die monetarisiert werden sollen. Also es geht immer darum, die größtmögliche Aufmerksamkeit zu erzeugen. Und wie schafft man das? Da gibt es schon einige Erhebungen zu. Ich zeige hier exemplarisch eine von Fanpage-Karma. Das ist ein Analyse-Tool vor allem für Facebook. Es funktioniert am besten, diese Aufmerksamkeitsgenerierung, durch Emotionen. Also emotionale Beiträge auf Facebook kriegen zehnmal so viel Interaktion wie welche, die keine emotionalen Elemente, Kommunikationsmerkmale tragen. Das muss man wissen über die Strukturen, sozusagen wie im Grunde Relevanz entsteht, wie Reichweiten entstehen auf sozialen Medien, in sozialen Medien. Aber natürlich sind auch die klassischen Massenmedien nicht ganz frei von solchen aufmerksamkeitsökonomischen Faktoren und Kriterien. Das hier ist so eine Auflistung von Nachrichtenwerten. Diese Theorie der Nachrichtenwerte gibt es schon lange in den Medienwissenschaften. die besagt, dass wenn mehrere dieser Kriterien oder je mehr dieser Kriterien, die Sie da aufgelistet sehen, erfüllt sind, desto größer die Chance, dass darüber berichtet wird in den Medien. Und interessanterweise, also da sind ja einmal einige Kriterien dabei, die auch eben sowas wie Emotionalisierung beinhalten, Dramatisierung, Konflikt. Interessanterweise gibt es hier eine hohe Deckungsgleichheit mit dem, was wir als Merkmale von populistischer Kommunikation beschreiben würden. Nämlich die kommunizieren auch sehr oft emotionalisiert, oft am Konflikt orientiert. Eine Negativität spielt hier oft eine Rolle. Also wir sehen in gewisser Weise eine bestimmte, eine gewisse Anziehungskraft, würde ich sagen, zwischen populistischer Kommunikation und auch den Relevanzkriterien, den Nachrichtenwerten von klassischen Medien. Wir haben sozusagen dieses Phänomen der Aufmerksamkeitsökonomie und Emotionalisierung nicht erst durch die sozialen Medien, aber da noch mal sehr viel verstärkter. Ein weiterer Mechanismus, ein Phänomen, was man sich meines Erachtens vergegenwärtigen sollte, gerade im Kontext von digitalen Diskursen, ist, dass wir eine sehr laute Minderheit haben, gerade wenn es um das aktivere Verhalten geht, im Umgang mit politischen Themen und Nachrichten in sozialen Medien, und eine sehr leise Mehrheit. Diese Zahlen, die Sie hier sehen, die sprechen, glaube ich, für sich. Die sind vom Hans-Bredow-Institut, aus dem Reuters-Institut Digital News Survey. Da sehen Sie, dass nur sehr wenig Leute eigentlich Artikel bewerten, das heißt zum Beispiel mit Gefällt mir markieren, dass Sie nur sehr selten, oder Menschen nur sehr selten an Umfragen teilnehmen, Artikel teilen in sozialen Medien, das machen nur 12%, Artikel kommentieren in sozialen Medien nur 10% und Artikel auf Nachrichten-Webseiten, also diese Kommentarspalte auf Nachrichtenseiten, wie Sie es vielleicht von Spiegel Online oder Zeit Online kennen, das machen sogar nur 6%. Also das ist eine sehr geringe Zahl und man sollte sozusagen hier nicht das Gefühl haben oder den Eindruck kriegen oder der Meinung sein, dass es sich hier um irgendeine Form von Repräsentativität handelt, wenn man solche Kommentare liest. Wir haben es auch mit einem Phänomen von Scheinmehrheiten zu tun, wenn es um die sozialen Medien geht, im Sinne der Parteikommunikation, also der öffentlichen Profile, öffentlichen Seiten von Parteien. Das ist eine Studie von der George Washington University, die hat zur Europawahl die Facebook-Seiten verschiedener Parteien aus dem Bundestag, alle aus dem Bundestag und noch ein paar andere analysiert und hat für die Facebook-Seiten der AfD, also da gibt es sozusagen ein ganzes Konglomerat, nicht nur die Bundesseite, sondern auch von Landesverbänden, ein sogenanntes unauthentisches Nutzerverhalten festgestellt. Die AfD, das wissen Sie wahrscheinlich, hat, wenn man sich sozusagen den Vergleich anschaut zwischen den Bundesparteien, die meisten Fans auf Facebook, aber, so legt diese Studie zumindest nahe, ist das nicht immer alles authentisches Nutzerverhalten, wenn diese Inhalte so weit verbreitet werden, wenn dort so viel kommentiert wird, geteilt wird und geliked wird, denn hier sieht man an diesen hochschnellenden Balken in dieser Grafik, dass einzelne Nutzer bis zu 70 Mal auf unterschiedlichen Seiten der AfD geleikt haben und dass diese Nutzer auch bestimmte Kriterien noch erfüllen, da geht es um Benutzername, um sozusagen, wo ist das Profil geografisch angemeldet, dass sie Kriterien von einem sogenannten unauthentischen Nutzerverhalten erfüllen, sodass man davon ausgehen muss, dass nicht alles, was wir sozusagen immer so oberflächlich über die Kommunikation, auch der AfD, auf Facebook und anderen sozialen Medien hören und wissen, dass das nicht immer alles authentisches Nutzerverhalten sein muss. Zweites Phänomen ist eine andere Form der automatisierten Informationsverbreitung. Auf Twitter gab es im Bundestagswahlkampf eine gewisse, sozusagen, Messbarkeit von automatisierten Inhalten, durch Social Bots verbreitete Inhalte, die University of Oxford hat sich damit beschäftigt. Und dieser Wert, der ermittelt wurde, ist jetzt nicht unglaublich hoch. 7,4 Prozent der Tweets, die den Hashtag zur Bundestagswahl 2017 enthielten, kamen von automatisierten Accounts laut dieser Studie. Aber es gibt dieses Phänomen und es kann immer mal wieder dann auch, auch wenn es nur sozusagen ein kleiner Prozentteil ist, dafür dazu führen, dass die Wahrnehmung, der Eindruck entsteht, dass zu einem bestimmten Thema ganz viele Menschen gerade was twittern möchten, weil besonders viele Tweets dazu sind, aber es eben vor allem durch Maschinen gesteuert wird. Und wir hatten am Wahltag zur Bundestagswahl 2017 das Phänomen, dass der Hashtag Wahlbetrug kurzzeitig trendete, also sozusagen ein Hashtag war auf Twitter, der besonders viel benutzt wurde. Und da ist davon auszugehen, dass das auch durch Maschinen, durch Social Bots mitgefördert wurde. Und es war nicht eine Stimmung, die irgendwie sozusagen verbreiteter war bei Twitter-Nutzern in Deutschland, sondern es wurde hier tatsächlich versucht, die Integrität des Wahlprozesses zur Bundestagswahl zu beschädigen, anzuzweifeln mit eben diesem Versuch, diesen Hashtag besonders weit zu verbreiten. Es sind Minderheiten, habe ich gerade gesagt, und es sind vor allem auch Scheinmehrheiten oftmals in sozialen Netzwerken. Trotzdem ist es natürlich so, dass wir in den letzten Jahren auch gesellschaftlich eine Stimmungsveränderung erleben. Und das ist auch durch repräsentative Studien gezeigt worden. Es wurde ja auch eben schon bei meinen Vorrednern angesprochen. Wir haben zum Beispiel, und das möchte ich als Phänomen jetzt abschließend noch kurz beleuchten, ein stärkeres populistisches Denken in unserer Gesellschaft. Das hat die Bertelsmann Stiftung letztes Jahr in ihrem Populismusbarometer 2018 nochmal nachgewiesen, dass es hier einen kleinen Anstieg gab bei populistischen Einstellungsmustern. Fast ein Drittel der Gesellschaft fällt darunter. Das gibt es übrigens sowohl im linken als auch im rechten Spektrum. Mehr im rechten Spektrum als im linken, aber es gibt es auf beiden Seiten. Das ist wichtig zu sagen. Und ich möchte kurz sagen, wie das gemessen wurde und hier sozusagen man Menschen als populistisch eingestellt beziehungsweise nicht populistisch eingestellt sortiert hat. Es gab insgesamt acht Indikatoren. Ich lese Ihnen mal vier Beispiele davon vor, weil die im Grunde auch sehr viel von den Phänomenen betreffen, mit denen sie sich auseinandersetzen. Der erste Indikator, die Bürger sind sich oft einig, aber die Politiker verfolgen ganz andere Ziele. Also eine Aussage, zu der zugestimmt wird oder nicht zugestimmt wird. Die Parteien wollen nur die Stimmen der Wähler. Ihre Ansichten interessieren sie nicht. Die dritte Aussage, was man in der Politik Kompromiss nennt, ist in Wirklichkeit nichts anderes als ein Verrat der eigenen Prinzipien. Und vierte Aussage, wichtige Fragen sollten nicht von Parlamenten, sondern in Volksabstimmung entschieden werden. Also es gibt hier sozusagen eine Übertragung, was man auch populistische Ideologie nennt, hin zu Items, hin zu Fragestellungen in diesem Fragebogen. Und diese Ideologie, die dahinter steckt, die besagt vor allem, oder die hat so eine Vorstellung, dass es ein homogenes Volk gäbe. Und das wird in dieser ersten Aussage deutlich, dass sich die Bürger einig seien. Ein homogenes Volk, das einer schädlichen oder schädlich handelnden politischen Elite gegenübersteht. Also politische Eliten würden vor allem in einem Eigeninteresse handeln, nicht im Interesse der Bürgerinnen und Bürger. Das ist auch Teil dieser, man nennt es dünnen populistischen Ideologie. Und es ist oft eine Forderung nach mehr direkter Demokratie damit verbunden, die eben aus dieser Wahrnehmung folgt, die Bürger seien sich ereinigt und müssten es dann selber in die Hand nehmen, weil die politischen Eliten diese Interessen nicht vertreten würden. Also wir haben diese Zunahme an populistischen Einstellungen und damit eben auch dieser Zustimmungsraten und Wahrnehmung für solche Aussagen, wie ich sie gerade vorgetragen habe. Und das zweite Phänomen, das hat Herr Meister gerade auch schon angedeutet, ist der Punkt des Vertrauens. Also dass wir einen Rückgang sehen in das Vertrauen der etablierten demokratischen Institutionen. Ich habe den Wert vom Bundestag vorhin schon mal dargelegt. Das Gleiche gilt in einem ähnlichen Maße auch für die Bundesregierung. Also wir haben da tatsächlich einen Abfall gesehen im Zeitverlauf. Das ist hier jetzt sozusagen die Bemessung vom letzten Jahr, von 2018. Und auch die Zufriedenheit mit der Demokratie insgesamt, sehen wir, hat heute Werte, die historisch auf sehr niedrigen Ständen sind. Also wir haben hier tatsächlich ein Vertrauensproblem. Gleichzeitig gibt es aber sozusagen auch einen Bedarf nach politischer Wirksamkeit. Und das ist dann wiederum auch für Sie ganz interessant, dass Leute einerseits mehr informiert werden wollen, aber durchaus auch mehr eingebunden werden wollen. Und das ist natürlich sozusagen der Kern dann Ihres Anliegens auch. Ich habe mit Interesse in diesem Eingangsvideo diesen Satz aber nicht von meiner Haustür gehört. Das ist dieses Not-in-my-backyard-Phänomen, was man auch aus der Wissenschaft kennt, was es von anderen Prozessen gibt, von anderen Themenbereichen. Ich kenne das aus Berlin, auch aus meinem Viertel interessanterweise, vom sozialen Wohnungsbau. Alle sind dafür, aber möglichst nicht direkt neben dem eigenen Gebäude, weil da soll es ja schön ruhig bleiben. Und da soll es nicht mehr Menschen und auch erst recht keine Baustelle geben. Und was aber auch einige wissenschaftliche Studien zeigen, und das drückt sich hier auch in gewisser Weise in diesen Zahlen nochmal aus, dass man durch gutes Informieren und auch mit dem frühzeitigen Einbinden von Menschen zumindest dieses Gefühl oder dieses Phänomen des Not-in-my-backyards in gewisser Weise ein bisschen eindämmen kann, weil es zumindest so etwas wie eine Selbstwirksamkeit, man könnte auch sagen Ownership, gibt bei den Menschen über den Prozess und über das Verfahren und eben nicht eine Form von Ohnmacht. Zusammenfassend, es gibt zu fast jeder Öffentlichkeit heute auch eine digitale Gegenöffentlichkeit und die würde ich Ihnen dringend empfehlen, mit zu beobachten, wenn Sie einen Prozess für die Öffentlichkeit organisieren. Die aufmerksamkeitsökonomischen Mechanismen spielen eine große Rolle. Das heißt, auch wenn Ihr Thema vielleicht mal wieder eine größere sozusagen mediale Präsenz erzeugt, dann vermutlich eher nicht so sehr, wenn alles besonders harmonisch läuft, sondern eher, wenn Konflikte anstehen und auch darauf muss man sich natürlich vorbereiten. Populistische Einstellungen sind auf dem Vormarsch. Es gibt einen Vertrauensverlust etablierter Institutionen und Akteure. Sie kommunizieren als ein solcher etablierter Akteur, also Sie müssen sozusagen hier sich selbst darüber im Klaren sein, welches sozusagen Vertrauensmaß Sie bei den Menschen haben und es gibt aber auch einen Bedarf nach politischer Selbstwirksamkeit und da stecken natürlich auch Chancen für Sie. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Meine Damen und Herren, mein Werkzeug TED-Me hat eine ganze Reihe von Fragen ausgespuckt. Es ist nicht möglich, die alle jetzt Herrn Hill hier ohne drastische Zeitüberschreitung zu stellen. Ich weise darauf hin, wir werden die dokumentieren. In der Dokumentation finden Sie die auch. Zwei möchte ich gerne nutzen. Es gibt ganz viele, ich mach das mal übergreifend zur Fragestellung, die sagen, wie beziehen wir das, was Sie gesagt haben, auf das Thema der Endlagersuche? Und ein Punkt, eine Frage stellt da die Brücke zu dem Berater von Herrn Meister her, nämlich Stichwort Aufklärung. Sie haben ja darauf hingewiesen, Herr Meister, Errungenschaften der Aufklärung war, glaube ich, eine Formulierung, die Sie benutzt haben. Und hier ist die Frage, bei der Information zur Endlagersuche geht es ja vor allen Dingen um Aufklärung, wenn auch im anderen Sinne. Heißt Ihre Analyse, dass das angesichts der emotionalen Mechanismen nutzlos ist? Ich beantworte erst mal die erste Frage. Das waren die Implikationen, also konkret für sozusagen die Kommunikation, die Öffentlichkeitsbeteiligung zur Endlagersuche. Ich glaube, dass in meiner letzten Folien der Zusammenfassung ein ganz wichtiger Punkt ist, dass man sich erst mal ein gutes Monitoring-System anschafft. Also ich habe dieses Stichwort Social Listening vorhin schon genannt, dass man sich erst mal darüber bewusst gibt, was äußernden Menschen in öffentlichen Diskurssphären, also sozialen Netzwerken in dem Fall, zu diesem Thema. Und das halte ich für ganz wichtig, weil ich das immer wieder erlebe, dass in Ministerien oder Bundesämtern noch kein Standard ist, zu analysieren, was zu eigentlich den eigenen Kernthemen gesagt wird von der Öffentlichkeit in diesen Sphären. Und man dann überrascht ist, wenn so ein Hashtag, der mit dem eigenen Thema zu tun hat, plötzlich ein Trend ist auf Twitter. So was kann man antizipieren, so was kann man sozusagen vorher analysieren und ist dann besser gewappnet. Ich glaube sozusagen, um auf diese zweite Frage noch einzukommen, dieses Thema des Vertrauens und wie erreiche ich eigentlich Menschen, die hängt sehr stark zusammen. Wir brauchen, glaube ich, für die Kommunikation den sogenannten, ich muss jetzt leider wieder so ein Fachwort benutzen, Trusted Messenger nennt man das in der Kommunikation. Menschen glauben vor allem Akteuren, die sie für glaubwürdig einschätzen. Und das ist eben nicht sozusagen bei allen Menschen per se das Bundesamt, das muss man, glaube ich, so selbstkritisch und ehrlich und selbstoffen sagen, sondern das sind vielleicht dann Akteure vor Ort, die zu dem Thema schon lange arbeiten, wo jemand sieht, ja, der engagiert sich hier schon lange und dann sollte man diese Personen als Mittelsperson ansprechen, um sozusagen eine größere Gemeinschaft, eine Gemeinde oder einen Stadtteil oder wie auch immer zu erreichen. Also man muss sich in der Kommunikation, glaube ich, klar sein, wer ist ein Trusted Messenger und da ist man grundsätzlich als so etablierter politischer Akteur erstmal, hat man nicht den größten Vertrauensvorsprung. Deswegen, glaube ich, muss man sich diese Akteure suchen. Das können, wie gesagt, lokale Leute sein, das können in sozialen Medien sowas wie Influencer sein. Junge Leute sind ja auch eine Zielgruppe von ihnen. Da gibt es, Sie wissen das, Leute wie Rezo oder LeFloid, die ja offenbar viel besser als Politiker und Politikerinnen junge Leute und Zielgruppen erreichen. Und man muss mit diesen Menschen zusammenarbeiten, die sogenannte Brücken bauen können in der Kommunikation. Letzte Frage für diese Runde. Sie haben ja darauf hingewiesen, dass ungefähr 60 Prozent, wenn ich mir die Zahl richtig gemerkt habe, Nachrichten über Freunde und Bekannte empfangen und nicht aus anderen Medien. Und ich habe dann überlegt, was heißt das für mich selber? Also wenn ich jetzt mal mich als Sender betrachte, zum Beispiel über diese Veranstaltung hier berichte, dann werden einige aus meinem Bekannten- und Freundeskreis das vielleicht bewusster wahrnehmen. Ich habe daraus aber auch mitgenommen, dass die noch mehr zuhören, wenn ich es emotional mache. Das heißt, soll ich jetzt vor allen Dingen meinen Ärger über einzelne Punkte der Veranstaltung oder meine Begeisterung über bestimmte Vorgehensweisen schildern? Also ich glaube, wir sollten nicht den Fehler machen, dass sozusagen dieses Prinzip der Emotionalisierung jetzt für jede Form der Kommunikation, auch der zwischenmenschlichen Kommunikation, der Goldstandard ist, um Leute zu überzeugen. Also das erstmal ist nicht so. Aber ich glaube, dass es immer bei Kommunikation auch um die Herstellung von Betroffenheit geht. Und wenn Sie darüber reden mit Bekannten und Freunden, dann müssen Sie dieses Thema erstmal relevant machen für Ihren Gesprächspartner oder Ihre Gesprächspartnerin. Und wir haben ja vorhin den Appell schon an Verantwortung und so weiter gehört. Vielleicht geht es darüber. Ich bin mir in diesem Fall nicht ganz sicher. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig. Die Herstellung von Relevanz von persönlicher Betroffenheit. Und das funktioniert im persönlichen Gespräch auch sehr gut. Das kann besser funktionieren als über eine Broschüre, als über ein Video oder wie auch immer. Also die zwischenmenschliche Kommunikation hat im Grunde eine sehr starke Überzeugungs- und Wirkungskraft. Das sollte man sich immer wieder auch bewusst machen. Und deswegen ist diese Zahl auch interessant von den 60 Prozent. Und das heißt für alle, die sich mit diesem Thema beschäftigen, man sollte es nutzen. Und man sollte sozusagen auch sich Gedanken darüber machen, wie man im Freundes- und Bekanntenkreis über dieses Thema spricht. Man hat nämlich Einfluss. Danke Ihnen. Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen zur Podiumsdiskussion der Endlagerstandort Held oder Verlierer. Mein Name ist Vanya Budde. Ich bin freie Journalistin und Moderatorin. Arbeite im Moment hauptsächlich fürs Deutschlandradio als Korrespondentin. Ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich, trotz langer Stunden in den Panels hier sind, an einem Abend, an dem es um diejenigen gehen soll, die in nicht allzu langer Zukunft dann mit dem atomaren Endlager vor ihrer Haustür werden leben müssen, während wir anderen, der Rest der Nation, erleichtert aufatmen können. Das finde ich prima. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass die Podiumsdiskussion auch live im Internet übertragen wird, auf der Homepage der BFE. Und Sie können sich auch, wenn Sie hier im Saal sitzen, aber auch draußen an Ihren Laptops und iPads an der Diskussion beteiligen, indem Sie unten, da gibt es so einen Frage-Button, draufklicken, dann können Sie uns Fragen stellen. Wir werden versuchen, die aufzugreifen, werden das wahrscheinlich nicht bei allen Fragen schaffen, aber die werden dann alle in der Dokumentation aufgelistet und kommen also nicht weg. Und es wäre sehr hilfreich, wenn Sie dazu schreiben, an wen der Ansprechpartner, die ich Ihnen gleich kurz vorstellen möchte, Sie Ihre Frage richten. Auf dem Podium begrüße ich ganz herzlich Rita Schwarzelühe-Sutter, parlamentarische Staatssekretärin im Bundesumweltministerium, aus dem Bundestag herbeigeeilt, wo heute sehr viel los ist. Ganz herzlichen Dank dafür. Frau Schwarzelühe-Sutter leitet auch den Aufsichtsrat der Gesellschaft für Reaktorsicherheit, ist also tief im Thema drin. Dann begrüße ich auf der anderen Seite des Podiums Sabine Thümler, Sie ist Sprecherin der Berliner Stadtreinigung, hat nun nicht täglich mit hochradioaktiven atomaren Abfällen zu tun, aber sie kennt sich aus in der Frage, wohin mit Hinterlassenschaften der Allgemeinheit, wer macht das, inwiefern muss man diese Menschen wertschätzen und wie kommuniziere ich das auch, dass ich den Müll aus der Stadt entferne und wie kann ich auch an die Berliner appellieren, sich damit für verantwortlich zu fühlen, also durchaus verwandt mit dem Thema Endlagersuche, wenn auch in einem etwas weniger gefährlichen Maßstab. Ich begrüße Jürgen Trittin, Bundestagsabgeordneter der Grünen, auch aus dem Parlament zu uns gekommen. Ganz herzlichen Dank dafür. Herr Trittin war von 1998 bis 2005 Bundesumweltminister im Kabinett Schröder und hat 2000 das Moratorium verkündet für Gorleben und damit für den Stopp der Erkundung gesorgt. Erstmal als Moratorium, was dann später bestätigt wurde, kennt sich also mit der Problematik des Endlagerstandortes auch sehr gut aus, hatte jahrelang mit den Protesten um Gorleben zu tun. Und man kann auch sagen, dass seine Partei, die Grünen, aus den Protesten im Wendland geboren wurden. Mit der Deutschen Bahn mutig angereist. Ich bin sehr froh, Sie hier zu sehen. Olaf Schulze, Bürgermeister von Geesthacht. Gut durchgekommen, extra für diese Podiumsdiskussion aus Geesthacht angereist. Und Kiel, ganz herzlichen Dank dafür. Sie sind Bürgermeister eines AKW-Standortes. Das mittlerweile stillgelegte Kernkraftwerk Krümmel steht vor Ihrer Haustür. Und nicht nur das, Sie beherbergen auch ein Zwischenlager und kennen die Problematik des Zwischenlagerstandortes. Sie warten sehnsüchtig auf das Endlager. Und Sie können uns schildern, auch die emotionale Seite, wie lebt man mit dieser strahlenden Fracht vor der Haustür, welche Ängste und Sorgen haben die Menschen. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie gekommen sind. Und Herr Schulze saß auch zehn Jahre lang im Schleswig-Holsteiner Landtag für die SPD und war dort der energiepolitische Sprecher. Ganz herzlich begrüße ich auch die Gastgeber, die Vertreter von BFE und BGE und die Damen und Herren Bundestagsabgeordneten. Wie Sie sehen, haben wir zwei Sitze frei. Das liegt nicht daran, dass Gäste abgesagt haben kurzfristig, sondern die sind für Sie. Also nehmen Sie hier Platz, diskutieren Sie mit. Es werden hier keine Vorträge gehalten, sondern das Thema geht uns alle an. Und wer sich beteiligen möchte, findet hier Platz und kann mitdiskutieren. Und ich hoffe auf rege Beteiligung. Der Slogan über diesen Abend, Standort, Held oder Verlierer, Herr Schulze, wie sehen Sie das? Ist das die richtige Formulierung? Fühlt man sich, als hätte man den Schwarzen Peter gezogen, wenn man in einer Gemeinde ein solches Zwischenlager beherbergt? Und was haben Sie vielleicht auch für eine Botschaft an diejenigen, die dann Endlagerstandort werden und sich ja auch nicht wirklich dagegen wehren können? Das ist dann ein Parlamentsbeschluss, mit dem man dann leben muss. Wie empfinden Sie das, die Rolle von Geesthacht mit AKW-Krümmel und dem Zwischenlager vor Ihrer Haustür? Vielleicht können Sie uns auch so ein bisschen die Stimmung in Geesthacht schildern. Ja gut, Verlierer, also die Stadt Geesthacht hat ja vor einigen Jahrzehnten dafür gestimmt, ein Atomkraftwerk zu bekommen. Also insofern kann man jetzt natürlich auch nicht sagen, dass wir die gleiche Situation haben, die vielleicht dann die Gemeinde hat, die ein Endlager bekommen wird, weil das doch noch eine andere Situation ist. Aber die Frage, die in Geesthacht, und ich glaube bei allen Standortgemeinden schon gefragt wird, oder die Frage, die sich auftut, wird es jetzt bei uns aus einem Zwischenlager ein Endlager? Und wir werden 40 Jahre Zwischenlager auf jeden Fall sein. Davon kann man ja ausgehen, weil vor 2050 wird es kein Endlager geben. Die Genehmigung bei uns läuft bis 2048, also da wird es dann auch noch spannend sein, was passiert eigentlich danach. Und die Angst ist schon groß, dass irgendwann man doch sagt, Edgy Badge, ihr werdet jetzt Endlager oder ihr behaltet das. Und die Befürchtung ist da, wird auch immer wieder nachgefragt. Und was tut ihr dagegen, dass das hier nochmal irgendwann Endlager wird? Weil natürlich auch versprochen wurde, als man damals gesagt hatte, ja, man wird Standort, dass die Endlagerfrage gelöst ist. Und man gesagt hat, ihr, wenn abgeschaltet wird, danach gehen dann auch die Brennstäbe ins Endlager. Und das ist natürlich jetzt nicht der Fall. Und deswegen ist die Angst schon da, dass auch dann, was kommt nach 2050, was passiert dann? Und ich glaube, der Standort für das Endlager, da werden wir noch sehr viel werben müssen. Denn so eine einfache Geschichte wird es nicht, dass man sage, ich glaube, die Gemeinden werden nicht Schlange stehen. Und so wie in Schweden vielleicht, wo man darum kämpft, das Endlager zu bekommen, das wird es in Deutschland, glaube ich, nicht geben. Und deswegen, die Diskussion müssen wir schon führen. Und da, glaube ich, müssen wir auch für Akzeptanz werben. Ja, auf Schweden kommen wir vielleicht später noch mal, warum das da so anders ist und man sich geradezu danach drängt, Standort zu werden. Rita Schwarzelühe-Sutter, Sie sind auch persönlich, emotional und ganz konkret betroffen, nicht nur, weil Sie Staatssekretärin, vielleicht kriege ich im Laufe des Abends dieses Wort nochmal raus, Staatssekretärin im Bundesumweltministerium sind und mit dem Thema beruflich befasst, sondern auch ganz privat, weil Sie Ihren Wahlkreis in Baden-Württemberg haben, in Waldshut. Das liegt unmittelbar an der Grenze zur Schweiz und nicht nur das, gleich gegenüber auf der anderen Seite des Rheins, des Hochrheins, steht das Schweizer AKW Leibstadt. Und das ist nur eines von mehreren am Hochrhein. Da gibt es auf der Schweizer Seite so einige und nicht nur das, auch die Schweiz sucht, genau wie wir im Moment einen Standort für ein Endlager für den atomaren Müll und Ihre Heimatregion, die Grenzregion zu Deutschland, ist da im Fokus aufgrund der Gesteinsformationen. Wie gehen Sie mit dem Thema um? Denken Sie da jeden Tag dran? Macht Ihnen das Sorgen? Inwiefern ist das in Waldshut ein großes kommunalpolitisches Thema? Naja, das ist kein neues Thema. Wir haben durch die Schweiz, wir haben schon seit 1967, 69, quasi Atomkraftwerke. Es hat ja einen traurigen Geburtstag gerade gefeiert, 50 Jahre AKW Betznau. Alle Atomanlagen, ich sage jetzt wirklich, alle Atomanlagen sind in direkter Grenznähe. Es sind die ältesten AKWs, das Leibstadt ist das neueste. Es sind mehrere Zwischenlager, es hat einen Plasmaofen zur Konditionierung und es ist in der Region, wo das Endlager gesucht wird. Das Endlager zuerst war in einer ganz spezifischen Region, ganz geschickt, um Schaffhausen. Schaffhausen hat so eine Enklave, da gibt es ein kleines Grenzgebiet. Man kann sagen, vom politischen Widerstand war das schon geschickt ausgewählt. Das hat natürlich auch entsprechend Widerstand auf deutscher und auf Schweizer Seite hervorgerufen. Das war Banken und man hat dann die Schweizer auch nach dem AKN-Bericht damals gesagt, naja, nach welchen Kriterien sucht man eigentlich ein Endlager nach dem kleinsten politischen Widerstand oder ob es tatsächlich sicher ist. Und die Schweiz hat sich dann tatsächlich auf den Weg gemacht, auf den Weg einer weißen Landkarte. Und ich dachte dann immer, naja, Opalinuston gibt es auch Richtung Bern. Leider sind aber alle Standortregionen direkt an der deutsch-schweizer Grenze. Kann man sagen, zufällig, wir haben eine Expertenkommission Schweizer Tiefenlager für die deutsche Seite. Das sind deutsche Experten, Vertreter vom Öko-Institut, KIT. Das haben wir am Ende von Herr Trintins Regierungszeit ins Leben gerufen. Die sind auch von uns vom BMU finanziert, die den deutschen Kommunen und dieser Begleitgruppe auf deutscher Seite beistehen, um auch den Expertenrat zu geben. Die sagt, es ist nachvollziehbar anhand der Kriterien, dass die Schweizer diese Standortregionen ausgewählt haben. Aber was sagen denn die Menschen in Walzhut, die täglich das Ding auf der anderen Seite sehen, vielleicht sich Sorgen machen um die Qualität des Grundwassers? Es steht unmittelbar am Rhein. Ist das in Walzhut ein tägliches Thema? Spricht man beim Bäcker drüber? Oder wenn Sie sagen, das steht da schon seit 50 Jahren, man hat sich daran gewöhnt und hofft das Beste? Es ist so ein gewisser Gewöhnungseffekt. Und solange noch nicht definitiv die Entscheidung steht, wo jetzt genau das Endlager hinkommt und solange da noch nicht der Bagger anrollt, ist eine relative Ruhe. Wir waren ja vor Ort mit dem BFE, haben eine Informationsveranstaltung gehabt. Die Halle ist jetzt nicht aus den Nähten geplatzt. Das ist eigentlich schon so ein Punkt, wo ich sage, je früher man sich beteiligt, desto besser, weil man natürlich dann auch mitreden kann, wie sicher wird das ausgestaltet, was für ein Endlagerkonzept wird tatsächlich auf den Weg gebracht, wie sind die Behälter und man kann frühzeitig mitreden Wir haben jetzt noch drei Standardregionen, sind jetzt auf zwei dann eingegrenzt und dann geht es schon jetzt in die Schlussphase und am Ende des Tages ist es so gut wie sicher, dass auch dort das Endlager in deutscher Grenznähe hinkommt. Die Leute selber haben eher so die Befindlichkeit im Süden der Republik. So, wir haben die Atomatlagen, wir haben kein Enddatum, wir haben keine Laufzeitenbegrenzung, wir kriegen den Atommüll, wir haben den Flughafen Zürich und wenn man dann als deutsches Umweltministerium sagt, wir wüssten doch gerne mal, wann das älteste Kraftwerk abgestellt wird und ob es jetzt wirklich 60 Jahre laufen soll, dann erntet man dann einen extremen Shitstorm aus der Schweiz. Weil sie das nichts anginge? Weil uns das natürlich nichts angeht und weil wir da reinstehen, aber Radioaktivität kennt keine Grenzen und deswegen finde ich schon, darüber muss man reden und nämlich, wenn man über Endlagerung spricht, ist die Voraussetzung, dass man auch mit der Atommüllproduktion aufhört und irgendwann muss man das auch mal dann benennen, wann der Zeitpunkt tatsächlich da ist. Das heißt, Walzhut in Baden-Württemberg hätte in dem Fall den doppelten Schwarzen Peter, es ist das andere Land, aber man kriegt es voll ab. So, wir haben eine gewisse Mitsprache, aber nicht diese Mitsprache, wie wir das bei uns im Standardauswahlgesetz vorgesehen haben. Herr Trittin, die Grünen haben ja Jahrzehnte für diese ergebnisoffene Suche nach einem neuen Endlagerstandort gekämpft. Die Systematiker Carte Blanche, die haben Sie immer sehr begrüßt und gelobt. Klar ist aber auch, eine Kommune wird es treffen, die haben dann das atomare Endlager vor ihrer Haustür. Es wird vielleicht sehr wahrscheinlich nicht Gorleben sein, aber jemand anders. Ist diese Kommune dann das Opfer und auf der Verliererseite oder gibt es auch Vorteile, die man als Endlagerstandort hat, die Sie zum Trost der Getroffenen in der Zukunft hier aufzählen könnten? Also ich halte es für ziemlich unwahrscheinlich, dass der Ort, an dem das stattfinden wird, so die gleiche emotionale Haltung entwickelt wie jetzt Grünheide zur Tesla-Fabrik. Obwohl wahrscheinlich mehr Geld investiert werden wird, deutlich mehr. Das ist so und das hat etwas damit zu tun, dass man auf der einen Seite, anders als bei der Produktion von modernen elektrogetriebenen Autos, nicht eine Aufgabe hat, die in die Zukunft weist, sondern man wickelt etwas aus der Vergangenheit ab. Und das hat dann auch nur eine begrenzte Perspektive. Und das Zweite ist, wir beschäftigen uns mit der Deponierung des gefährlichsten Mülls der Welt. Und der soll, das ist ja Ergebnis der diversen Endlagerprozesse, an einem Ort untergebracht werden, da eine langfristige Sicherheit von einer Million Jahre ist. Also da sieht man schon die Belastung draus, deswegen, ich glaube schon, dass man, das sagen auch die Erfahrungen aus Schweden, Finnland, anderswo, eine bestimmte Bereitschaft haben kann, aber die Bereitschaft, das zu übernehmen, ist etwas, wofür man auch ein Stück Kompensation haben möchte. Und das halte ich für völlig korrekt. Das setzt aber bestimmte Dinge voraus. Das Erste, hat Rita Schwarzer, die Süda schon gesagt, also so wie es in der Schweiz läuft, wir suchen mal eine Endlager, aber produzieren weiter schön Atommüll. Also ein wesentlicher Punkt, den wir erreicht haben, war, dass wir gesagt haben, mit dem Ausstieg aus der Atomenergie, mit der Begrenzung der Laufzeiten, haben wir auch eine Definition, wie viel Müll überhaupt gelagert werden muss. Das zweite Wichtige, man muss diesen Prozess rausnehmen aus der politischen Willfährigkeit. Wer sich die Geschichte von Gorleben anschaut, der weiß, dass vor der Festlegung auf Gorleben, übrigens damals auch so ein ganz kleines Stück, fast so eine Enklave auf dem Gebiet der DDR, es gab ja damals zwei deutsche Staaten, dass eigentlich ein ganz anderer Standort favorisiert war. Das war in der Nähe von Celle. Da wohnte aber der damalige Ministerpräsident, Ernst Albrecht, mit seiner Tochter, Ursula von der Leyen. Und plötzlich war Gorleben da. Und genau diese Form von politischer Willkür, wenn jetzt also zum Beispiel die Fachökologen Markus Söder und Hubertus Aiwanger in Bayern sagen, in Bayern ist alles ungeeignet. Das ist etwas, was diejenigen, die dann am Ende gefragt werden sollen, ob sie einer von den beiden dann tatsächlich untersuchten oder drei untersuchten Standorten sein werden, zu Recht ablehnen werden. Weil dann sind sie Opfer für den Willkür. Und deswegen kommt es so entscheidend auf den Prozess bis dahin an. Das ist der entscheidende Punkt. Wenn man so etwas neben der Kompensation wie ein Mindestmaß an Akzeptanz hat, deswegen muss das ein Prozess sein, der ergebnisoffen geführt wird, von einer weißen Landkarte ausgibt und das müssen fachliche Kriterien sein und nicht Koalitionsvereinbarung weder in Bayern noch in Sachsen. Sabine Thümler, die Kollegen der Berliner Stadtreinigung sind das, Helden des Alltags, weil die das machen, was Herr Trittin eben angesprochen hat, nämlich einen Job für die Allgemeinheit und irgendjemand muss es machen und finden sie die Begrifflichkeit angemessen, Held oder Verlierer oder wie sehen sie das mit Blick auf das Endlager? Ja, also ich ganz persönlich und wenn ich mich selber frage, finde meine Kolleginnen und Kollegen von Müllabfuhr und Straßenreinigung natürlich als Helden, wir kommunizieren das aber nicht so, weil für uns der wesentliche Punkt daran liegt, wenn wir, wir reden ja von der Berliner Stadtreinigung, wenn wir ein lebens- und liebenswertes Berlin haben wollen, dann müssen wir alle etwas dafür tun und für uns war halt der Punkt zunächst mal zu sagen, was tun wir als Unternehmen denn dafür, auch vor dem Hintergrund, wir gehören allen Berlinerinnen und Berliner, wir sind ein 100% landeseigenes Unternehmen und insofern, es gab immer auch mal bei den Agentur-Pitches, wie das so schön heißt, also wenn wir unsere Kampagnen ausgeschrieben haben, immer mal wieder die eine oder andere Agentur, die dann auch von Helden des Alltags, Helden in Orange gesprochen hat, geht heute schon gar nicht mehr, wir müssen, Helden kann man nicht gendern, ganz doof und wenn man es nicht tut, wird es zu lang, Heldinnen und Helden des Alltags, klingt dann auch nicht mehr so dolle, so dass ich den Begriff für uns schwierig finde, ich finde ihn, beide Begriffe im übrigen Helden und Verlierer, aber ich glaube, das ist auch nie die Absicht, das wirklich so zu kommunizieren, aber Sprache verselbstständigt sich dann ja manchmal auch für die Kommunen, die dann Endlagerstätten, Kommunen sein sollten und würden, finde ich beides falsch, also ich finde auch da wäre das, was ich eben gesagt habe, wir haben ein Thema aus der Vergangenheit und wir müssen es gemeinsam lösen, jetzt können wir das aber nicht irgendwie gleichmäßig über Deutschland verstreuseln, aber im Sinne des Gemeinwohls und des Nutzens aller wird hier jemand etwas tun müssen, so wie wir als BSR eben auch bestimmte Sachen tun und ich glaube, da kommt es im Wesentlichen darauf an, dass die Wertschätzung da ist, deshalb wird die Kommune trotzdem nicht Hurra schreien und ja, bitte alles zu uns, aber dass es die Wertschätzung gibt aus dem Rest der Republik und nicht das Gott sei Dank, wir sind das Thema los, großes Aufatmen und jetzt gucken andere, wie sie damit fertig werden, also und das auch immer wieder zu kommunizieren, das ist eine Gemeinschaftsaufgabe und ich glaube, die ist vielleicht in Deutschland ein bisschen einfacher, wenn die Grabenkrieger, also ich gestehe es jetzt mal ehrlich, ich habe auch gegen Gorleben protestiert, ich habe in Hannover studiert und ich fand das semi-toll, wobei bei den Protesten ging es ja gar nicht unbedingt um das Zwischenlager oder überhaupt die Lagerung, sondern das war die Anti-Atomkraft Bewegung insgesamt, so den ersten Schritt, der erste Schritt ist gemacht, wie gesagt, Ausstieg aus der Atomenergie, Laufzeitbegrenzung und jetzt muss eben der zweite Schritt her und ja, mit viel Wertschätzung und ich glaube nochmal zusammenrücken aller, auch was dann die Kompensation angeht, die wir dann hoffentlich alle auch machen und dann ja, wird es sicherlich möglich sein. Ich denke, zur Kompensation kommen wir noch etwas später. Sie haben zwei Dinge angesprochen, Wertschätzung, wir sind uns einig, wir müssen für Akzeptanz sorgen in diesem Verfahren, ganz wichtig ist die Sprache und Sie erwähnten die Pitches der PR-Agenturen, Sie haben ja eine ziemlich geniale, ich weiß nicht, wie viele von Ihnen aus Berlin sind und diese sehr witzige und sehr coole Kampagne der Stadtreinigung kennen, da haben also die Müllautos sehr, sehr witzige Namen, Brief, die Mülleimer werben dafür, ich bin hier bereit für dich, der Mülleimer immerhin liebt dich, fütter mich, also wirklich cool und witzig und ich habe den Eindruck, die BFE hat sich das zum Vorbild genommen, denn dieses ist auch relativ, Schatz, bringst du mal bitte den Müll runter, geht so in die Richtung, Frau Thümler, kommt Ihnen bekannt vor? Ja? Ist fast von uns abgeguckt, bei uns steht auf dem Auto, Schatz, ich bring mal eben den Müll weg. Haben wir hier ein gewisses Urheberrechtsproblem, das wollen wir nicht näher vertiefen? Nein, nein, nicht schützenswert. Ist denn Humor, Frau Thümler, das Mittel der Wahl, weil, wie gesagt, bei Ihnen geht es ja nicht um hochgefährliche Hethritin, sagte es die gefährlichsten Stoffe der Welt, sondern um Apfelkitschen und Hausmüll. Würden Sie dem BFE anraten, bei dieser Kommunikationsstrategie zu bleiben, um für Akzeptanz, wenn schon nicht Begeisterung der Standortkommune zu sorgen? Wie schätzen Sie das ein? Wie wichtig ist auch die Sprache und die Vermittlung dieses Themas, was im Herbst kommenden Jahres spätestens bei den Bürgern ankommen wird? Also ich habe mal in den letzten Tagen und mal bei mir in einer Firma rumgefragt, bei Ingenieuren, bei Menschen, die im Bereich Energie, Innovation, Umwelt tätig sind bei uns, ob sie von diesem ganzen Prozess eigentlich schon was mitbekommen haben. Die Antwort war meistens nein. Der eine oder andere kannte auch dieses Gesetz zum Beispiel noch gar nicht, dass es das überhaupt gibt und ich glaube, in so einem Moment, wo in der Breite der Bevölkerung, da ist das, glaube ich, ein sehr untypischer Ausschnitt, Entschuldigung, wenn ich das so sage, von Menschen, die hier sitzen, die sich ja mit dem Thema alle auseinandersetzen, aber die breite Bevölkerung eben noch nicht. da ist es, glaube ich, gut und richtig auf das Thema als solches auch mit dem Augenzwinkern und mit einem gewissen Humor aufmerksam zu machen. Ich bin der festen Überzeugung, dass es einen Punkt in diesem Prozess gibt, in dem Humor dann nicht mehr als Humor wahrgenommen wird, sondern als wollen die mich veräppeln. Also das ist eine ganz heikle Gratwanderung, bis wohin kann ich das machen? Auf der Tasche, ich habe mir auch eine mitgenommen, muss ich ehrlich sagen, finde ich das toll. Um auf das Thema aufmerksam zu machen, finde ich es toll. Gerade, glaube ich, auch bei Leuten, die früher mal nur diese gelben Knöpfe mit dem Atomkraftzeichen und dem Nein-Danke darunter getragen haben. Aber da sehr vorsichtig vorzugehen und das dann in einem ernsteren Tonfall informativ, aber vor allen Dingen auch in Richtung von es ist unsere gemeinsame Aufgabe und wir müssen sie gemeinsam lösen und unterschiedliche Bestandteile der Bundesrepublik werden dabei unterschiedliche Aufgaben wahrnehmen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man da diese Gratwanderung findet, irgendwann zu sagen, so jetzt, es geht nicht mehr mit Humor. weil die Stoffe zu gefährlich sind und die Ängste der Menschen zu groß und das ein hochemotionales Thema ist. Sie sagten, es ist eine gemeinsame Aufgabe, wir müssen sie gemeinsam lösen. Nun gibt es aber die ersten Querschüsse gegen den Konsens der Endlagerkommission, dass es eine carte blanche geben soll. Thüringen, Sachsen, die ersten Bürgermeister und in Bayern steht es sogar im Koalitionsvertrag, dass ihr Land nicht geeignet sei als Standort für ein atomares Endlager. Auch die ersten Kommunen gehen auf die Barrikaden und wenn der Zwischenbericht im Herbst kommenden Jahres veröffentlicht wird, welche Regionen in Frage kommen, wird sich, denke ich, dieser Protest noch deutlich verschärfen. Herr Trittin, ist das für Sie verständlich, dass Bürgermeister, Landräte sich ihrer Bevölkerung eher verpflichtet fühlen und vielleicht auch mit Blick auf künftige Wiederwahlchancen sagen, bei uns nicht. Sie haben den Protest in Gorleben jahrelang hautnah miterlebt, waren für das Thema zuständig. Wie sehr ist das menschlich verständlich, aber sehr, sehr schwierig, weil es die Grundlage dieses neu gefassten Verfahrens angreift, was ja nur funktionieren kann, wenn alle mitmachen, weil es sonst als ungerecht empfunden wird. Ich weiß nicht, ob die Widerstandserfahrung in Gorleben die Furie für den künftigen Prozess gibt. Gorleben, da haben Sie ja zu Recht darauf hingewiesen, war eben nicht nur Endlagerstandort, zeitweilig geplanter Standort für eine Wiederaufarbeitungsanlage, die dann aus politischen Gründen nicht gebaut werden konnte, die ist verhindert worden. Gorleben hat auch eine zentrale Rolle gespielt bei der Frage des Ausstiegs aus der Atomenergie, weil man eben gesagt hat, jedes Atomkraftwerk hat als Bestandteil seiner Genehmigung einen Entsorgungsnachweis und in Gorleben nageln wir denen den Mors zu und irgendwann wird der Druck so groß, dass die aufhören. Das war sozusagen ebenfalls Bestand. Das war nicht nur die Frage der Entlagerung, sondern auch der Versuch, über den Ausweg den Müll, den Betrieb der Anlagen zu kippen. Ich würde eher blicken auf andere Infrastrukturprojekte und dort auf die Erfahrungen, die man mit Bürgerinnen und Bürgerbeteiligung hat. Und das, was wir hier jetzt erleben, ist in meinen Augen nicht so unnormal. Wir haben in vielen solcher Infrastrukturen, da können Sie von Straßenbau bis zur Errichtung von Windparks gehen, häufig die Situation, solange man sich in einem Bereich der großräumigen oder Stromleitung, großräumigen Festlegung von Trassen angeht, treffen Sie auf breite Konsense, sind alle dafür. Und in dem Moment, wo Sie aus der großrächtigen, wo sozusagen der Korridor nur festgelegt wird, reingehen in die konkrete Planung, da ist dann plötzlich das und das ist übrigens der Zeitpunkt, wo häufig bestimmte Beteiligungsrechte, die wir in unserem Planverfahren ja vorgesehen haben, schon durchgelaufen sind. Man kann also gar nicht sagen, da hätte es keine Möglichkeit zur Beteiligung gegeben, sondern die ist sozusagen Mangels Interesse, sind da auch die Chancen nicht wahrgenommen. Das sage ich nicht vorwurfsvoll, sondern nur vor der Ebene der Erfahrung, die man gemacht hat. Und natürlich werden wir den Ersten sozusagen größere Aufmerksamkeit haben, wenn die Gebiete ausgeschlossen werden, die offensichtlich nach den Kriterien, die übrigens in einem parteiübergreifenden Konsens auch mit der CDU, mit der CSU, das ist in einer schwarz-gelben Regierung, mit einer übergreifenden Kommission, Peter Altmaier war dabei, Sigmar Gabriel, die FDP, alle haben das an dieser Stelle mit, diese Kriterien, nach diesen Kriterien ungeeignet sind. Das sind natürlich aus Sicht vieler sagen, okay, wir sind jetzt raus, dann dürfte sich die Empörung um Grenzen halten, aber die Festlegung dann von Teilgebieten, in denen sozusagen geeignet hat, das wird, glaube ich, für mehr Aufmerksamkeit sorgen und deswegen tue ich mich auch schwer mit diesem Begriff so Akzeptanz. Akzeptanz ist sowas, wie ich finde, Schlüpfrügers, wo man also im Wesentlichen über die Formen redet und nicht über den Inhalt. Es geht nicht um Akzeptanz, es geht, so ist dieser Prozess im Standortauswahlgesetz angelegt, um tatsächliche Beteiligung, um Einbringen und auch nicht, dass am Ende des Tages der Bundestag sagt, wir haben euch jetzt schön angehört und jetzt entscheiden wir, sondern es sind detailliert einzelne Schritte festgelegt, wie das zu funktionieren hat. Das ist mehr als Akzeptanz, sondern es ist der Versuch, tatsächlich für diesen sehr komplizierten Prozess echte Beteiligung zu organisieren, aber ich erwarte, dass die Beteiligung an der Beteiligungsmöglichkeit erst mit einer weiteren Konkretion eintreten wird. Gibt es hier Meinungen aus dem Publikum, die uns hier vorne joinen wollen und mitmachen wollen? Es geht nicht um Akzeptanz, sondern wir sprechen von echter Beteiligung und am Ende wird man auch gefragt, ob man es machen möchte und hat eine Chance, Nein zu sagen. Möchte sich da jemand von Ihnen hier zu uns gesellen und sich beteiligen? Ja, bitte. Passen Sie bitte auf die Stufe auf, die ist ziemlich hoch. Wo es sie mehr hinzieht, links oder rechts? Ich komme zum Müll. Sehr charmant. Wenn Sie sich kurz vorstellen möchten. Jan Christian Lewitz, ja, ich bin selbstständig, bin aber jetzt hier für die Nichtregierungsorganisation Kerntechnische Gesellschaft Ost. Nur für Ost, für den Rest darf ich nicht sprechen. Ich habe immer gesagt, ich bin Atommüllmann, deshalb sitze ich auch gerne hier. Aber Ost und West sind doch wieder vereinigt, Sie sprechen für uns alle. Ja, nee, aber ich darf nur von Ost bis Erzgebirge sprechen, weil wir fünf Sektionen haben. Um Gottes willen. Das meine ich damit, okay. Und mein Vorstand Ost hat gesagt, du darfst heute hier sein und die anderen habe ich nicht gefragt, deshalb kriege ich vielleicht morgen Ärger, aber das ist egal. Wie ist Ihre Meinung? Ist wahre Beteiligung in diesem Verfahren gegeben und deswegen das Werben um Akzeptanz nicht nötig? Nee, Akzeptanz wird ja immer gebraucht und zwar alle gesellschaftlichen Akteure und darf ich zum Verfahren was sagen, ja, weil es ja das lernende Verfahren ist und auch gewisse Technologieoffenheit sein soll. Ich habe das schon mal gesagt, weiß nicht, ob der Herr König noch da ist, der hat das letztes Jahr im Juni, Juli gehört in Dresden. Hier ganz links. Wenn wir jetzt was haben, dass wir gar kein Endlager brauchen, sage ich für alle Leute, hier, wenn wir keins brauchen, wenn wir eine Lösung haben, wäre das doch viel besser als diese, was Herr Trittin sagt, gefährlichste Stoff der Welt, den für eine Million Jahre zu verbuddeln. Diese Idee möchte ich einfach nur mitgeben, dass wir uns nicht so festfahren in die Sackgasse mit dem Zeithorizont, der ja in den Sternen steht, sondern parallel auch gucken, ob wir vielleicht gar kein Endlager brauchen. Wie soll denn dafür gesorgt werden, dass wir keins brauchen? Die Stoffe sind ja da. Partitionierung und Umwandlung. Da gibt es ja eine Studie, einen Bericht, der vom Bundeswirtschaftsministerium gefördert wurde und im Juli freigegeben wurde zu neuen Partitionierverfahren. Und da das BMI auch für Energie zuständig ist und für die Entsorgung, ist das halt da angesiedelt und das läuft jetzt gerade. Das wollte ich nur mitgeben. Also alle Standortgemeinden, bevor jetzt mit dem Finger auf die übrig gebliebenen gezeigt wird, es gibt eine andere Lösung. Da müssen wir einfach gucken, ob das geht. Das wollte ich einfach nur mal mitgeben. Ich weiß ja schon, Herr König hat gesagt, wir sind die bösen Oppositionellen oder wie heißt das, die Populisten, die hier was vorschlagen, was nicht geht. Aber wir sind natürlich auch bereit, das zu erklären, wie es funktioniert. Und der erste Schritt steht hier in dem Bericht drin. Was sagt denn das Bundesumweltministerium dazu? Wir brauchen gar kein Endlager. Wäre ja eine frohe Botschaft. Es wäre ja natürlich so irgendwie, davon haben schon die Atombefürworter seit Jahrzehnten davon geträumt. Aber dieser Traum blieb halt ein Traum. Und wir haben ja auch ein anderes Projekt wie ITER. Da ist das erste Mal 2050 vielleicht das Pilotprojekt fertig. Wir haben jetzt eine Verantwortung. Wir brauchen jetzt eine Lösung. Und ich glaube, das wird auch nochmal gerecht, wie eingangs gesagt wird. Man kann die Leute, die mit Zwischenlager dann auch bedacht sind, nicht einfach im Regen stehen lassen beziehungsweise dann hängen lassen. Und deswegen, wenn es denn mal vom Himmel fällt, wäre es nett. Aber ich glaube persönlich nicht mehr daran. Die Frage ist tatsächlich, da hat sich die Endlagerkommission auch damit beschäftigt. Wir haben jetzt die Aufgabe. Wir müssen jetzt auch die Aufgabe lösen. Ich danke ganz herzlich für den Alternativvorschlag. Darf ich Ihnen das für Ihr Haus mitgeben? Passen Sie bitte auf. Hinter Ihnen droht ein Abgrund. Ganz herzlichen Dank, wenn Sie den Sessel freimachen für den nächsten. Vorsicht, Vorsicht. Ich habe hier mehrere Fragen aus dem Internet-Livestream, die alle in eine Richtung gehen. Die führt uns, glaube ich, nach Schweden und Finnland. Wird der Ansprechpartner nicht gesagt. Ich frage mal den Herrn Bürgermeister Olaf Schulze. Sie sind ja in der Situation jetzt, dass Sie die Gewerbesteuern von Krümmel doch als durchaus Teil Ihrer finanziellen Möglichkeiten jahrelang nutzen konnten. Nun sitzen Sie aber da mit dem Endlager mit nicht wenig atomarem Müll. Sie sind einer der am höchsten belasteten Standorte in Norddeutschland. Und die Frage aus dem Livestream oder vielleicht hier auch aus dem Saal, das kann ich nicht sehen, lautet, können finanzielle Kompensationen für das Endlager, für den Standort, das Heldentum eventuell fördern. Wie sehen Sie das? Wie viel müsste man Ihnen zahlen, Herr Schulze, damit Sie sagen, Hurra, gehst hart, wir machen es freiwillig, stoppt den Prozess, bitte zu uns. Also ich nehme dann lieber die Tesla-Fabrik als... Die kriegt Brandenburg. Nein, nein, nein. Ja, ja, ich sage, weil Herr Trittin ja vorhin so sagte, also wir werden sicherlich nicht Hurra schreien. Und es gibt, bei uns ist es halt so, dass wir jetzt... Klar, es ist schön, wenn man Gewerbesteuer kriegt, aber man hat auch die negativen Seiten. Also es ist ja nicht nur das Geld und dann ist gut, sondern die negativen, nämlich dass Menschen auch sagen, da will ich nicht wohnen, da will ich nicht hin, auch Betriebe nicht kommen, weil es so was, also ein Atomkraftwerk gibt, ist ja auch da. Also insofern gibt es ja auch die negativen Seiten. Ich werde hier keine Summe nennen, wo wir schwach werden. Ich glaube, die wird es so schnell nicht geben, die Summe. Hat aber auch was damit zu tun, dass wir auch noch andere gute Gewerbetreibende haben, die so viel Geld bei uns einbringen, dass wir da jetzt nicht unbedingt so drauf achten müssen. Aber ich glaube, ohne eine gute Summe wird es sehr schwer werden, jemanden wirklich freiwillig oder nicht freiwillig, wird ja bei uns sowieso nicht freiwillig sein, jemanden zu finden, der sagt, okay, wir machen weiter und Zwischenlager bringt bei uns kein Geld. Also wir haben das Zwischenlager und kriegen kein Geld dafür. Das muss man auch mal sagen, weil ja so teilweise auch immer rüberkommt, naja, ihr habt ja immer noch, nein, wir haben die nächsten Jahre ein Zwischenlager, wir werden zwei Zwischenlager kriegen, einmal für Schwachradioaktive und Mittelradioaktive und halt die Kastoren und da kriegen wir kein Pfennig für oder keinen Cent für. Insofern und von daher, aber ohne wird es nicht gehen und die Frage wird auch kommen, 2048, 46 oder wenn die Zwischenlager dann keine Genehmigung mehr haben, wie geht es danach weiter? Denn diese Frage wird man bei uns natürlich auch stellen und die werden wir auch bald stellen müssen und die werden wir auch drüber diskutieren müssen, wie wird es weitergehen bis 2050 und was wir sicherlich nicht akzeptieren werden, ist zu sagen, wir halten jetzt mal den Prozess auf, gucken mal, ob wir überhaupt ein Endlager brauchen und wenn wir dann in 50 Jahren feststellen, oh, wir brauchen doch ein Endlager, dann fangen wir nochmal wieder von vorne an. Also da werden wir schon darauf dringen, dass wir diesen Prozess auch wirklich so, wie er vorgesehen ist, auch am Leben halten und auch darauf dringen, aus unserer Sicht, dass es hier vorangeht und dass es auch nicht irgendwo stocken wird und nochmal, naja, wir können ja uns nochmal ein bisschen mehr Zeit geben, weil irgendwann müssen wir sagen, damit wir haben ein Erbe, dieses Erbe müssen wir jetzt auch, damit müssen wir umgehen und dieses Erbe müssen wir konstruktiv umgehen, indem wir nämlich Lösungen anbieten und Lösungen finden. Sind weitere Bürgermeister hier, die sich freiwillig melden, wenn die Kompensation stimmt? Leider nicht. Herr Trittin, Sie sind ja auch im Kuratorium des Entsorgungsfonds, wo die AKW-Betreiber eingezahlt haben, damit sie mit der Entsorgung dann nichts mehr zu tun haben müssen. Ist da genug Geld drin um die Kommune, die es trifft, so zu kompensieren, dass der Heldenmut ins Unermessliche wächst? Oder haben Sie ein Problem mit Dietrich-Zinsen im Moment, so wie wir alle? Also wir haben die Berechnung der Atomindustrie, die immer gesagt hat, sie würde 17,3 Milliarden zurückstellen und das würde sie über die Jahre mit 4,75 verzinsen und dann würde am Ende genug Geld da sein, immer für sehr schwierig gehalten. Das war einer der Gründe, warum wir von Ihnen eben nicht die von Ihnen selbst zurückgestellten 17,3, sondern 24,5 Milliarden verlangt haben. Das hat sozusagen die Zinsschranke gesenkt auf 3,75. Wir haben jetzt mit dem Fonds, wir haben das Geld, die 24 Milliarden sind ja 2017 überwiesen worden in Cash. Das Geld wird schrittweise angelegt, das ist noch nicht alles angelegt, aber wir haben jetzt in diesem Jahr eine durchschnittliche Rendite auf die angelegten Investitionen von über 11 Prozent erzielt. Wir haben... Würden Sie mir nach der Veranstaltung unter Hinzuziehung der sozusagen stillen Anliegen, also der sicheren Reserven waren wir bei 10 und über die Gesamtlaufzeit, die in dieser Fonds jetzt existiert, sind wir bei 7,5, weswegen wir jetzt eine halbe Milliarde Gewinn gemacht haben, haben wir ja früher als gedacht. Sie sehen, wir haben uns in unserer eigenen Skepsis, was die Zinsen angeht, geirrt und jetzt sage ich mal was, das hört sich alles prima an, aber das muss nicht so bleiben. Wir reden hier über Zinssätze und Verzinsungen über rund 50 Jahre und erst wenn wir 50 Jahre das haben, kommen wir in eine Dimension, wo wir so etwas bezahlen können. Die Frage, was Infrastruktur angeht, also was nicht unmittelbare Kosten der Entsorgung angeht, das wird sicherlich eine Frage sein, wo ähnlich, wie wir das jetzt bei der Debatte um den Kohleausstieg angehen, wie geht man mit Mitteln in der ländlichen Raumförderung, Bundesverkehrsmittel und ähnlichen Dingen angeht, die werden auch nicht zu 100% aus dem kerntechnischen Entsorgungsfonds bezahlt werden. Aber was deren Finanzierung angeht, bin ich zurzeit relativ gelassen und wenn ich höre, dass es Verzögerungen gibt, bin ich noch viel mehr gelassen, weil je länger, umso länger kann verzinst werden. Aber da würde Herr Schulze zu Recht auf die Tonne hauen, weil das hatte ich ja eben nicht verstanden. Warum sollen wir sozusagen gucken auf eine Technologie? Ich kenne das von ITER. Als das erste Mal ITER, das kostet drei Viertel, drei Viertel der Energieforschungsmittel der Europäischen Union landen in diesem Projekt. Und als das das erste Mal beantragt wurde, hieß es, in 50 Jahren werden wir damit umgehen. Die 50 Jahre sind lange um. Und jetzt heißt es wieder in 50 Jahren. Und es ist keine technische Frage. Wer sich das mal klar macht, wenn über Transmutationen und andere Techniken gesprochen wird, dann wird am Ende, wenn man mit solchen Technologien Strom produzieren wird, wird es ja tun müssen zu einem bestimmten Preis. Und ich kenne keine dieser Technologien, die heute in der Lage ist, zu einem Preis von vier bis fünf Cent der Kilowattstunde Strom zu produzieren. Die sind alle mindestens beim Vier, wenn nicht fünf bis sechs fachen. Das heißt, es ist keine technische Frage. Dass immer noch gar nicht das Risiko benannt und das wieder neuer Müll anfängt und, und, und. Das ist gar nicht, aber solche technischen Spielereien führen nur dazu, dass wir in einen Zustand reingeraten. Und da verstehe ich Herrn Scholz, dass am Ende diejenigen, die zwar eine Zeit lang davon profitiert haben, dass an ihrem Standort damals wurde noch Gewerbesteuer bezahlten AKW gelaufen ist, aber die jetzt auf den Zwischenlagern sitzen und die die Zusage haben, dass das Zwischenlager sind und dass die bis zur grünen Wiese zurückgebaut werden. Das ist sozusagen die Aufgabe, die wir auch zu finanzieren haben an der Stelle. Also der Fonds zu finanzieren hat er an dieser Stelle. Und ich finde, die haben Anspruch drauf, dass man sie ernst nimmt. Und wenn man ihnen heute schon sagen muss, wahrscheinlich wird das mit 40 Jahren nichts, finde ich das schon Zumutung genug. Aber dass das auf Dauer sozusagen Endlagerstandorte werden. Das kann ich nicht akzeptieren, weil dann hätten wir nicht das eine sichere Endlager, sondern wir hätten 15 ganz übers Land verteilte unsichere Lager. Und das ist mit Sicherheit die schlechteste Lösung. Wie kann überhaupt eine Kompensation aussehen? Also ganz viel Geld ist ja schön, aber wenn die Grundstückspreise fallen, die Menschen dort nicht hinziehen, Gewerbebetriebe auch einen großen Bogen machen, um diese Kommune, die dann mit einem Schlag international bekannt ist, aber auch Touristenströme wird es nicht unbedingt anziehen, ein atomares Endlager. Wie kann die Bundesregierung vielleicht auch dieser Kommune ganz konkret unter die Arme greifen? Wer ist da zuständig? Wer bezahlt das? Wie hoch ist das Budget? Gibt es da schon konkrete Planungen? Weil es ist ja bald so weit. Ich möchte aber einen Satz nochmal verlieren und zwar, wo kommt das Endlager nachher tatsächlich hin? Also wir reden jetzt von Kompensationen, aber für mich ist wichtig, dass es der sicherste Standort ist und nicht irgendwie ein Standort, weil man eine Kompensation bezahlt und weil irgendwo sich ein Gebiet bereit erklärt oder findet, das wäre eine mögliche Quelle der Strukturförderung, sondern das Wichtigste und das Ziel muss sein, eine sichere Endlagerung. Und dann muss man in der Region auch tatsächlich schauen, wie sieht denn die Struktur aus, eine sozioökonomische Untersuchung, was kann man tun tatsächlich, dass hier trotzdem, es wird ja auch Bedarf erstmal auch an Mitarbeitern geben, es wird eine Bauphase geben, es wird eine Einlagerungsphase geben, man braucht auch tatsächlich Leute und da zieht da nicht jemand nur für eine Woche hin und da sind dann auch wahrscheinlich Familien, sondern muss sich wirklich überlegen, was braucht die Region, das wird jetzt gerade auch bei uns an der deutsch-schweizer Grenze, was hat das für sozioökonomische Auswirkungen, dort ist allerdings dann so, dass nur die Schweizer Gemeinden kompensiert werden, die Deutschen dürfen auf das Oberflächenlager gucken, aber kriegen keine Kompensation und da muss man tatsächlich sagen, da ist wichtig, recht früh, nicht nur, also wir haben ja das auch in dem Standortauswahlgesetz mit der Öffentlichkeitsbeteiligung, wir haben ein nationales Begleitgremium, das muss mit, sehr früh mit einbezogen werden, und am Ende des Tages wird man dann sagen, in welcher Höhe, ich glaube, das kann keiner beziffern am Ende oder jetzt, in welcher Höhe sich das tatsächlich dann abspielt und in welchem Zeitraum, das ist ein recht langer Zeitraum, das ist auch ein langer Zeitraum, der Einlagerung ist ja nicht irgendwie so, wir finden ein Endlager und dann lagern wir mal in einer Woche ein und damit ist es getan, sondern das wird sich über eine Zeit hinziehen und deswegen ist es wichtig, dass frühzeitig dann, wenn klar wird und ich finde schon auch mit Rücksicht und ich will es mal so sagen, wir haben eine weiße Landkarte, wir haben eine kollektive Verantwortung und es kann sich niemand den weißen Fuß machen und dann muss man auch frühzeitig sich jetzt damit beschäftigen, wie sieht es nachher aus, was brauchen wir an Studien, wie viele finanzielle Mittel müssen dann auch zur Verfügung gestellt werden, und ich glaube, das ist ein wichtiger Prozess. Es gibt noch Teilnehmer hier für unsere, ja, dort vorne der Herr kann bitte in einem Sessel Platz nehmen und wer hatte sich dann als nächstes gemeldet? Sie, dann haben wir hier zwei Plätze für Sie frei. Ganz kurz noch, während Sie sich schon mal hinsetzen können, herzlich willkommen, schön, dass Sie mitmachen. Tatsächlich war es wohl sowohl in Schweden wie in Finnland so, dass es Bewerber um den Endlagerstandort gab und dort tatsächlich das Argument Arbeitsplätze und Gewerbesteuer zieht, wahrscheinlich aber auch aufgrund, ich weiß nicht, wer da von Ihnen antworten möchte, einer anderen Mentalität in Skandinavien. Ist man dort atomfreundlicher als im skeptischen Deutschland? Herr Trittin, was glauben Sie, woran liegt das, dass Schweden und Finn überhaupt keine Probleme hatten, schnell einen Endlager zu finden und die Gemeinden auch noch laut hier gerufen haben? Was ist da so anders als bei uns? Das weiß ich nicht. Also ich habe den Eindruck gehabt, dass die Vorgeschichte dort eine andere Planungsphase war. Ich habe auch den Eindruck gehabt, dass übrigens bei allen Kritik an Bänken, die Schweiz es lange transparenter gemacht hat, als wir. Wir haben einen Teil der Überlegungen, die wir im Standortauswahlgesetz dann später gehabt haben, ja nach Schweizer Vorbild. Ja, ja, ich glaube, man kann das nicht so einfach vergleichen, wie unvergleichlich das ist. Erkennen Sie daran, dass beispielsweise im Bestandteil von Finnland bis 2035 CO2- oder klimaneutral zu werden, die weitere Nutzung der Atomenergie drin ist, mit dem schlimmen Pferdefuß für Sie, dass Sie das eine Atomkraftwerk, was Sie neu an Bäumen, nicht fertig kriegen und dass das so teuer geworden ist, dass der französische Hersteller Areva daran fast pleite gegangen ist. Also da gibt es offensichtlich unterschiedliche Mentalitäten, deswegen, ich weiß es nicht, ich habe den Eindruck gehabt, dass das Verfahren sauberer jedenfalls war als das Verfahren, was zu Gorleben geführt hat. Das ist nicht schwer, wie Jochen Stey weiß. Ich habe einen Kollegen gefragt, der sich in Skandinavien sehr gut auskennt und der sagte, dass die Industrie, die in Schweden die Endlagersuche organisiert, Klammer auf Vattenfall, Klammer zu, es relativ geschickt gemacht hat mit der Transparenz, sehr, sehr viele Studien in Auftrag gegeben hat, sehr viele Studien und dadurch das Vertrauen der Bevölkerung ganz offensichtlich gewinnen konnte und das ganze Verfahren äußerst transparent gestaltet hat. Und in Finnland hat man, glaube ich, auch ein großes Interesse daran, von russischen Energielieferungen sich nicht noch weiter abhängig zu machen. Ich begrüße unsere neuen Teilnehmer, wenn Sie sich kurz vorstellen möchten und welche Frage haben Sie? Mein Name ist Jochen Stey von der Anti-Atom-Organisation Ausgestrahlt aus Hamburg. Bevor ich zu meinem Part komme, vielleicht noch kurz, weil die Frage gerade da war, mit Schweden und Finnland. Ich glaube, ein Faktor ist auch, dass es in beiden Ländern, die, die sich freiwillig gemeldet haben, sogenannte Nuclear Communities waren. Also sowas wie Gestacht, also Standort eines Atomkraftwerks. Moment, was ich sage, Standort von Atomkraftwerken, die noch laufen oder jetzt sogar neu gebaut werden wie in Euclidu. Und dort natürlich, würde ich auch nicht auf Deutschland übertragen, ich glaube, hier ist das anders, aber dort in der dortigen Bevölkerung, wo viele dort arbeiten, damit Geld verdienen, natürlich schon nochmal eine andere Haltung zu den Gefahren von Atomenergie ist, als in anderen schwedischen und finnischen Gemeinden. Aber das nutzt Ihre Frage, eigentlich wollte ich hier was anderes loswerden. Und zwar, weil Sie das vorhin ins Publikum gefragt haben, weil dieses Stichwort fiel, ist es nicht auch ein entscheidender Faktor, dass dann diejenigen, die es trifft, nicht so sehr auf die Barrikaden gehen. Wie sieht es mit der Beteiligung aus? Jürgen Trittin hat das ja auch nochmal betont. Und da bin ich halt nicht so euphorisch, wie das von Jürgen Trittin dargestellt wurde mit der Beteiligung, weil das, was wir jetzt in den letzten Jahren schon erfahren haben, ja eigentlich dagegen spricht, dass das gut organisiert ist. Das fängt schon mit der Kommission an. Sie haben vorhin als Moderatorin zwar gesagt, aber das höre ich immer öfter, es hätte einen Konsens in der Kommission gegeben. Da saß aber ein Umweltverband drin, der BUND, der hat am Ende gegen den Kommissionsbericht gestimmt und das wird seither in der Außendarstellung sehr oft unterschlagen. Dann heißt es, es war eine Kommission mit den und den Mitgliedern, auch Umweltverbände, und die haben sich geeinigt auf. Also es wurde sozusagen nicht ernst genommen. Es gab auch andere zahlreiche abweichende Voten in dieser Kommission, von Bayern, von Sachsen, von der Energiewirtschaft, von der Linkspartei. Die gab es alle. Also von daher war das mit dem Konsens auch damals schon nicht so eindeutig. Das ist das Erste. Dann hat die Kommission gesagt, okay, über unseren Abschlussbericht machen wir eine Beteiligung, die Bevölkerung darf ihn diskutieren, hat groß eingeladen zu einer Veranstaltung hier in Berlin. Was nicht vorlag, war der Abschlussbericht. Also die Leute konnten gar nicht darüber diskutieren, weil er noch nicht fertig war. Dann hieß es, das holen wir nach durch eine Beteiligung im Internet. Da gab es einen Dienstleister, der hat auch uns angeschrieben, hat gesagt, wenn ihr da mitmacht und kommentiert, dann wird das alles im Umweltausschuss des Bundestages behandelt, da könnt ihr direkt Einfluss nehmen. Es haben viele Leute kommentiert im Internet. Der Umweltausschuss hat sich zwei Minuten damit befasst, um zu entscheiden, dass er sich nicht damit befasst. Jetzt gibt es, dann gab es ein weiteres Gesetzesbeteiligungsformat vom dann neu eingerichteten nationalen Begleitgremium. Was kann man an diesem Gesetzentwurf, den es dann gab, noch ändern? Da haben Leute den ganzen Tag gearbeitet, haben neun Empfehlungen ausgesprochen. Davon wurde im Wesentlichen eine aufgegriffen, nämlich die wurde ins Gesetz genommen, dass das nationale Begleitgremium Empfehlungen aussprechen kann in den Bundestag. Das hat das Gremium im letzten Jahr zum ersten Mal getan, hat sechs Empfehlungen ausgesprochen. Davon ist bis heute keine einzige umgesetzt. Also das sind so die praktischen Erfahrungen, die wir in den letzten Jahren gesammelt haben mit Beteiligungsformaten. Und wenn die so gar keine Ergebniswirksamkeit haben, dann ist das halt was, was nach außen schön aussieht. Wir machen ja ganz viel Beteiligung. Aber was eben nicht dazu führt, dass es eine gesellschaftliche Verständigung gibt und dass die, die es am Ende trifft, hier wird immer davon geredet, gesamtgesellschaftliche Verantwortung. Nein, am Ende ist es ein Ort, der das Risiko für die ganze Gesellschaft tragen muss. Und damit die Leute dort, die müssen ja nicht Hurra schreien, das werden sie auch nicht, aber damit sie das sozusagen in Kauf nehmen, glaube ich, braucht es viel stärkere Beteiligungs- und Mitbestimmungsrechte für Betroffene, damit das funktionieren kann, damit es wirklich eine Verständigung gibt und nicht ein, wir drücken euch das jetzt auf und wenn ihr nicht einverstanden seid, dann seid ihr gegen das Allgemeinwohl. Weil es ist ja gar nicht gesagt, dass dieses Verfahren, was wir jetzt haben, wirklich fair und gerecht ist und zu dem am wenigsten schlechten Ort führt. Das heißt, wenn es sozusagen zum falschen Ort führt, dann haben die Leute ja recht, wenn sie sich wählen und wenn es dann nur heißt, ihr seid gegen das Allgemeinwohl, dann stimmt das ja noch nicht mal und von daher glaube ich, so wie es jetzt läuft, sehe ich relativ schwarz, dass das funktioniert. Wir verlieren dadurch viel Zeit, wenn es dann in 10, 15 Jahren wieder gegen die Wand fährt, dann bleibt es bei den Zwischenlagergemeinden und letzter Punkt, ob es sich mit Geld lösen lässt, gibt es auch, sagen wir mal, historisch gesehen schlechte Erfahrungen, es gab die Gorleben Gelder, die kamen in der Region eher so an, wenn ihr so viel Geld dafür locker macht, dann trauen wir dem nicht so ganz sozusagen, wenn es euch so viel wert ist, dann ist es wohl ein ziemlich großes Risiko, was ihr uns hier aufhaltet, da sind wir dann eher misstrauisch, also auch das ist kein Patentrezept. Frau Thümler, wenn ich Sie richtig verstanden habe, waren Ihre Kollegen auch nicht gewahr, dass sie sich an diesem Prozess beteiligen können. Zwar ist noch die wirklich betroffene Gemeinde noch lange nicht festgestellt, aber man kann ja jetzt schon mitmachen, zu Veranstaltungen gehen und sich informieren und obwohl Sie ja inhaltlich sich mit ähnlichen Materien befassen, war davon keine große Kenntnis. Naja, so ähnlich ist die Materie nicht, außer dass es in beiden Fällen etwas ist, was keiner haben will. Genau, das ist die verzweifelte Brücke, die ich versuche zu bauen. Und ich habe natürlich auch keine repräsentative Umfrage gemacht, aber ich glaube schon, dass das Thema in einer breiteren Bevölkerung noch nicht angekommen ist. Was sagt die, Herr Steyl, vielleicht wollen Sie noch kurz bleiben, weil Frau Staatssekretärin möchte Ihnen antworten auf Ihren Vorwurf, die Beteiligung ist keine echte, das Verfahren droht wieder vor die Wand zu fahren, wir produzieren ein zweites Gorleben. Was entgegnen Sie? Also ich wollte eigentlich erstmal sagen, am Ende ist es die Frage der Betroffenheit. Die Leute gehen dann auf die Straße und gehen dann zu Veranstaltungen, so wie Herr Trittin vorhin gesagt hat, wenn es dann direkt in meinem Gärtchen ist und die Leitung vielleicht doch irgendwo sichtbar ist, dann geht man hin und sagt, oh, aber nicht bei mir. Herr Steyl, ich kann mich gut erinnern, ich war neu Staatssekretärin und ich aus der Antiatombewegung kommen, war in der Puffendorfer Kirche und habe die Welt so nicht mehr richtig ganz verstanden, weil wir haben immer gekämpft da unten, haben gesagt, wir wollen gern Beteiligung und da ging es darum, wie beteiligt man sich. Man hat es sehr kritisch gesehen und es gab auch Organisationen, die wollten sich nicht beteiligen, weil man natürlich dann auch mitverantwortlich ist für das Produkt, was am Ende rauskommt. Ich will aber schon mal sagen, ich will es aber sagen, die Endlagerkommission und die hat sich, es sind ja ein paar da, die dabei waren, die hat sich aber einen sehr langen Zeitraum und es waren unterschiedliche Gruppierungen, ohne jetzt unser, wir waren, Bundestag war schon mal gar nicht stimmberechtigt, intensiv damit beschäftigt und ich finde schon, dass man das auch irgendwie respektiert, man muss es nicht honorieren, aber man kann es respektieren und ich finde der Bericht, der nachher abgeliefert wurde und der von der, sagen wir mal so, von der größten Mehrheit auch getragen wurde und wo wir im BMU, Wort für Wort, Komma für Komma, quasi umgesetzt haben, ist doch ein Weg, wo wir sagen, mit einer weißen Landkarte kommend, jetzt den sichersten Standort zu suchen, ich sehe die Alternative nicht. Also wenn Sie dann das so kritisieren, dann finde ich, dann müssten Sie auch eine Alternative zeigen und zur Öffentlichkeitsbeteiligung, es ist genau festgelegt und das BFE macht Öffentlichkeitsbeteiligung, das NBG schaut, ob es öffentlich gut genug ist und bringt sich auch nochmal mit ein und dann finde ich, dann muss man auch mit dem Hintergrund, dass wir wirklich ein Endlager brauchen und diese Verantwortung haben, den Müll sicher zu entsorgen, dann finde ich, dann kann man sich auf diesen ganzen Veranstaltungen mit einbringen und es ist ein lernender Prozess und das ist ein Angebot, sich da auch mit einzubringen, aber ich finde schon, vor dem Hintergrund, was wir aus dem AKN, was wir bisher gelernt haben, war das ein guter Prozess und das ist breit getragen und ich finde, das ist mit ein Grund, dass wir jetzt die Verantwortung wahrnehmen und das auch wirklich auch abarbeiten. Herr Stahl, was ist Ihre konkrete Alternatividee, was die Beteiligung angeht, wie soll es Besser noch? Wie lange habe ich Zeit? Zwei, drei Minuten? Also das, was ich, das ist gar nicht meine Idee, sondern das, was ich auch, ich war ja viel bei der Kommission da, hat mir das angehört als Zuhörer und es gab ja Anhörungen zu dem Thema Beteiligung, es wurden also Expertinnen und Experten befragt, wie es gut geht. Wie geht es denn gut oder besser? Genau und eine Sache, die immer wieder kam, also ist sozusagen, hat Beteiligung eher Begegniswirksamkeit oder ist es nur Anhörung und das Zweite, was immer wieder kam, dass es hier nicht sozusagen nur um Beteiligungswissenschaft geht, wie man es bei einer Umgehungsstraße macht, sondern es geht um Umgang mit bestehenden Konflikten und die Erfahrung international ist, im kleinen wie im großen, dass um bestehende Konflikte zu überwinden, das nötig ist, dass die Konfliktparteien sich verständigen auf ein Verfahren. Was wir hier erlebt haben, ist, dass sich Bund und Länder, Herr Trittiner, Gabriel, Herr Altmaier, in der Küche von Herrn Altmaier teilweise, auf ein Gesetz 2013 verständigt haben, das ist dann im Bundestag beschlossen worden und sozusagen, da saß in der Kommission die Hälfte der Leute, die das beschlossen hat, das heißt, vieles wurde auch nicht wieder aufgemacht und sozusagen die Konfliktparteien, die es gab, sozusagen, dass es immer einen Atomkonflikt gab zwischen Regierenden und Regierten, also auch Herr Trittin war ja durchaus in Gorleben auch mal auf beiden Seiten aktiv und die Regierenden sich immer wieder zusammengeschlossen haben in Umweltverbänden und anderes und diese Umweltverbände ja 2013, Frau Hendricks damals als Umweltministerin, das Angebot gemacht haben, wir gehen mit in diese Verantwortung, aber wir haben bestimmte Vorstellungen, wie dieses Verfahren dann auch fair und gerecht laufen kann und das wurde eben dann nicht, also auch wir haben gesagt, wir gehen in diese Kommission, wenn die Wissenschaftler, die da drin sind, gemeinsam ausgewählt werden, wenn der Vorsitz gemeinsam festgelegt wird, wenn diese Kommission nicht zwei Drittel Mehrheit hat, sondern Konsensverfahren, dann gehen wir da rein, aber wir hatten eben bestimmte Ansprüche an das Verfahren. Herr Stein, nun ist ja der Gesetzgebungsprozess abgeschlossen und das Verfahren läuft. Jetzt sagen Sie, es droht ein zweites Gorleben, wir müssen die Bürgerbeteiligung anders organisieren. Vielleicht kurz, ganz konkret, Ihren Vorschlag, wie machen wir das? Unser Vorschlag war, das Ganze umzudrehen und damit anzufangen, was die potenziell Betroffenen selbst für Erwartungen an so ein Verfahren haben, also sozusagen die Regionen zum Beispiel einzuladen, in denen wir wissen, es gibt Tod, es gibt Salz, es gibt Granit, die Zwischenlagerstandorte einzuladen, die bereits Standorte, wo es schon gescheiterte tiefengeologische Lager gibt oder auch die Region Gorleben, überall dort gibt es Leute, die wissen, was sie brauchen, damit sie vertrauen können, weil sie schon erlebt haben, was passiert, damit sie misstrauen, also das sind Expertinnen und Experten für ein gutes Verfahren und die zu befragen, zu sagen, ihr kennt plötzlich gegeneinander, sondern ihr entwickelt gemeinsam Kriterien, wenn es ein von euch trifft, welche Rechte braucht ihr in dem Verfahren, wie muss das ablaufen, dass ihr am Ende sagen könnt, es ist nicht toll, aber es ist fair und gerecht und aus dem, was dann zusammengetragen wird, unter ständiger Beteiligung dieser Betroffenen dann ein Gesetz zu machen, ein Verfahren zu machen. Wir kennen das aus anderen gesellschaftlichen Themen, zum Beispiel als Rot-Grün gesagt hat, wir machen Atomausstieg, dann haben die die Betroffenen an den Tisch geholt, nämlich die Energieversorger und haben einen Konsens ausgehandelt mit den Betroffenen und danach ging es in den Bundestag und es wurde ein Gesetz daraus. Das ist eine gute Reihenfolge, nur an der Stelle hat man es umgekehrt gemacht, man hat ein Gesetz gemacht und sagt, jetzt die Betroffenen werden beteiligt, aber in Gremien, die eben gar keine Ergebniswirksamkeit haben. Die Betroffenen einzuladen, bevor die Betroffenen feststehen, ist natürlich schwierig zu organisieren. Wenn ich Sie aber richtig verstehe, Herr Steyl, fordern Sie nicht, statt Beteiligung, Mitbestimmung, weil auch Ihnen klar ist, dass wir dann nie ein Endlager kriegen, richtig? Ich fordere nicht, also was keinen Sinn macht, ist ein Vetorecht ganz am Ende, weil dann werden die Leute Nein sagen, wenn Sie vorher nicht beteiligt sind, sondern ich will es umdrehen und sage, es muss am Anfang die maximale Beteiligung geben und wirklich eine Verständigung gesellschaftlich und auch auf dem Weg immer wieder. Und dann ist es, glaube ich, am Ende auch möglich, eine Zustimmung zu kriegen oder nicht so eine starke Ablehnung, wie auch immer. Das macht Sinn, ja, also sozusagen unterwegs mehr Beteiligungsrechte. Wir werden nächstes Jahr in der Fachkonferenz Teilgebiete haben, da gibt es Betroffene, aber auch die haben keine Rechte in diesem Verfahren. Dieses Jahr legt das BMU die Sicherheitsanforderungen fest, macht dieses Jahr dazu eine Beteiligung. Nächstes Jahr wird es Betroffene geben, die darüber vielleicht mitreden wollen, dann wird es heißen, ihr seid zu spät, haben wir schon letztes Jahr beschlossen. Das ist einfach die falsche Reihenfolge. Ganz herzlichen Dank für Ihren Beitrag. So, wir haben einen weiteren neuen Mitdiskutanten. Wenn Sie sich kurz vorstellen und Ihr Anliegen darlegen möchten. Ja, gerne. Michael Fuder war beratend bei der Endlagerkommission und hat damit zu tun, dass wenn ich aus meinem Fenster gucke, dann schaue ich auf die Asse. Insofern so ein bisschen kontaminiert mit diesen ganzen Erfahrungen aus dieser Region. Sie haben hier sehr viel gesprochen über Kompensation in Richtung Kommunen. Es war immer nur von Institutionen die Rede, beziehungsweise Gebietskörperschaften. Vor dem Hintergrund, dass Befürchtungen existieren von strukturellen Nachteilen. Das halte ich für richtig. Es bildet allerdings aus meiner Sicht doch nur einen Teil der Problematik ab. Kompensation deswegen, damit es auf dieser Ebene von Kommunen, beziehungsweise eigentlich ist Kommunen der falsche Begriff, eher müssen es Regionen sein, denn es macht ja an der Grenze keinen Halt, aber aus der Befürchtung heraus, dass da Nachteile entstehen könnten, damit es keine Verlierer werden. Das ist ja die Denke. Es gibt aber diese Frage von Verliererschaft natürlich auch auf der individuellen Ebene und ich glaube, die lohnt es sich nochmal ein bisschen sehr viel näher zu betrachten. Und wenn ich da mal gucke in Richtung jetzt auch der eigenen Erfahrung vor Ort, Asse, wenn ich da mal rumgucke, so in den Kilometern drumherum, die größte, oder andersrum erst nochmal, es gibt das Kriterium der Angst, jenseits von Befürchtungen, die irgendwie, dann kann man untersuchen und so weiter. Angst als Emotion ist da und ich werde einer Angst niemals beikommen, indem ich rational argumentiere, indem ich dann noch Gemeinwohl sage und appelliere, ihr müsstet doch dem Gemeinwohl auch verpflichtet sein und so weiter. Funktioniert garantiert nicht. Und wenn wir auf das Thema Ängste jetzt mal ein bisschen näher schauen, schauen Sie mal rund um die Asse, fragen Sie mal die Leute, wie viel Angst existiert davor, dass sie großartig kontaminiert werden? Annähernd null. Es gibt da so eine gewisse Grundströmung, die sagt, na klar ist das irgendwie auch problematisch, aber Angst vor radioaktiver Verstrahlung haben die, die von 50 Kilometer weiter in dem wunderschönen Höhenzug Asse ihre Kinder in ein Ferienlager schicken sollen. Die sagen, da kann man doch nicht hin, das ist ja schon mal als Tschernobyl, was mit der Realität überhaupt nichts zu tun hat. Je näher die Leute dran sind, desto realistischer ist in dieser Hinsicht sozusagen das Angstszenario in Bezug auf konkrete Kontamination. Dass langfristig die Befürchtung steht, da könnte was passieren, ja, ist auch wahr, aber das ist nicht wirklich Angst. Echte Angst haben die Leute davor, dass sie ganz konkrete materielle Nachteile haben könnten. Das steht massiv im Vordergrund. Dass das Grundstück nichts mehr wert ist. Genau, Sie haben den Begriff Grundstück vorhin schon mal schon erwähnt. Auch da können wir, also real ist es sozusagen rund um die Asse, null Abwanderungsbewegung festzustellen, dass Leute deswegen wegziehen. Bisher nicht. Nicht feststellbar. Es ist nicht feststellbar, dass Grundstücke, dass Immobilien weniger wert geworden wären, nach all was ich weiß. Also die normalen Entwicklungen und so weiter, alles mitgerechnet. Ist nicht da. Und trotzdem sind die Ängste vorhanden. Und wenn jetzt irgendwann sozusagen aus 85 Millionen, oder wie haben wir jetzt Einwohner der Bundesrepublik, potenziell Betroffenen, so langsam die Potenzialität steigt und es konkreter wird, dann wird genau diese konkrete Angst bei zunehmend Menschen auftauchen. Was ist mit meinem Grundstück? Was ist mit dem Häuschen, an dem ich jahrelang gespart und gebaut habe? Und dann sicherlich auch Angst vor Strahlung, weil Gewöhnungseffekte, Sie haben es auch beschrieben, Frau Schwarz-Holiotta, weil die natürlich noch gar nicht da sind. So, und wir wissen auch, wenn Leute Angst davor haben, dass die Strahlung von einem Handyturm sie krank macht, dann kann diese Angst selbst schon wieder krank machen. Kennen wir ja alles aus den entsprechenden medizinischen Untersuchungen. Das heißt, diesen konkreten Ängsten ist frühzeitig zu begegnen. Und wenn das nicht passiert, dann werden sich Solidarisierungseffekte ergeben, wo dann wirklich Leute im schlimmsten Fall auf die Straße gehen vor Angst. Und von daher möchte ich massiv dafür wirklich werben beziehungsweise appellieren, dass genau diese ganz individuellen Ängste sehr frühzeitig berücksichtigt werden. Wenn ich, weil ich Angst vor Nukliden habe, in Erwägung ziehe, hier will ich nicht mehr wohnen, sondern wenn das real wird, dann ziehe ich doch lieber 100 Kilometer weiter oder zu meinen Kindern oder was weiß ich alles. Wenn ich dann die Gewissheit habe, die Bundesrepublik Deutschland wird in dem Fall mir zum realen Markt wird dieses Grundstück, dieses Haus abkaufen, dann werde ich ganz anders damit umgehen, als wenn ich in dieser Hinsicht allein gelassen werde. Und ich bin ganz fest davon überzeugt, dass es gar nicht früh genug sein kann, dass in dieser Hinsicht Zusicherungen gemacht werden, dass diese individuellen Ängste berücksichtigt werden. Frau Staatssekretärin, Ängste kann man nicht durch rationale Aufklärung bekämpfen, meint er. Wie sehen Sie das? Sie sind ja auch Chefin des Aufsichtsrates der Gesellschaft für Reaktorsicherheit, wo viele hundert Wissenschaftler an genau dieser Thematik arbeiten, Reaktoren und auch Aufbewahrungsbehälter für das Endlager sicher zu gestalten, die Bevölkerung aufzuklären. Wie groß ist die Chance, Ängste durch Aufklärung zu minimieren? Oder muss tatsächlich eine Garantie her, ihr werdet keinerlei wirtschaftliche Nachteile erleiden? Wobei man sich fragen kann, ob, Herr Bürgermeister Schulze kann da auch ein Lied von singen, die Angst vor Krebs, Verseuchung des Grundwassers und der gleichen mehr nicht doch noch stärker ist als Wertverlust bei Eigenheim und Grundstück. Wie sehen Sie das? Wie kann man dem begegnen? Weil tatsächlich ist es ja ein hochemotional besetztes Thema. Also Ängste und es gibt es um Standorte von AKWs und es gibt es auch bei uns, dass Leute anrufen und sagen, kann man da überhaupt hinziehen mit den alten Reaktoren. Da können sie mit Wahrscheinlichkeit kommen oder nicht. Am Ende des Tages ist dann eine individuelle Entscheidung. Ich glaube, wichtig ist, dass man tatsächlich Informationen, die man hat, zur Verfügung stellt, recht früh auch damit umgeht. Das haben wir im Bereich Mobilfunk, das haben wir überall bei Technik. Es wird immer auch ein Restrisiko bleiben. Das muss man auch offen aussprechen, welche Risiken es gibt, was man dagegen tun kann. Und dann finde ich, ich habe ein Problem mit dieser individuellen Angst und ich muss dann das in die individuelle Angst kompensieren. Viel wichtiger finde ich den Weg vorher. Und da will ich den Link zum Herrn Steuern nochmal sagen. Wichtig ist doch Transparenz. Um was geht es? Wie findet man den sichersten Standort? Was kann denn da, was sind denn tatsächlich für Gefahren oder Risiken zu erwarten? Und die Entscheidung aber vorher schon zu kompensieren, monetär zu kompensieren, um das geht es ja um ein Grundstück. Ich glaube, da kommen wir in eine Situation. Ich kann es mir im Moment nicht richtig vorstellen, wie das funktionieren soll. Wie kann man denn das Vertrauen in die Sicherheit der Technik fördern? In einem Land, wo die Menschen skeptisch sind und wahrscheinlich kommen ja jahrzehntelange Rechtsstreitigkeiten auf sie zu, weil das der einzige Weg ist, den die Kuzu-Kommune, die dann als Endlagerstandort ausgewählt wird, beschreiten kann. Olaf Schulze, wie ist das bei Ihnen? Sie hatten die Häufung der Krebsfälle in der Umgebung von Krümmel. Sie haben mir erzählt, Sie wohnen 800 Meter von dem stillgelegten AKW entfernt. Sie waren immer gegen Atomkraft. Wie gehen Sie damit um? Ihre Familie, Ihre Freunde, die Bürger von Geesthaft? Also ich glaube, es gibt zwei unterschiedliche. Die einen sagt, ich muss damit leben und ich lebe damit und andere sind auch weggezogen und da möchte ich auch ein bisschen, ich weiß nicht, ob die Angst, dass mein Grundstück weniger wert ist. Der Motor ist zu sagen, ich möchte nicht, dass es hierher kommt, sondern ich glaube eher, dass die Angst, dass was passiert, die Angst nicht zu wissen, was passieren kann, dass das größer ist und dass das viel schwieriger ist, damit umzugehen als damit, dass ich finanziell oder monetäre Angst habe, weil die Angst, jedenfalls bei uns, glaube ich, war wesentlich geringer. Es sind Menschen weggezogen, nicht weil sie Angst hatten, dass ihr Grundstück nicht mehr viel wert ist oder an Wert verliert, sondern sie sind weggezogen, weil sie Angst hatten vor Leukämie, weil sie Angst hatten, dass was passiert und es sind Menschen nicht nach Geesthaft gezogen, als sie mitgekriegt haben, dass das Atomkraftwerk Krümmel da ist, weil sie Angst hatten vor Strahlung, vor einem GAU, aber nicht, dass sie ein Grundstück kaufen, was später nicht mehr so viel wert ist. Also das und ich glaube, wenn es nur ums Geld gehen würde, dass wir sagen, wir haben ein Endlager und ich garantiere den Menschen, wenn ihr wegziehen wollt, dann kaufen wir das als Staat auf und das Grundstück oder das Haus und zahlen euch einen fairen Preis und dann ist gut. Ich glaube, so einfach ist die Welt nicht und ich glaube auch nicht, dass das wirklich unser Problem ist. Ich glaube, das Problem ist eher die Angst vor dem nicht zu wissen, ist es sicher oder ist es nicht sicher. Und das ist, glaube ich, schwieriger zu behandeln und zu nehmen als das monetäre. Und da glaube ich eher, das ist nicht, also das ist nicht das, was die Menschen jedenfalls bei uns in der Regel angetrieben hat. Das heißt, das Vertrauen in die Sicherheit des Verfahrens zu steigern, sollte man es machen wie Vattenfall und jede Menge Studien in Auftrag geben und diese transparent veröffentlichen oder wie kann man dieser Angst begegnen? Darf ich gleich mal? Ich finde, man darf das, was Michael Fuder gesagt hat, weil es da nicht eine einfache Antwort drauf gibt, die hat er auch, glaube ich, nicht als Patentantwort gemeint, nicht einfach vom Tisch wischen. Es geht nicht darum, wer welche Ängste hat, sondern wie sich aus unterschiedlichen Motivlagen so etwas entwickelt. Und ich verstehe und deswegen finde ich, der hat auf einen ganz wichtigen Punkt hingewiesen, die wir bei anderen Sachen auch haben. So ein spöttisches Beispiel. Nördlich von Hannover kriegen sie eine Bürgerinitiative, wenn der Windpakt nicht kommt. Warum? Weil alle davon mehr oder weniger profitiert haben bis dahin. Während südlich von Hannover, jetzt mit großen, wir Riesenproblemen haben, wir kriegen die Bürgerinitiative, wenn der Windpark kommt. Aber das, was Michael Fuder beschrieben hat, es geht mehr über dieses, der Wertverlust meines Hauses, das klingt immer so denunziatorisch. Ich glaube, er hat etwas anderes gemeint. Er hat gemeint, hat da, wo ich lebe, diese Region, noch eine Zukunft. Und dahinter steckt an dieser Frage Häuschen auch die Idee, da habe ich mich für krumm gelegt, das möchte ich mal meinen Kindern übergeben. Und die sollen was davon haben. Und die sollen nicht, wie im Harz in Sorge und Elend, die heißen wirklich so die Orte, wenn sie da was erben, werden sie das Haus nicht los. Das heißt, diese Perspektive ihnen zu geben, ob das über eine individuelle Entschädigung ist, das ist eine andere Frage, ob das geht, das weiß ich nicht. Ich habe keine Antwort darauf, aber ich finde, diese Frage, die er aufgeworfen hat, die die Menschen umtreibt, haben wir in dieser Region mit dieser Anlage noch eine Perspektive, auch eine Perspektive für unsere Kinder. Das ist etwas, was man sehr ernsthaft, sehr materiell und nicht nur durch Infobroschüren adressieren muss. Weil wir sprechen auch von Heimat, ne? Zum Beispiel. Von Familien, die da seit Jahrhunderten leben, ihren Bauernhof haben, Eltern, Schwiegereltern, Freunde. Es gibt natürlich auch Menschen, die genau andersrum argumentieren und sagen, dadurch habe ich eine Zukunft, dadurch habe ich Arbeitsplätze. Und es gibt ja auch in den Regionen, also gab es ja bei uns auch viele, die gesagt haben, ich bin für das Atomkraftwerk, weil es schafft Arbeitsplätze, weil ich dadurch eine Zukunft habe. Also da müssen wir beide Seiten sehen, glaube ich, und nicht nur die eine Seite. Da bin ich ja sehr für. Mir ging es ja nur darum, sozusagen dieses Motiv nicht darauf zu reduzieren, ich möchte den Wert meines Häuschen nicht machen. Das ist, glaube ich, etwas, was richtig schief geht, sondern dass man diese Frage der Lebenswertigkeit der Perspektive auch für diejenigen, die berechtigte Sorgen haben, mit diesem gefährlichsten Müll der Welt umzugehen. Das ist ja nicht eine fantasierte Angst, sondern da ist ein Risiko. Und dieses Risiko muss man ernst nehmen, das muss man verantwortlich adressieren, aber man muss auch dieses Gefühl, ist dann eine Region mit einem solchen Endlager nicht am Ende Death Valley und so eine Kleinausgabe der Todeszone von Tschernobyl, wo niemand mehr hin will, außer ein paar Abenteuertouristen. Das ist ja sozusagen das, was man wirklich abräumen muss. Und das muss man nicht nur symbolisch abräumen. Also jetzt will ich mal sagen, ich habe keine Lust auf deutscher Seite des Death Valley von Tschernobyl zu sein und deswegen ist es auch wichtig. Und das ist eine ganz andere Sache. Diejenigen, die früher im Kernkraftwerk gearbeitet haben oder als es lief, auch die Gewerbesteuervorteile hatten, ist eine andere Situation, weil sie einen Nutzen hatten. Diejenigen, die nachher das Endlager erhalten, die haben quasi die Altlast und kriegen das aufgebürdet, auch wenn es der sicherste Standort ist. Und deswegen muss man sich schon fragen und muss sie frühzeitig mit einbeziehen. Und ich meinte vorhin nicht, dass man einfach eine Studie macht, sondern frühzeitig mit einbeziehen. Und die Frage geht dann, was muss man denn oder was braucht man damit, die Region auch in Zukunft, ich sage jetzt nicht Kommune, sondern die Region auch in Zukunft eine Möglichkeit hat, eine Lebensqualität zu haben, die Brötchen zu verdienen, ein lebendiger Ort auch da ist. Ich meine ja vorhin, das kann ja nicht nachher nur ein Ort sein, wo man arbeitet und dann schläft und dann haut man so schnell wie möglich wieder ab, sondern dass da tatsächlich Leben stattfindet. Und das muss frühzeitig einsetzen, was es dann braucht, damit das auch nachher weitergeht. Wir haben einen weiteren Gast. Ja, guten Abend in die Runde. Mein Name ist Jens Miebus, ich komme vom BFE. Wir sind der Veranstalter, ich habe mir trotzdem die Freiheit genommen, mich mal hier vorne reinzusetzen. Ich leite am BFE ein Fachgebiet, das sich unter anderem mit internationalen Aspekten der Standortauswahl befasst und ich möchte gerne nochmal auf das Thema Schweden zurückkommen. Uns treibt das um, wieso läuft das dort besser? Es ist ein Grund viel schon. Schweden haben ein freiwilliges Verfahren. Was heißt das freiwillige Verfahren? Die Gemeinden können sich freiwillig melden, wenn sie mit der Meinung sind, ein Anklager akzeptieren zu können. Das genügt aber nicht. Man kann nicht einfach dieses Verfahren kopieren an andere Länder. Die Briten haben das versucht und sie sind nicht allzu erfolgreich damit. Wenn wir das jetzt nach Deutschland holen würden, das würde glaube ich nicht ausreichen. Es braucht noch ein paar andere Voraussetzungen, hauptsächlich politischer und gesellschaftlicher Art. Und wenn man nach Schweden schaut, sie haben traditionell eine sehr starke Selbstverwaltung und Selbstverantwortung in den Kommunen. Die Leute sind es also gewohnt, sich zu beteiligen, zu gestalten, aufzustehen, nicht nur wenn sie gegen was sind, sondern auch wenn sie für etwas sind. Das ist glaube ich ein ganz wichtiger Punkt, das ist dort verankert. Ein zweiter Punkt ist das Vertrauen in die staatlichen Einrichtungen. Das ist dort traditionell sehr stark. Die Schweden, die rufen ja sogar beim Finanzamt an, ob sie diverse Ausgaben steuerlich absetzen können oder nicht. Ja, kann man hier auch machen. Gut, worauf ich ein bisschen hinaus wollte, ist die staatliche Aufsicht oder das Verhältnis der staatlichen Aufsicht und des Betreibers. Das ist schon sehr lange strikt geregelt. Es gibt dort Regeln für eine sehr formelle und sehr transparente Kommunikation und das hilft natürlich an der Glaubwürdigkeit des Betreibers und auch an der Aufsicht zur Funktion des Regulators. Das war in Deutschland nicht so. Das BFS hatte beide Funktionen. Das ist entflochten worden, aber das Vertrauen muss natürlich zurückgewinnen. Die Schweden sagen, sie wollen in eine Review einbezogen werden, sie wollen das verstehen, aber sie können natürlich in den Gemeinden keine Expertise aufbauen. Sie sagen, der Regulator ist our expert. Das heißt, die Aufsichtsbehörde sind unsere Experten, die glauben denen. Da müssen wir irgendwo hinkommen. Und vielleicht, es ist ein hohes Ziel, aber ich glaube, wir kommen nicht dran vorbei. Und ein dritter Punkt ist ganz klar die Transparenz, die man walten lässt von Beginn an. Das ging also in den 70er Jahren los, das SKB losgezogen und hat Bohrungen, erste Screeningbohrungen gemacht im Land und sind mit Konflikten konfrontiert worden, mit Demonstrationen, mit Protesten. Und man hat dann staatlicherseits als auch Betreiberseitig gesehen, dass man das nicht mit Gegendruck niederringen sollte, sondern dass man die Unterstützung der Leute braucht. Und seit den 70er Jahren wird das Verfahren transparent geführt, Seiten des Betreibers als auch Seiten der Aufsicht. Und das sind, glaube ich, drei Punkte, auch wenn wir uns das Verfahren nicht einfach rüberkopieren können, aber diese drei Punkte sollten wir beachten. Und ich denke, da sind wir am BfE einer Meinung und versuchen, das umzusetzen. Ganz, ganz herzlichen Dank. Gibt es noch Wortmeldungen? Ich sehe nämlich betroffen, die Zeit ist vorangeschritten. Wir haben aber natürlich noch ein bisschen Zeit. Ansonsten würde ich das jetzt sammeln. Und wer noch etwas loswerden möchte und mitdiskutieren, könnte sich hier schon mal einfinden. Aber erst mal herzlich willkommen Ihnen. Danke. Mein Name ist Wilbrand. Ich komme aus Mecklenburg. Und als wir unsere Bürgerinitiative gegründet haben, war erst mal die Frage nach den Namen. Der Standort, der in Frage kommt, liegt bei Wredenhagen. Wir haben uns dann aber überlegt, dass wir, um klarzumachen, dass es ein größeres Problem ist oder eine größere Region anspricht, gesagt, wenn das Müritz-Region. Sie haben eine Bürgerinitiative gegründet gegen die Möglichkeit, dass bei Ihnen das Endlager hinkommt. Ja, gegen jetzt erst mal nicht, sondern da komme ich gleich zu. Ich wollte nur sagen, dass die erste Reaktion, die wir gekriegt haben, war vom Tourismusverband, die gesagt hat, seid ihr wahnsinnig. Weckt keine schlafenden Hunde. Nein, vertreibt nicht unsere Touristen. Wir leben in der Müritz ganz stark vom Tourismus. Also, was vorhin gesagt worden ist, dieses Argument mit dem Asse, die Leute, die 50 Kilometer entfernt wohnen, die haben fast mehr Sorge als die, die direkt daneben sind. Das ist ernst zu nehmen, glaube ich. Also, das mal nur so als kleine Anekdote. Das Stichwort Verlierer hier. Ich glaube, was ganz wichtig ist für die Region ist, dass man das Gefühl hat, es ging fair zu. Und dass die politische Einflussnahme ganz klar vermieden wird. Und ich glaube, vermeiden kann man sie nicht, aber man muss sie ganz transparent machen. Das heißt, man müsste eigentlich jeden Kontakt, den ein Politiker, sei es von Bundespolitik oder von Landespolitik, mit den verschiedenen Ämtern, mit der Gesellschaft und insgesamt auch kurz vor der Bundestagsentscheidung ganz klar dokumentieren und öffentlich machen. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Und man wird sich trotzdem natürlich als Verlierer führen, wenn man das kriegt. Das ist überhaupt keine Frage. Und wenn mir heute Morgen, finde ich, sehr beeindruckenden Vortrag gehört, über wie funktionieren die sozialen Medien und wie ist Vertrauen in der Gesellschaft überhaupt noch vorhanden. Und ich glaube, wie man kommuniziert und wie man vor Ort geht und wen man wie anspricht, da müssen sie sich sehr, sehr viel Mühe geben. Und wenn ich hier mal mich umgucke heute, ich weiß die Zahlen nicht, aber wenn hier zehn Prozent Teilnehmer sind, die nicht beruflich mit dem Prozess was zu tun haben, dann ist das wahrscheinlich die richtige Größenordnung. Das heißt, das hier ist noch keine Veranstaltung, die die normale Zivilgesellschaft anspricht. Und Herr Trittin, ein ganz letzter kleiner Punkt nur. Wenn Ihr Fonds eine Performance von elf Prozent hat, dann heißt das, Sie gehen ein enormes Risiko ein. Und ich sage nur das Stichwort Landesbanken. Also verzocken Sie das bitte nicht. Lassen Sie mich als erstes was zu den Ergebnissen der Foren von gestern sagen. Das ist jetzt im Layout unserer Firma. Meine Kollegen, die gestern moderiert haben und ich, haben das gestern Abend noch zusammen gebastelt. Wir haben das in dem Layout gemacht, nach dem Motto, Sie wissen, wer es geschrieben hat. Aber die Verantwortung liegt bei uns dafür, dass das korrekt ist und nicht beim BFE. Wenn wir einen vielleicht das erste Mal angucken. Das war, es gibt zu jedem Forum genau einen Chart. Zunächst gab es das Forum Nummer eins, Teilgebiete, wie ist der Stand der Ermittlung der Teilgebiete. Und es hat natürlich begonnen, können Sie sich vorstellen, mit dem Input von Herrn Tietze zur Frage, was ist eigentlich der Stand der Datenabfrage, wie ist die Vorgehensweise bei der Anwendung der Anforderungen und Kriterien durch das BGE. Und in der Diskussion sind folgende Punkte im Mittelpunkt gewesen. Erdbebenkriterien waren ein Aspekt nach dem Motto, wie geht das eigentlich. Da gibt es offensichtlich eine DIN-Norm und es gibt offensichtlich eine Überarbeitung der DIN-Norm und beides hat das BGE natürlich im Blick. Dann gibt es einen Verfahrensgrundsatz des BGE, da ist was in rot geschrieben, da gab es unterschiedliche Meinungen, wurde mir berichtet. Und zwar ist das der Grundsatz, Verfahrensgrundsatz des BGE, was einmal aufgrund von Ausschlusskriterien rausgefallen ist aus der Endlagersuche, das bleibt für immer draußen. Und die Kritik, die es da gab nach dem Motto, kann es nicht sein, dass wir dazulernen und dass man auch über Ausschlusskriterien in der Zukunft nochmal neu nachdenken muss, wo bleibt das lernende Verfahren. Das ist die Kritik dabei. Es gab weiterhin Diskussionspunkte zum Verständnis und Definition der verschiedenen Wirtsgesteine, insbesondere was Kristallingestein denn eigentlich ist. Es ging um die Frage, wie die ermittelten Teilgebiete, also deren Ermittlung nachvollziehbar gestaltet werden kann. Es ging um Abwägungskriterien vor dem Hintergrund von einzelnen Wertungsgruppen oder in Abhängigkeit von Datenverfügbarkeit. Also sprich, es ist ja alles nicht so im Detail im Moment noch nicht vorhanden, wie man sich es wünschen würde. Und natürlich ging es auch um die Frage, was steht denn in dem Teilgebiete-Bericht drin, also es wird drinstehen. Sie wissen, der ist für ungefähr dreiviertel Jahr angekündigt. Und Aussage hier, es wird da eine Dokumentation der ausgeschlossenen Gebiete geben und es wird eine Auseinandersetzung mit den offenen Fragen und Problemen in diesem Bericht geben. Die letzten Punkte, die Größe und Abgrenzung der Teilgebiete wurde diskutiert und das immer noch nicht verabschiedete Geologie-Datengesetz und die Möglichkeit zur Einsichtnahme in die Daten. Er kann jetzt, guckt Sie mal an, Sie waren wahrscheinlich dabei, oder? Stimmt in etwa? Okay. Also nichts Dramatisches, Falsches. Wunderbar. Gehen wir zum nächsten Forum. Folie Nummer zwei war die Frage, wie ist der Stand der Forschung zur Standortauswahl? Und da ging es um die Forschungslandschaft in Deutschland, also wer forscht eigentlich zu was, was relevant zum Thema ist. Die Forschungsagenda des BFE, die dazu existiert, gibt eine Übersicht dazu. Die Forschungsvorhaben sind eingeordnet nach Phasen des Standortauswahlverfahrens. Das ist der Punkt, was ist in welcher Phase besonders relevant. Und das bedeutet zum Beispiel geologische Daten der Phase 1. Da spielt das Geologie-Datengesetz eine Rolle, wie ich gerade schon hatte. Die Frage war, werden auch die Daten von ausgeschlossenen Gebieten eigentlich veröffentlicht, sodass man nachvollziehen kann, warum da was ausgeschlossen ist. Nach meiner Kenntnis ist das der Fall, dass das veröffentlicht wird. Aber ich will nichts Falsches sagen. Guck Sie an. Gut. Sie würden es gerne wissen. Sie würden es gerne wissen. Sie würden es gerne beantwortet haben, weil die in der vorherigen Gruppe auch umstritten war. Was ist mit den Daten von den ausgeschlossenen Gebieten? Ob die einsehbar sind in dem Bericht, das ist die Frage. Kann das gerade jemand beantworten? Herr Karnitz. Ja, Frau von Oppen, meine sehr verehrten Damen und Herren, in der Tat, das ist eine offene Frage, über die wir diskutieren müssen. Es geht darum, dass wir die Entscheidungen, die wir treffen werden, nachvollziehbar dokumentieren, auch öffentlich nachvollziehbar dokumentieren. Natürlich ist relevant, insbesondere, wie wir zu den Teilgebieten kommen, weil selbstverständlich interessiert, da hatten wir gestern in der AG 1 drüber diskutiert, den Landrat, die Kommunalpolitik, die betroffenen Bürger, gerade an den Grenzgebieten, an den Rändern, die Frage, warum bin ich drin oder warum bin ich gerade nicht mehr drin? Ehrlich gesagt, den offenen Punkt, den nehmen wir mit. Das ist so. Ich kann jetzt noch nicht zusagen, wie wir das machen. Aber dass wir das darstellen müssen und dass es auch nachvollziehbar dokumentiert werden muss, das ist uns sehr klar. Also insofern, da bleiben wir im Dialog. Ich kann Ihnen nur zusagen, dass wir diesen offenen Punkt in der Tat sehr ernsthaft mitnehmen. Danke für den Stand der Diskussion, Herr Karnitz. Weitere Punkte waren die Veröffentlichung von Ergebnissen von Forschungsvorhaben, also wo natürlich das Übliche ist, soll verständlich sein, was dabei gemacht wurde und rausgekommen ist, so früh wie möglich, ohne dass was zurückgehalten wird. Man braucht Vertrauen auch in die Ergebnisse durch eine gewisse Neutralitätserklärung der Personen, die es gemacht haben und oder durch Peer-Review-Verfahren. Natürlich sollte die Auftragsvergabe transparent sein zum Thema Veröffentlichung. Der letzte Punkt war, dass die Frage offensichtlich diskutiert worden ist, ob aufgrund von Forschungsergebnissen Änderungen am Standortauswahlgesetz möglich sind. Die Antwort ist ja, klar, es ist ein lernendes Verfahren, das ist nicht ausgeschlossen, aber natürlich ist da der Bundestag letztlich gefragt und nicht nur das BFE. Okay, nächste Folie. Danke. Das war die Gruppe 3, die sich mit der in der Diskussion befindlichen Verordnung zum Thema Sicherheit beschäftigt hat. Die Frage oben drüber ist, wie ist der Stand dieser Verordnung zur Sicherheitsanforderung und zu vorläufigen Sicherheitsuntersuchungen. Aus der Gruppe wurde mir berichtet, dass da kritisiert worden ist, dass der Verordnungsentwurf, den es ja gibt, der Referentenentwurf, unbestimmte Rechtsbegriffe enthält, also etwa, dass den Begriff erheblich, der eingeflossen ist, Sicherheit solle nicht erheblich beeinträchtigt werden und die Frage ist, was bedeutet das konkret. Es wurde diskutiert, dass es eine kritische öffentliche Auseinandersetzung über die Verordnungsentstehung gab und über die Überarbeitung. Die eingegangenen Stellungnahmen, die das BMU bekommen hat, das BMU ist da ja Verfahrensführer, sind nicht alle bislang öffentlich und die Bitte aus diesem Forum war, dass die bisher nicht Veröffentlichten zugänglich gemacht werden. Wenn ich das richtig verstanden habe, müssen die, die die Stellungnahme abgegeben haben, dem zustimmen und das BMU muss die Zustimmung einholen. Insofern ist es kein böser Wille des BMU, sondern eine rechtliche Frage und schön wäre, dass dann hinterher nicht nur die Stellungnahmen veröffentlicht werden, sondern auch eine Übersicht, inwiefern die denn berücksichtigt worden sind, also was davon ist inwie eingeflossen in die Verordnung. Empfohlen wurde für das Thema, also für Verordnung und deren Inhalte eine regelmäßige Überprüfung, Vorschlag 10-Jahresrhythmus, Thema menschliches Eindringen ist diskutiert worden, also wenn Menschen in Zukunft in das Endlager eindringen, da gab es so Themen wie, dass die vielleicht auf der Suche nach Rohstoffen sein könnten oder dass dabei Risiken entstehen und der Vorschlag war, diese Möglichkeit bei dem Verordnungsentwurf zu berücksichtigen, was immer das im Detail bedeutet, da bin ich überfragt, aber zu gucken, ja das kann auch passieren und nicht nur, dass irgendwelche Stoffe migrieren, sondern auch, dass Menschen in Richtung der Stoffe gehen, das ist der entscheidende Punkt. Die Bitte war, einen internationalen, vor allen Dingen aber europäischen Austausch zu führen über die Themen, die damit verbunden sind. In einem Peer-Review-Verfahren, da gibt es natürlich schon was, aber das soll intensiviert werden. Die internationalen Sicherheitsstandards sollen verglichen werden und die Diversität als Frage des Sicherheitskonzepts, also Diversität der verschiedenen Maßnahmen, habe ich verstanden, wie die zusammenpassen, ist ein Thema. Dann gibt es einen neuen Begriff, der bis dann her noch nicht auftaucht in der Verordnung, das Thema Sicherheitsmanagement, aber Sie sehen in Klammern, im Atomgesetz ist da was geregelt, was dann vielleicht in die Verordnung einfließen könnte, da ich nicht dabei war, bin ich jetzt ein bisschen dünn. Und die letzte Frage, wie der Vergleich denn eigentlich stattfinden soll zwischen den verschiedenen Aspekten, ist auch offensichtlich offen geblieben. So. Nächstes Thema, das wird mir ein bisschen leichter, das habe ich selbst moderiert, die, ich weiß nicht, kennen Sie PowerPoint-Karaoke, meine Damen und Herren? Ja, das ist ein Partyspaß, ganz im Ernst. Also, wenn Sie mal in einer kleinen Gruppe zusammen sind, suchen Sie sich im Internet eine PowerPoint-Präsentation zu einem Thema, von der Sie keine Ahnung haben, nichts, und stellen Sie es sich vor. Ungefähr, manchmal komme ich mir so vor, aber es geht noch. Heißt PowerPoint-Karaoke. So, das trifft hierfür nicht zu. Hier war ich selbst Moderator, es gab zwei Diskussionsstränge. Der erste ging um den Prozess für die Erarbeitung des Zwischenberichts über Teilgebiete. Frau Demer von der BGE hat da die Frage aufgeworfen, was Teilgebiete eigentlich meint, also nicht als Frage, sondern dass dieser Begriff offensichtlich sehr schnell missverständlich ist, dass er nicht selbsterklärend ist und dass es eine Aufgabe sein wird, dieses Thema deutlicher zu machen. In der Diskussion gab es so Vorschläge, ob Fläche besser wäre oder Körper, weil es ja um einen räumlichen Körper geht, aber Sie merken, so richtig überzeugt hat es noch nicht, nur dass da noch eine Aufgabe ist, das Thema Teilgebiete anders aufzuarbeiten. Die Frage war, was steht denn eigentlich oder was wird im Zwischenbericht stehen, um es genauer zu sagen, Antwort alle, deshalb in groß, alle digitalen und analogen Erkenntnisse des BGE zur Geologie in Karten. Es wird ein GIS-Portal geben für die räumliche Darstellung und offen ist noch, wie viel 3D-Technik eingesetzt werden muss, um die Erkenntnisse auch anschaulich zu machen. So, Ergebnis ist auch, das wurde gerade ja schon deutlich, welche Gebiete denn ausgeschlossen werden, also herausfallen und letzter Punkt zu diesem Thema Zwischenberichte, es wird nicht nur einen geben, sondern es soll eine Reihe von Syntheseberichten geben, die adressatengerecht aufbereitet sind, weil sie sagen, nicht jeder will die dickste Variante lesen, sondern unterschiedliche Adressaten erfordern auch unterschiedliche Berichte oder eher Zusammenfassungen und Verdichtungen. Da haben wir ein paar Anregungen gesammelt, wer denn die Adressaten eigentlich sein könnten, will ich hier aber nicht ausführlich darstellen. Der zweite Teil dieser Diskussion darüber war der Prozess für die Fachkonferenz-Teilgebiete, das schließt ja dann daran an, wenn der Zwischenbericht veröffentlicht ist, sieht das Gesetz diese Fachkonferenz vor und formell ist das geregelt, also es gibt diese formellen Vorschriften laut Gesetz, dass die Fachkonferenz den Zwischenbericht erörtert. Sie sehen, da ist eine rote 3, weil die Frage ist immer, wie viel Zeit wird es sein zwischen der Veröffentlichung dieses Berichts zu den Teilgebieten und der Einberufung der Fachkonferenz und der Vorschlag im Moment ist, damit Vorbereitungszeit für verschiedene Akteure besteht drei Monate und das ist umstritten, reicht das, braucht man nicht länger Zeit, haben einige gemeint, um sich besser einarbeiten zu können in die Materie. Also das ist ein strittiger Punkt. Das wird eine bundesweit offene Veranstaltung sein, also es ist eine Konferenz und nicht viele und diese eine Konferenz wird vermutlich eben mit einer sehr hohen Teilnehmerzahl diverser gesellschaftlicher Gruppen und Personen rechnen müssen. Das ist im Gesetz ja zumindest stichwortartig genannt, wer da einberufen wird. Das BFE als Träger der Öffentlichkeitsbeteiligung wird informell ergänzen, also das, was möglich ist, was nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, zu Beteiligungsverfahren. Da gibt es im Moment eine Klarheit, dass es eine Bürgerinnenkonferenz geben wird hier in Berlin am 25. Januar des nächsten Jahres. Das zweite, was man so unter informeller Ergänzung verstehen kann, ist eine bereits eingerichtete öffentliche Beratungsgruppe. Diese Beratungsgruppe macht sich Gedanken, wie man denn diese Aufgabe dieser Teilgebiets, dieser Fachkonferenz eigentlich vernünftig gestalten kann. Es ist ja nicht trivial, das zu machen und diese Beratungsgruppe wird grundsätzlich von den Beteiligten sinnvoll eingeschätzt, aber es gab einen Konflikt um die Besetzung. Also wer sitzt da eigentlich? Da hat ein Losverfahren, Ausfalls für Zündstoff gesorgt. Wir haben eine ganze Zeit darüber diskutiert, was da eine Rolle gespielt hat, ob man das nicht ändern könnte und so weiter. Ich will auf die Details nicht eingehen, aber da gab es einen Konflikt um die Besetzung. Die Beteiligung der Fachöffentlichkeit wurde in dem Workshop, in dem Forum noch eingefordert, also zum Beispiel, dass fachliche Stellungnahmen der geologischen Dienste in den Ländern zum Zwischenbericht der BGE eingefordert werden. Und der letzte Punkt war dann das Thema Standortsicherung. Sie wissen vielleicht, meine Damen und Herren, dass solange diese Standortsuche läuft, bestimmte Tiefenbohrungen untersagt sind oder zumindest genehmigungspflichtig sind. Und die Erwartung war hier von einigen, dass man das zumindest für oberflächennahe Geothermie lockern solle, um da die Probleme zu reduzieren. Also Botschaft ist, die Anträge sollten leichter genehmigungsfähig werden. So, das war der letzte Punkt. Aber nur als Diskussion. Kommen wir zu Nummer 5. Das war mit dem etwas weitgehenden Titel Information für die Ewigkeit. Also ich habe mich gefragt, ob das nicht auch eine Veranstaltung für den Landesbischof hätte sein können, aber war es nicht. Die Frage war da, wie schafft man das eigentlich, Informationen auf Dauer verfügbar zu haben für diejenigen, für unsere Nachkommen, in wie vielen Jahren auch immer. Und die Frage steht oben drüber, was sollte da eigentlich, worüber, also was ist Gegenstand der Informationen, wozu und wie lange. Und die Gruppe hat als erstes noch ergänzt, dass es auch die Frage des Wie gibt. Also wie kann man denn diese Informationen eigentlich zur Verfügung stellen. Deutlich wurde, wer ist verantwortlich. BFE, das ist die Zentralstelle für Informationserhalt und Informationssicherung. Also da liegt die konzeptionelle Verantwortung. Die Verordnung, die es dazu geben wird, die ist natürlich unschwer zu erkennen, nicht für die Ewigkeit gemacht. Die kann ja nur immer auf dem heutigen Stand von Wissenschaft und Technik erarbeitet werden. Also die sollte auch immer mal wieder angepasst werden. Hier die Forderung auch in nächster Zeit und anpassungsfähig. Es gab einen Konflikt in der Gruppe über die Frage, ob diese Verordnung denn jetzt schnell angepasst werden soll, also um bald möglichst eine Grundlage zu haben oder ob es schlauer ist, sich Zeit zu lassen, um dazuzulernen, was den Inhalt der Veranstaltung wäre. Das stand als Konflikt weiter im Raum. Stand ist, man fängt da nicht bei Null an, da gibt es schon einiges. Und ein Beispiel, was aus der Gruppe genannt wurde, man kann auf die Kompetenz bereits bestehender Archive und der dort arbeitenden Archivare nennen, weil die ähnliche Themen haben. Auch die machen sich ja, wenn es um Kultur gut geht oder was auch immer an Archiven liegt, Gedanken darüber, wie sie das möglichst lange sichern können und deren Know-how soll da einfließen. Wichtig ist, dass natürlich, worum geht es bei der Information? Stell dir um, was ist so Gegenstand, dass es nicht Vorschriften sind, weil Vorschriften werden sich ändern, sondern dass es um Informationen geht, also Daten, Fakten und nicht Vorschriften. Was ist dafür nützlich, das muss man immer wieder hinterfragen, was können künftige Generationen gebrauchen. Ein Thema war auch das Auswahlverfahren, also wie ist die Entscheidung für einen Standort gelaufen, ist eine solche Information interessant vielleicht für Sie, dass bei der Frage des Wie Papier nach wie vor erste Wahl ist, weil elektronische Datenträger, das haben Sie vielleicht schon erlebt oder die Älteren unter Ihnen kennen noch Floppy Disks. Wenn Sie heute mal versuchen, eine zu lesen, würden Sie Ihre Probleme kriegen. Das zeigt, wie schnell sozusagen auch elektronische Datenträger nicht mehr nutzbar sein könnten, deshalb Papier als Datenträger. Der Wandel von Sprache sei zu berücksichtigen und natürlich braucht man auch dafür Forschung und internationale Zusammenarbeit. So, jetzt habe ich Ihnen einen Überblick gegeben und was ich noch dazu sagen kann, ist, wenn Sie Diskussionsfragen haben, darf ich Sie wieder auf das Thema TED-Me hinweisen. Und gestern schon, das Werkzeug TED-Me.com, mit dem, Sie erinnern sich, da steht es auch, mit der unschlagbaren PIN-Status. Also wir könnten versuchen, noch Fragen zu sammeln und das eine oder andere dann in der Diskussion zu behandeln. Dazu müsste ich jetzt mal einmal kurz mir das iPad besorgen oder kann mir das jemand bringen? Liegt da schon? Ach, liegt da schon? Ich habe es nicht gesehen. Okay, dann gucke ich mal drauf, ob da was kommen wird. Bitte? Ja, zur Not kann man sich auch einfach melden. Das ist so ganz klassisch. Ich meine, das hat immer Grenzen in der Runde, also deshalb, das kennen Sie. So, hier passiert jetzt bei mir gerade nichts, wie auch immer. Herr Steil, ich komme mal mit dem Mikro zu Ihnen und dem Herrn neben Ihnen. Ja, ich will nochmal da anknüpfen, was Herr Meister gestern Morgen oder gestern Mittag sagte zum Thema Wahrhaftigkeit und dass ich erlebe, dass das BFE doch eher kommuniziert im Rahmen von Spin-Doktorship und Reframing. Wir haben das gestern in der AG4 erlebt. Ich habe das nochmal rausgesucht. Es geht um die Frage, was ist eigentlich dieser Zwischenbericht Teilgebiete? Im Gesetz steht, der Vorhabenträger hat Teilgebiete zu ermitteln, die günstige geologische Voraussetzungen für die sichere Endlagerung radioaktiver Abfälle erwarten lassen. Der Vorhabenträger veröffentlicht das Ergebnis in einem Zwischenbericht. Das BFE sagt gestern in der Presseerklärung, die das BFE veröffentlicht hat, aber eben auch in dem Forum 4, für das kommende Jahr hat das mit der Suche beauftragte Unternehmen einen ersten Zwischenbericht angekündigt. Der Bericht wird die Gebiete benennen, die infolge grundsätzlich fehlender Voraussetzungen aus dem weiteren Suchverfahren ausgeschlossen werden. Nun kann man sagen, das ist doch das Gleiche. Ich glaube, das ist was ganz anders. Das ist ein Reframing. Das ist immer noch der Versuch, Betroffenheit zu verhindern und es ist, glaube ich, sehr gefährlich, weil ich glaube nicht, dass man mit so einem, wenn man sozusagen was ganz anderes nach außen kommuniziert, als das, was im Gesetz eigentlich gefordert und formuliert ist, schafft das nicht das Vertrauen, das es braucht, also in die Institutionen, damit dieses Verfahren funktioniert. Also an der Stelle ist jetzt nur ein Beispiel, ein sehr aktuelles. Ich könnte noch zehn andere nennen, wo ich das auch erlebe, mache ich nicht, genau, aber für mich ist das sozusagen pass pro toto ein aktuelles Beispiel, was ich aber immer wieder leider erlebe. Sie haben es gestern im Forum ja auch schon gesagt, weil es offensichtlich wichtig ist, auch im Plenum deutlich werden zu lassen. Ich muss gerade noch mal gucken. Herr Scharschmidt. Ja, ich war gestern in der Arbeitsgruppe 3, da ging es um die Sicherheitskriterien und da habe ich irgendwie mit Bedauern festgestellt, dass es leider immer noch so ist, dass kritische Hinweise nicht als Hilfestellung angesehen werden, sondern als irgendwie störend. Und ich finde das ausgesprochen bedauerlich, weil die paar Leute, die sich hier als Kritiker einfinden, sind eigentlich für diesen Prozess ein Schatz. Und dieser Schatz, der muss gepflegt und gehegt und gehoben werden und nicht noch vor den Kopf gehauen werden. Und da glaube ich, hier haben die verschiedenen beteiligten Häuser noch ein ganzes Stück Arbeit zu tun, um diesen Schatz zu heben, weil das, was jetzt nicht an Fehlern behoben wird, das kommt in wenigen Jahren dann doppelt und dreifach wieder zurück und dann nicht mehr so konstruktiv, wie wir es jetzt machen. Also eher ein Danke als eine Verärgerung, ja? So, okay, habe ich verstanden. Ja, guck mal, ob jetzt auf dem Pad was angekommen ist, ne? Also das kann ich im Moment nicht sehen, aber vielleicht kann sich jemand nochmal drum kümmern, ob das sozusagen, kommt nichts? Ich sehe das da hinten, also okay, dann machen wir es so. Herr Lewitz, ich muss ein bisschen auf die Uhr gucken, weil wir gleich noch einen anderen Punkt haben, aber ein paar Minuten haben wir noch. Ich will gar nicht lange reden, aber ich habe ja gestern auch schon eine andere Meinung zum Herrn Steige gesagt, die muss ich jetzt nochmal wiederholen, auch ein bisschen nochmal faktenbasierter oder wissenschaftsbasierter. Also es gibt immer die Möglichkeit der Verifikation und der Falsifikation, also einmal die Bestätigung durch untermauende Fakten, dass etwas geeignet ist oder die Falsifikation, dass es eben nicht geeignet ist und beides führt am Ende in der Summe zu einem Ergebnis. Das hatte der eine Kollege hier auch schon gesagt mit der Mengenlehre, also das ist genau die Mengenlehre. Ich habe eine 100% Menge, aus der nehme ich was raus, dann bleibt was über und dann habe ich vielleicht was, was besonders geeignet ist, das kriegt dann irgendwie noch eine andere Farbe. Wir haben gehört, es gibt verschiedene Farben und so nähert man sich dem Endergebnis dann an. Also ich wiederhole einfach meine persönliche Meinung, die auch im Gespräch mit anderen sich bestätigt hat, dass das Vorgehen hier durchaus eine gute Möglichkeit ist, ein Ergebnis zu erreichen und auch die Öffentlichkeit zu beteiligen. Also ich sehe das so. Danke Herr Lebitz, tun Sie mir einen Gefallen, meine Damen und Herren, versuchen Sie nicht Mengenlehre jetzt auszudiskutieren und die Frage, was der richtige Standpunkt ist. Also ich denke, wir haben es so gehört, es gibt unterschiedliche Meinungen dazu, dabei würde ich es gerne bewenden lassen. So, ich gucke nochmal. Okay, dann stelle ich mal die Frage nach dem offenen Forum. Also Sie wissen, dass schon mit der Ankündigung der Veranstaltung angeboten wurde, dass Akteure der Zivilgesellschaft hier den Raum bekommen, ein eigenes Forum oder ein Forum zu einem von Ihnen gewählten Thema zu gestalten. Bedingung dafür ist, dass Sie sich selber um Moderation und Dokumentation kümmern müssen, also wenn es den Eingang in die Dokumentation finden soll. Das ist im Vorfeld nicht passiert, da gab es also keine Anmeldung und sagen, wir wollen mal. Und deshalb würde ich jetzt nochmal fragen, wer denn Interesse hat, ob es da eine Anmeldung gibt. Ich sehe eine Wortmeldung. Lassen Sie mich vorher nochmal sagen, was gibt es denn heute an Forum? Sie haben alle das Programm vor sich trotzdem, damit Sie einen Überblick haben, was wird denn passieren. Es wird ein Forum zum Nationalen Begleitgremium geben, was Herr Hagedorn moderieren wird. Jetzt Frau Schröers, ich muss noch gucken, wie das genau heißt. Reflexion, genau, über die Arbeit des Nationalen Begleitgremiums. Ich wollte nichts Falsches sagen. Und es wird zum Zweiten ein Forum der BGE geben, erneut zum Standortausfallverfahren über Methoden und Arbeitsfelder, also die Möglichkeit einer weiteren Vertiefung der Diskussionen über Geologie, Daten, weiteres Vorgehen. Und es wird ein Forum des BFE geben unter der Fragestellung, wie gestaltet sich die Endlagersuche in Zeiten des zunehmenden Populismus. So, das sind die drei, die stattfinden werden. Wo die sind, sage ich nachher noch. Und jetzt nochmal so die Frage Anmeldung. Herr Lewitz, dann komme ich mal zu Ihnen. Sie sollten mal sagen, was Sie denn da vorschlagen. Und dann werde ich danach fragen, ob es daran Interesse gibt. Ich habe ja im Prinzip schon, das war jetzt gar nicht beabsicht, aber gestern mich aufs Sofa gesetzt. Und das Thema, habe ich gesehen, sind noch ein paar Kollegen da, die sich da auch mit auskennt, Partitionierung und Transmutation. Brauchen wir ein Endlager? Wäre es nicht besser, wenn wir gar kein Endlager brauchen? Also mein Spruch ist immer, das beste Endlager ist kein Endlager. Und das können wir, da können ein paar Kollegen Informationen dazu geben. Also das würden wir gerne tun, um einfach zu sehen, müssen wir es nicht eine Million Jahre sicher verbuddeln, sondern können wir es in relativ kurzer Zeit unschädlich machen. Informationen geben heißt, wie muss ich mir das vorstellen? Welche Art von Informationen ist da zu erwarten in dem Forum? Es gibt ja einmal diesen Bericht, der gemacht wurde für das BMWi über Partitionierverfahren, modernes Partitionierverfahren. Es gibt ja diesen Bericht, also sorry, ich kenne ihn nicht, deshalb sagen Sie lieber noch einen Tag mehr. Okay. Also im Rahmen beim BMWi ist auch die Endlagerung angesiedelt und im Gesetz ist nicht ausgeschlossen, Abtrennung und Umwandlung, also Abtrennung, Partitionierung. Und da gibt es ein altes Verfahren, was in der Kernwaffenentwicklung genutzt wurde, über das wir nicht sprechen wollen, das Porex-Verfahren oder die Kollegen, die sprechen werden, sondern fraktionierte Destillation. Ein in der Industrie für Titanherstellung schon geläufiges Verfahren, was jetzt eben auch für Uran und andere Elemente angewendet werden kann. Und dann haben wir am Ende erstmal vier Prozent nur über, was das Endlagerproblem darstellt. Vier Massenvolumenprozent und 96 Prozent konventionell. Das ist schon mal der erste Schritt. Und der zweite Schritt wäre dann, dass man das noch in einer kritischen Anordnung ganz wegbrennt. Das wäre die zweite Möglichkeit. Das heißt, Sie würden darstellen, was ist der Stand der Wissenschaft zu dem Thema? Technik nur begrenzt, wenn ich es richtig verstanden habe? Und das, was es so an möglichen Fragestellungen oder weiteren Vorgehen dazu geben könnte auch? Also wir bieten auch an natürlich, dass dann, wenn Fragen sind, die beantwortet werden. Einen kurzen, vielleicht einen, sag mal, zehnminütigen Einführungsvorteil oder was. Und dann würde ich sagen, Frage und Antwort, weil es geht ja darum, dass jetzt die Bürger hier einfach ihre Fragen stellen können. Weil das ist immer der Ziel, mein, denke ich. Ja, danke, Herr Lewitz. So, jetzt würde ich gerne wissen, wer denn Interesse daran hat, ein solches Forum, was Herr Lewitz da gerade angeboten hat, zu besuchen. Wenn Sie einfach mal ein Handzeichen ganz klassisch geben würden, das sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, ist eine kleine Gruppe. Ich weiß nicht, Herr Lewitz, reicht Ihnen das? Ja? Wenn zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, dann bin ich mit. Okay, okay. Gut, ja, dann bin ich gespannt, was da passiert. Vielleicht entscheiden sich ja auch noch andere, die dann zu Ihnen kommen würden. Schauen wir mal. Ja? Gut, da gibt es noch eine Wortmeldung von Herrn Stein zum Thema. Nur zu. Ja, ich wollte es nochmal sozusagen transparent machen. Wir haben ja vor einer Woche eine alternative Statuskonferenz in Hannover veranstaltet und wurden vom BFE angefragt, ob wir hier eben in diesem vierten Forum die Ergebnisse vorstellen. Das Erste, was passiert ist, ist, dass bei uns diese Anfrage schlicht, weil wir sozusagen organisatorische Schwierigkeiten haben, untergegangen ist. Da habe ich mich gestern schon bei Herrn Bautz für entschuldigt, weil er uns ja angefragt hatte. Wir machen das jetzt hier nicht und zwar einfach aus dem Grund, weil sozusagen jetzt aus kritischen Gruppen relativ wenige Leute hier sind und diese wenigen doch lieber in den anderen Foren mitdiskutieren wollen, als jetzt sozusagen sich in der Extragruppe zu setzen und dann in den anderen Foren mit ihren Stimmen nicht so vorzukommen. Das ist der Grund, weil eben aus kritischen Gruppen viele Leute aufgrund vergangener Erfahrungen mit solchen Veranstaltungen dann doch gar nicht mehr hierher gekommen sind. Ich bin jetzt gekommen, ich würde gerne mitdiskutieren und mich nicht in den Extraraum setzen, um zu berichten vom letzten Wochenende. Wer darüber was erfahren will, kann das auf unserer Webseite ausgestrahlt.de nachlesen. Okay, danke Herr Stein. Gut. Ja, dann kommen wir mal zum Thema Jugend. Und das erste wird ja die Einspielung eines kurzen Trailers sein, den wir uns gemeinsam mal angucken sollten. Es ist, wie ich gelernt habe, auch für die beteiligten jungen Leute teilweise neu. Insofern, wir sind gespannt. Gucken Sie zu. Herzlich Willkommen zu unserem Workshop. Das Thema Endlagersuche geht uns alle an. Man kann es nicht einfach wegdiskutieren oder sagen aus dem Auge, aus dem Sinn. Ich bin hier, weil ich mir gedacht habe, dass es einfach notwendig ist, hier auch so eine kritische Perspektive mit in den Workshop reinzubringen. Die Idee hinter diesem Workshop ist tatsächlich, dass wir uns die Kompetenz der jungen Leute gerne abholen wollen. Ich bin gespannt darauf, wie junge Menschen über, wie sie beteiligt werden wollen. Also wir hatten eigentlich eine super Diskussionskultur meines Erachtens. Vielleicht wäre es gut, vor so einem Workshop mal zu klären, was unter Partizipation eigentlich verstanden wird. Es war heterogen. Wir haben nicht nur über eine politische Komponente, wir haben interdisziplinär gearbeitet. Meine heimliche Leidenschaft, das sind Endlager, Endlager und Endlager. Man muss keine Panik haben bei dem Thema. Das weiß ich nicht. Ihr seid eine tolle Gruppe und ich bin auch begeistert von eurem Engagement hier. In meinem Kopf tickert es natürlich schon, was kann man mit bestimmten Ideen machen. Ich fand es wirklich positiv am Ende, wie viele kritische Themen wir doch besprochen haben. Ich habe für mich selbst viel gelernt. Ich würde mir wünschen, dass es tatsächlich einfach weitergeht. Ich möchte jetzt drei Personen bitten, vorne auf die Bühne zu kommen. Ich stelle sie gleich vor. Ja, den einen oder die andere haben Sie im Bild schon gesehen, meine Damen und Herren. Ich möchte ein bisschen so über das reden, was denn so Gegenstand war, was Sie mitgenommen haben. Ich möchte Ihnen aber als erstes die Personen vorstellen. Zur Erläuterung, wir haben uns heute Morgen auf ein gegenseitiges Du über die diversen Jahrzehnte Altersunterschied hinweg geeinigt. Aber ich stelle sie erst mal mit vollem Namen vor. Klaus Busacker, ganz außen. Neben mir Jan-David Brück-Göckelmann. Und last but not least, Maria Lenk. Maria, ich wollte mit dir anfangen, wenn du das Mikro mal nehmen würdest. Ist es an? Ja, ist an. Die erste Frage ist natürlich, wie kommst du dazu, dich zu so einer Veranstaltung anzumelden? Ich bin da eigentlich zufällig über Arbeit reingerutscht, weil ich arbeite für eine kleine Stiftung, die heißt Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen. Ja, das passt ja. Das passt, genau. Und das ist aber tatsächlich ein Thema, also die Endlagersuche, mit dem ich das Gefühl hatte, das ist in der jungen Generation irgendwie noch gar nicht angekommen. Also sicherlich über Atomausstieg, das haben alle mitbekommen und da haben alle auch eine Meinung zu, aber dann was da mit dem Müll am Ende passiert. Das war zumindest in meinem Horizont noch gar nicht richtig drauf. Und ich bin, wie gesagt, durch Arbeit reingerutscht, habe an diesen Vorbereitungsworkshop für den Jugendworkshop mitgearbeitet und das Thema hat mich nicht losgelassen. Das heißt, in Zukunft engagierst du dich dafür, dass andere Jugendliche mehr darüber erfahren? Ja, ich denke schon. Ich meine, ich nehme ein bisschen was vorweg, aber ich kann mir das gut vorstellen. Wie hast du das denn erfahren? Wie habe ich erfahren, dass es den Workshop gibt? Ja, wie gesagt, zufällig durch Arbeit. Also ich glaube, ansonsten wäre das bis zu mir gar nicht durchgedrungen, weil wir eben vielen so Jugendbeteiligungsformaten auch immer angefragt werden. Und genau, dadurch kam die Anfrage. Ich habe das dann auch in meinem Netzwerk gestreut, dann noch ein paar Leute mit hingezogen zu dem Workshop. Aber ich glaube, sonst wäre das nicht bis zu mir durchgedrungen, dass das stattfindet. Ja, Klaus, wenn du vielleicht auch mal zum Mikro greifst, was hat dich bewegt, dich da anzumelden? Ja, bei mir ist das eine ähnliche Vorgeschichte, dass ich da auch durch berufliche oder Ausbildungswege darauf gestoßen bin, weil ich jetzt durch mein Geowissenschaftsstudium an einem Mentoringprogramm teilnehme und dort die Veranstaltung dann auch beworben worden ist. Und das Thema hat mich dann auch direkt interessiert und ich fand es dann sehr spannend, mal einen direkten Einblick aus erster Hand zu erfahren und wirklich Informationen zu bekommen aus direkten ersten Quellen und jetzt keine bewerteten Informationen schon aus dem Netz oder aus ähnlichen Quellen zu erhalten. Und Geowissenschaftsstudium, gibt es da Vertiefungsmöglichkeiten in die Richtung später oder bist du schon dabei? Dort gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, also wir haben ja schon bei den anderen Forendiskussionen der letzten Tage gehört, GISS-Anwendungen sind dort sehr gefragt, das ist zum Beispiel auch ein Schwerpunkt meiner Arbeit und war auch ein Schwerpunkt meiner Masterarbeit und aber auch ganz verschiedene andere Vertiefungsrichtungen, wie zum Beispiel der Aufbau der Gesteine oder rein tektonische Fragen, da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Maria hat ja gesagt, in der jungen Generation ist das Thema Endlager gar nicht so bekannt, wie es vielleicht sein sollte. Wie ist das bei dir in deinem Kollegenkreis? Dort ist das schon insofern bekannt, dass das Thema bekannt ist, dass man weiß das natürlich und es wird auch immer mal in der Universität diskutiert, aber wie groß jetzt da wirklich die Möglichkeiten sind, sich zu gestalten, das wird dann erst in solchen Workshops, wie wir jetzt in Kassel die Möglichkeit hatten, deutlich. Danke, gibst du das Mikro mal bitte weiter an David. Ja, und wie bist du dazu gekommen, David? Ja, hallo erstmal. Ich bin auch Student der Geologie und das ist mein erster Anknüpfpunkt und ich habe davor schon immer ein persönliches Interesse an der Thematik mitgebracht und das im letzten Sommer dann vertieft schon durch mein Studium und Begeisterung ist übergesprungen, als ich die Möglichkeit hatte, im Rahmen einer Exkursion das Nagra-Felslabor im Grimsel in der Schweiz zu besuchen. Sehr spannende Angelegenheit, kann ich auch jedem empfehlen, der Lust hat, ist für die Öffentlichkeit zugänglich. Genau. In welcher Gegend ist das in der Schweiz? Das ist am Grimselpass, also das ist von Zürich circa eineinhalb Stunden südlich, gut zu erreichen auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Und dann, da kommt Kritik, und dann war ich wieder in Deutschland und tatsächlich ploppte diese Mail bei mir an der Uni im Verteiler auf und da stand dann Hashtag Dein Endlager. Und dann habe ich mir gedacht, Moment, das geht mir jetzt irgendwie ein bisschen schnell. Du hattest noch gar kein Endlager, ne? Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass ich jetzt in naher Zukunft eins bauen sollte. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, jetzt haben die Finnen ein Endlager, die Schweizer haben eins und jetzt soll ich der Nächste sein. Da möchte ich vielleicht doch noch mal kurz drüber reden, wie es dazu kommen sollte. Und die Veranstaltung selber, behalte mal das Mikro, wie hast du das erlebt? Hast du deine Fragen da beantwortet bekommen? Ja, doch, zum großen Teil auf jeden Fall. Also es hat sich herausgestellt, dass es dann doch nicht nur mein Endlager sein sollte und dass ich nicht allein verantwortlich dafür zu sein habe. Das war eine große Erleichterung für mich. Glauben wir alle. Ich dachte, da kommt noch was hinterher. Ach so, ja, was wollen Sie wissen? Was willst du wissen? Okay, ja, dann steige ich mal mit einer anderen Frage ein, um es ein bisschen leichter zu machen. Gab es denn irgendwas bei dem Workshop, also was dich überrascht hat, wo du sagst, das war dir überhaupt nicht bewusst? Ja, mich hat tatsächlich eine Sache sehr überrascht. Also ich bin angereist mit, würde ich sagen, positiv kritischer Neugierde. Und am ersten Tag war ich dann noch sehr skeptisch, weil man lief dann so, also man stieg aus diesem Bus aus, das ist in Kassel etwas entfernt von der Stadt. In Berlin wäre das der Speckgürtel, der so genannte. In Kassel ist das ein Mischwald. Und dann lief man zu diesem Hotel. Und auf dem Weg dorthin begegnete man schon, ich würde jetzt sagen Atomkraftgegnern, wo ich mir selbst dann gleich so ein bisschen schuldig vorkam, obwohl ich mich selbst gar nicht direkt jetzt zu der Veranstaltung oder zu Atomenergiegegnern ordnen wollte, sondern mir das einfach mal ansehen wollte. Also ein bisschen vorbelastet bin ich da reingekommen. Und am Abend gab es dann noch eine eigentlich sehr amüsante Vorführung von einem der Physikanten, wo sich aber, glaube ich, die meisten Teilnehmer mit akademischem Hintergrund gedacht haben, ja, okay, ganz ehrlich, das ist keine Rakete, das ist eine PET-Flasche. Aber allerdings am nächsten Tag wurde ich positiv überrascht, weil ich, oder weil, glaube ich, alle Teilnehmer gespürt haben, dass da staatliche Institutionen sind, die tatsächlich auch selbst nervös sind und aufgeregt und angespannt und vor allem aber offen für die Worte der jungen Generation, die eingeladen wurde. Und das hat mich tatsächlich sehr positiv überrascht. Maria, gab es für dich auch Überraschungen? Also was für mich eine Überraschung war, vielleicht eine unangenehme, war, dass wir doch eine ziemlich akademische Gruppenzusammensetzung da waren. Also die Jugendlichen, die da waren oder die jungen Leute, die da waren, haben entweder studiert oder studieren noch oder streben Abitur an und wollen dann studieren. Also es war schon ziemlich, ziemlich, ja, akademikalastisch. Hättest du dir anders gewünscht, ja? Ja, ich glaube, es wäre auch interessant gewesen, da auch Leute mit dabei zu haben, die ja eben nicht so diese Akademikerbrille sozusagen aufhaben. Insgesamt fand ich, wie David das auch schon gesagt hat, der zweite Tag, also der Samstag dann, das war so der einprägsamste, weil für mich, die sich damit mit dem Thema zwar schon auseinandergesetzt hatte, aber irgendwie noch ganz viele Fragen hatte, ich es erst mal schön fand, dass auch von den Institutionen die Bereitschaft da war oder der Wille, diese Fragen zu klären. Und ich den Eindruck hatte, zumindest in den Workshops, in denen ich war, hat man sich so intensiv mit diesen Fragen auseinandergesetzt. Also mich zum Beispiel, ich habe Friedens- und Konfliktforschung studiert und da habe ich mir eben die Frage gestellt, wieso läuft das in anderen Ländern so viel smoother sozusagen. Hatten wir gestern Abend hier auch. Genau, und dazu hatten wir auch einen Workshop und ich muss sagen, in diesen, ich glaube, es waren zwei Stunden, sind wir so tief in diese Thematik eingestiegen und haben da Vergleiche angestellt und auch geguckt, was unterscheidet Deutschland jetzt tatsächlich von den anderen, was kann man nicht ändern, weil es einfach so ist, historische Gegebenheiten oder Mentalitätsfragen, was man jetzt eben nicht so schnell ändern kann, aber welche Faktoren kann man, an welchen Schaltern kann man sozusagen drehen, um auch einen positiven Outcome zu haben und vielleicht auch das zu schaffen, dass die Akzeptanz höher ist. Und da sind wir sehr tief eingestiegen und auch sehr kritisch mit dem Prozess umgegangen. Und wenn ich das mal so kritisch sagen darf, ich habe an diesem Workshop tatsächlich einen deutlich höheren Wissenszuwachs gehabt als jetzt gestern hier. Okay. Das ist ja positiv. Kannst du uns denn teilhaben lassen daran, wo du sagst, wo sind die Unterschiede zwischen den verschiedenen Ländern? Gibt es da irgendwie Erkenntnisse, wo du sagst, das würde sich ja gerne nochmal in die Runde tragen, damit die anderen auch davon profitieren? Ah, das waren so viele. Ich will dich nicht in Verlegenheit bringen. Also wenn es zu kompliziert ist, dann passiert das. Ja, ob ich das noch alles zusammenbekomme. Also ich glaube, wir hatten eben schon viele Punkte festgestellt, die man einfach, wie gesagt, nicht ändern kann. So ist wie historische Vorbelastung oder dass das Rechtssystem anders ist, auf anderen Prinzipien basiert. Dass die Bevölkerungsdichte zum Beispiel in Finnland und Schweden eben auch eine ganz andere ist. Aber dann Punkte, an denen man arbeiten kann, ist eben, mit welcher Transparenz geht man um? Genau, mit wie viel Transparenz geht man an die Sache ran? Auch wie ernst nimmt man Öffentlichkeitsarbeit? Mit welchen Mitteln stattet man die Öffentlichkeitsarbeit aus? Und ich kenne die anderen, das kriegt die anderen nicht mehr zusammen. Aber da gibt es bestimmt auch in der Dokumentation dann nachher Fotos von den Flipcharts. Danke. Klaus, ich mach da mal weiter. Also bei Erkenntnissen. Also was ist denn das, wo du sagst, da bist du vielleicht auch schlauer geworden, so wie Maria. Was nimmst du davon mit? Ja, ich kann mich da nur anschließen. Vor allem der zweite Tag war ein sehr fruchtbarer Tag. Deshalb wurde halt unsere Zusammentragen auch sehr passend immer als Harvesting bezeichnet. Das fand ich eine tolle Begrifflichkeit. Nochmal, ich hab's nicht verstanden. Wie wurde das? Unsere Zusammentragen waren jetzt nicht einfach nur so Ergebnisse des Tages, sondern das wurde wunderbar als Harvesting, also als Ernten bezeichnet. Als Ernte, ah ja, okay. Und ja, so ähnlich war es auch. Wir hatten wirklich verschiedene, ähnlich wie jetzt hier auch, verschiedene Foren oder verschiedene Gruppen, wo wir uns über Themen, die uns besonders interessiert haben, ausgetauscht haben und Informationen bekommen haben. Wo besonders viel daran gearbeitet worden ist, ist an verschiedenen Formaten und verschiedenen Kommunikationsplattformen, wo wir, oder wo die Akteure dann, gerade uns junge Leute, dann auch erreichen können. Aber auch inhaltlich wurde einiges diskutiert. Ja, Kommunikation kommt ja immer wieder, hatten wir gerade ja auch schon sozusagen. Was ist denn deine persönliche Ernte? Also wenn du schon von Harvesting sprichst, was hast du geerntet? Süße Früchte oder? Ja, also auf jeden Fall ist es schon mal sehr positiv, dass man so viele Informationen von diesem Workshop mitnehmen konnte. Und ich fand auch den Umgang mit uns sehr offen. Also man hat ja auch in dem Einspieler gesehen, es waren auch bei uns durchaus kritischere Stimmen mit anwesend, dass jetzt zum Beispiel von einer grünen Jugendbewegung Leute da waren. Und ich habe da wirklich hinsichtlich dieser Information Vertrauen auch gewinnen können, da das wirklich ein transparenter Austausch auch war. Gibst du mal weiter an David? David, was erzählst du denn deinen Kommilitonen und Freunden von dieser Veranstaltung? Ehrlich gesagt zeige ich denen, die sollen die Videos anschauen, die sind eigentlich sehr gut deskriptiv gelungen, würde ich meinen. Und das war es schon? Man fragt die dann nicht nach? Wenn dann konkret nachgefragt wird, natürlich, aber das ist jetzt ein bisschen weit gegriffen und ich glaube, also wenn es jetzt um die Kernergebnisse des Workshops geht, dann bin ich glaube ich auch der falsche Ansprechpartner, weil an jedem Tag fünf bis gefühlt 16 Workshops stattfanden und ich maximal in zweien von denen saß. Ich glaube, da gibt es einige Damen und Herren, die sich im Nachgang der Veranstaltung damit beschäftigt haben, diese Informationen zusammenzutragen. Ich weiß gar nicht, ob es da schon Veröffentlichungen gibt, aber ich glaube, da wendet man sich besser an das BGE, BFE und an das NBG. Würdest du es denn wieder tun? Denselben Workshop noch einmal? Das war jetzt ein Gedankenexperiment, also sorry. Ich hatte gedacht, du könntest mir folgen, zu sagen, wenn du nochmal gefragt worden würdest, würdest du wieder mitmachen? Ja, auf jeden Fall. Ja? Ja. Hat es Konsequenzen für dein Studium? Ja, auch auf jeden Fall. Ich werde mich studientechnisch, glaube ich, in diese Richtung begeben und ich weiß nicht, wie die Sachlage ist, aber falls das BGE sich da vorstellt, Masterarbeiten anzubieten, ich bin noch bis 13 Uhr da. Also ich habe mehrfach gehört, so in Randgesprächen und schon letztes Jahr, dass es so eine Sorge gibt, dass die Kompetenz zu bestimmten Themen rund um Atomenergie verloren geht. Für Geowissenschaften weiß ich das nicht und für Geologie auch nicht, aber nach dem Motto, mehr Kompetenz ist, glaube ich, immer gewünscht. Also von daher würde es mich wundern, wenn es da keine Bereitschaft gäbe. Ich frage euch jetzt mal in die Runde, also wer von euch auch immer was dazu sagen will, weil, also ich habe ja jetzt gefragt, wie es so war, wie ihr es erlebt habt, was ihr mitgenommen habt. Gab es denn auch Meinungsverschiedenheiten, wo ihr euch gestritten habt über irgendwas? Gab es schon. Ja. Also ich kann ja kurz erzählen, wie der zweite Tag ablief, der war gefüllt mit Workshops und das Ganze hatte zwei Workshop-Phasen, einmal vormittags, einmal nachmittags, an dem man sich intensiv mit verschiedenen Themen auseinandersetzen sollte. Die Organisatoren hatten da auch schon drei Themenblöcke vorgeschlagen, hatten aber gesagt, wir wollen darüber diskutieren, was euch bewegt und was ihr wissen wollt. Und genau, daraufhin haben sich dann auch noch weitere Workshops gebildet und dann zu einem Zeitpunkt, ich weiß gar nicht mehr, ob das vor dem Mittagessen war oder nach dem Mittagessen, vor dem Harvesting, sind ein paar... Da souffliert jemand, wunderbar. Ja, das Wochenende war so intensiv, das alles zeitlich einzuordnen, ist ein bisschen schwierig. Genau, sind ein paar junge Aktivistinnen und Aktivisten aufgestanden vom, wisst ihr noch, wie die hießen? Junepa, genau. Junepa heißt was? Das ist, soweit ich weiß, das Jugendnetzwerk für politischen Aktivismus. Sie beschäftigen sich sonst viel mit friedlichen Blockaden, Sitzblockaden. Genau, haben sich hier sehr konstruktiv eigentlich in unserem Workshop geäußert. Danke. Genau, also die Aktivistinnen und Aktivisten sind immer dann aufgestanden und haben gesagt, sie haben den Eindruck, die kritischen Stimmen kommen hier zu wenig zu Wort und daraufhin ist dann eben auch noch ein Workshop entstanden, der sozusagen diesen Konflikt erst mal versucht hat aufzulösen. Also es gab dann, also die... Was war denn der Gegenstand des Protests? Ja, dass man, also dass die Aktivistinnen und Aktivisten gesagt haben, es wird zu wenig kritisch hier betrachtet und also die jungen Leute, die da zu dem Workshop-Wochenende gekommen sind, sind glaube ich auch viel mit mit einem geringen Wissensstand reingekommen und da war so ein bisschen die Angst dabei, dass eben nur so diese, ja das läuft alles bürgernah und transparent und so weiter ab, das nur so beleuchtet wird und dann eben die kritischen Punkte nicht beleuchtet werden und das hat dann auch zu Unmut innerhalb der Gruppe geführt, also nicht, weil eine kritische Stimme sich geäußert hat, sondern auf die Art und Weise, wie das geäußert wurde und man hat gemerkt, hier prallen so ein bisschen zwei Welten aufeinander, die Leute, die also diesen Prozess vielleicht, ja positiv sehen oder erstmal überhaupt begreifen wollen und die Leute, die eben da auch schon Vorwissen hatten und schon wissen, was kann man sozusagen daran kritisieren und da gab es dann einen sehr intensiven Austausch in einem Workshop, in dem ich allerdings auch nur ganz am Ende dabei war, wo also viel auch über Emotionen geredet wurde, über wie, also man dann gemerkt hat, man kommuniziert auf ganz verschiedenen Wegen und man meint aber eigentlich dasselbe, man will eigentlich dasselbe, aber man hat irgendwie, es gibt schon so verhärtete Fronten und man bringt vielleicht ein gewisses Misstrauen schon gegenüber dem anderen mit an den Tisch und ich glaube, das hat diesen gesellschaftlichen Konflikt ganz gut abgebildet und man hat es aber tatsächlich geschafft, sozusagen sich über diese Kommunikationsebene und diese Kommunikationsbarriere hinwegzusetzen und am Ende eben sich tatsächlich auch über Inhalte zu verständigen und das war, also wie gesagt, ich habe nur das Ende mitbekommen und dann von Erzählungen gehört, aber das war wohl sehr intensiv und sehr aufreibend und sehr emotional und am Anfang auch sehr, ja, konfliktsrechtig und am Ende sind die Leute mit einem positiven Gefühl rausgegangen und haben ein größeres Verständnis für die andere Seite, für die andere Meinung mitgenommen. David. Da muss ich noch mal kurz einhaken, Maria. Also ich saß die gesamte Zeit in diesem Workshop und noch mal vorneweg, also die Aktivisten, Aktivistinnen würde ich behaupten, hatten keinen geringen Wissensstand, sondern eigentlich haben sie einen relativ hohen mitgebracht. Sie haben sehr viele Emotionen mitgebracht, das ist auf jeden Fall klar, aber sie waren auch sehr gut informiert, jetzt nicht tief in allen geologischen Themen, aber was die Gesetze angeht. Sie sind mit einer Agenda gekommen, haben ganz klare Kritikpunkte geäußert und ich persönlich habe das auch als wertvoll und bereichernd für diese ganze Veranstaltung empfunden. Warum? War das produktiv, sich darüber auseinanderzusetzen oder war es die Zusatzinformationen oder was war das? Was war der Wert? Durchaus. Also ich glaube, wie gesagt, ich bin auch ein bisschen kritisch angereist, weil ich mir gedacht habe, eben zu diesem Hashtag Dein Endlager, so was soll mir hier jetzt in die Schuhe geschoben werden oder so. Ich war selbst auch ein bisschen kritisch und ich glaube, dass es einfach, dass es wichtig ist, diese Sachen ehrlich zu betrachten und nicht versuchen, ihnen falsche Stempel aufzudrücken, sondern einfach ehrlich darüber zu kommunizieren, was passiert, was nicht passiert. Ein großer Kritikpunkt der Aktivisten, Aktivistinnen war die Differenzierung von Partizipation und Information, weil sie sagten, wie ich finde, teilweise zu Recht, dass es sich oft weniger um Partizipation handelt und mehr um Information der Bürger. Worauf ich jetzt aber eigentlich hinaus wollte, ich glaube, wir sind schon recht fortgeschritten in der Zeit auch, wenn ich richtig bin. Wir haben noch Zeit. Meinungsverschiedenheiten war die eigentliche Frage. Genau. Ehrlich gesagt, ist mir während des Workshops klar geworden, dass es gar nicht so viele Meinungsverschiedenheiten gibt und dass es ehrlich gesagt auch gar nicht so viele Meinungsverschiedenheiten geben kann, weil ich glaube, keiner kann hier sagen, ich glaube, es gibt keinen hochradioaktiven Müll. Das ist einfach ein Faktum, dass der existiert und dass der irgendwo hin muss. Und während des Workshops, während des kritischen Workshops mit den UNEPA-Leuten, hat sich herausgestellt, wir haben uns oft irgendwie gegen das Schienbein getreten aus emotionalen Gründen und die Köpfe eingeschlagen und haben dann immer wieder versucht, zurückzukommen auf eine wissenschaftliche Diskussionsbasis und am Ende vielleicht als kleine Geschichte habe ich gedacht, okay, jetzt kriege ich sie vielleicht mit einer Frage, wenn es euch um Partizipation geht. Ich persönlich finde es gut, dass es in diesem Prozess am Ende kein Vetorecht der Bürger und Bürgerinnen gibt. Und dann meinte einer der Aktivisten, meinte, ja, das finde ich auch gut. Das sollte auf wissenschaftlicher Basis beschlossen werden und das war es. Und das war für mich so ausschlaggebend zu sagen, ja, okay, hey, eigentlich sitzen wir einfach im gleichen Boot. Eigentlich wollen wir dasselbe und wenn wir es schaffen, die Emotionen ein bisschen aus diesen Diskussionen rauszunehmen, dann können wir vielleicht sogar schaffen, dass jeder sich ein Paddel nimmt und in die richtige Richtung rudert und das wäre schön. Also was ich so rausführe, die Obfrage wurde nicht kritisch diskutiert nach dem Motto Bedarf, dass wir ein Endlager brauchen, da wart ihr euch einig? Alle Leute, die teilgenommen haben, waren sich in dieser Frage, soweit ich weiß, einig. Danke. Klaus, hast du auch irgendwelche Meinungsverschiedenheit erlebt? Diese Geschichte müssen wir jetzt nicht noch breiter treten, aber vielleicht gab es ja noch andere Punkte. Ja, so erstmal kann ich mich da nur anschließen, dass das eigentlich ein sehr reibungsloses Wochenende war, wo wir wirklich sachlich miteinander diskutiert haben und ich mir das auch, wenn ich mal einen Wunsch anschließen darf, auch für andere solche Diskussionen in Umweltaspekten wünsche, wie zum Beispiel auch bei Fridays for Future diskutiert wird, dass das nicht zu sehr immer auf die emotionale Ebene rutscht, sondern dass wir das sachlich ausdiskutieren von allen Seiten. Aber zu dem Aspekt wurde ja jetzt schon einiges gesagt. Ein anderes Thema war, was ich halt auch schön fand, dass wir dann auch ein bisschen über den Tellerrand hinausgeguckt haben und jetzt in Sachen Endlager jetzt nicht nur, was jetzt schon fest diskutiert wird, wir hatten Endlager an sich diskutieren, sondern halt auch mal so ein bisschen fantasievoll rumgesponnen haben und uns auch über andere Möglichkeiten unterhalten haben, wie kann man die Sachen vielleicht einfach auf den Mond schießen? Und kann man? Man könnte es, aber ist jetzt die Frage, ob wir das so wollen, wenn wir wissen, was alles um unsere Erde so rumherum schwebt und Raketen sind jetzt auch nicht die sichersten Beförderungsmittel. Da gab es schon mal Unfälle, ja. Okay, also ein paar Risiken, aber gesagt haben wir, das lassen wir lieber bleiben. War das denn jetzt, weil du sagst so, die Form, die Sachlichkeit hast du betont, waren da auch noch andere Aspekte, also die Art und Weise, wie ihr miteinander diskutiert habt, war das auch eine Rolle gespielt? Also kleinere Gruppen oder irgendwelche Gruppentechniken, Moderationen oder Visualisierung, was spielt denn eine Rolle dafür, dass du sagst, das war von der Form her gut? Ja genau, wir haben halt auch verschiedene Kommunikationstechniken ausprobiert und drüber geredet, also dass wir über, einmal über halt Formate im Internet gesprochen haben, es wurden Videos erstellt, oder was man auch eben Einspieler eben gesehen hat, dass das auch künstlerisch festgehalten worden ist und das sind halt auch, denke ich, alles gute Möglichkeiten, dass mit denen dann die jüngere Generation auch angesprochen wird. Lass uns mal zum Schluss in der Runde so ein bisschen den Blick nach vorne richten, bei dem Thema ja unabdingbar. Also so die Fragestellung ist ja, nachdem ihr das erlebt habt, was wünscht ihr euch jetzt eigentlich für die Zukunft dieser Debatte und des Fortgangs der Endlagersuche? Wer möchte denn als Erste oder Erster? Maria. Zu allererst, ich würde mir wünschen, dass dieses Format mit jungen Leuten beibehalten wird, also dass das fortgeführt wird. Das war auch gefühlt ein Konsens am Ende des Wochenendes, dass die Leute gesagt haben, das war für sie unglaublich bereichernd. Manche gesagt haben, ich habe jetzt genug Vertrauen in das Verfahren, dass ich sozusagen jetzt für mich sage, okay, mich interessiert das Thema, aber ich muss mich jetzt hier nicht irgendwie aktivistisch einbringen. Manche aber auch gesagt haben, doch, das hat mich jetzt so gepackt, ich will jetzt hier weiter dranbleiben und ich will, dass es noch mehr Formate gibt und was ich schön fand, war, dass bei der Veranstaltung man wirklich das Gefühl hatte als junger Mensch, also die Meinung junger Menschen ist hier erwünscht. Man versucht auch die Kompetenzen und das, was junge Leute mitbringen können, auch einfach an Wissen, an Knowledge abzugreifen und zu nutzen und auch wirklich ernst zu nehmen und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass die junge Generation in dem weiteren Prozess nicht vergessen wird, weil ich glaube, sie können auch alle von uns ganz viel lernen, ob es nun zum Beispiel um Kommunikation geht, wir sind Digital Natives, wir sind mit Social Media und so weiter aufgewachsen. Das ist, was gestern in dem Vortrag über Öffentlichkeit gebracht wurde, das war für mich zumindest keine Überraschung, das war mir schon klar und ich glaube, Was Herr Hill ja am Anfang gesagt hat? Ja, genau. Kino 2, ne? Genau. Und das ist, glaube ich, für viele junge Leute schon völlig klar und für uns kein Aha, okay, man muss also aufpassen, wie man kommuniziert und worüber kommuniziert und Emotionen wiegen wichtiger als Informationen in Social Media und so weiter. Das ist, glaube ich, für junge Leute keine große Überraschung und ich glaube, was unser Vorteil ist, wir sind die erste Generation, die die Tschernobyl nur aus Erzählungen kennt, die damit sozusagen mit diesem emotionalen Ballast nicht groß geworden ist. Wir sind die erste Generation, für die Ost und West fast keine Rolle mehr spielt, weil wer da wem, wo, was irgendwie im Prozess des Lagers zu nah an die Grenze gebaut hat oder wie auch immer, was da alles schiefgelaufen ist, das kennen wir nicht. Wir sind sozusagen ein bisschen unvorbelasteter und ich glaube, ja, wir haben das Potenzial, sachlich, sachlich her, vielleicht damit umzugehen oder unvorbelasteter und einfach auf das Verfahren zu gucken und zu sehen, überzeugt uns das oder überzeugt uns das nicht. Sind sie ehrlich mit uns oder fühlen wir uns veräppelt? Und ich glaube, ja, da können auch alle Anwesenden hier noch viel von den jungen Leuten lernen und immerhin sind wir diejenigen, die damit am längsten leben müssen. Ohne Zweifel. Ich habe eine Rückfrage, weil mir das nicht ganz klar geworden ist, also Austausch fortsetzen mit immer wieder anderen jungen Leuten oder mit der gleichen Gruppe. Da war mir nicht so ganz klar, was du dir wünschen würdest. Also ich glaube auf jeden Fall, die Leute, die jungen Leute, die erreicht werden, also es müssen mehr werden, weil ich meine, wir waren da 60, das ist jetzt auf die bundesdeutsche Bevölkerung gerechnet und wirklich nicht viele, wie ich vorhin schon gesagt habe. Wir waren auch sehr Akademiker-lastig. Da muss man sicherlich auch gucken, dass es diversifizierter wird. Also auf jeden Fall mehr junge Leute auch einbinden, vielleicht auch in anderen, also es muss nicht immer dieselbe Gruppe sein, aber ich glaube auch, dass die Leute, die einmal zu so einer Veranstaltung gegangen sind, können auch als Multiplikatoren wirken, die dann eben auch ihren Freunden sagen, hey, das ist ein wichtiges Thema, setz dich mal damit auseinander, die vielleicht auch dann ihre Berufswahl in die Richtung treffen, weil sie sagen, ich will mich weiter damit beschäftigen, die ihr Studium danach wählen, ihre Ausbildung danach wählen, genau, und die vielleicht auch sich dann politisch dazu engagieren oder zivilgesellschaftlich. Also ich bin einfach dafür, dass das Format weiterbehalten wird, dass man dem weiter eine Chance gibt und das nicht so als Experiment sozusagen unter den Teppich kehrt, ach, das waren jetzt ganz nette Ergebnisse und jetzt fühlt sich die junge Generation abgeholt. Hast du die Sorge? Ich weiß es nicht so richtig. Also ich muss sagen, ich bin mit einem sehr positiven Gefühl aus diesem Workshop rausgegangen, aber wenn man sich eben auch anschaut, dass zum Beispiel, was ich gestern so mitbekommen habe, die Zukunft des NBG jetzt gerade in den nächsten Wochen und Monaten so ein bisschen schwierig ist und man es schon nicht hinbekommt, diese tatsächlichen Kernakteure aufrecht zu erhalten oder mitzunehmen in diesem Prozess, dann frage ich mich schon, ob es auch möglich ist, dass man vielleicht die jungen Leute irgendwann vergisst, weil man schon eigentlich die Akteure, die an den Tisch müssen, schon vergisst. Ich verweise auf den Reflexionsworkshop, den wir nachher haben, wo man das Thema vertiefen könnte, wenn der Bedarf besteht. Danke dir, Maria. Ja, von euch möchte als Nächster Wünsche für die zukünftige Behandlung des Themas. Ja, erstmal kann ich mich da nur anschließen, dass wir dort uns auf jeden Fall weiter so einen Dialog wünschen. Ein anderer Punkt ist noch und da werden sich die Akteure sicherlich freuen, dass unsere Generation da auch sehr wissensdurstig ist und wir uns auch wünschen, dass sich da jetzt nicht zu schnell und zu leicht aus der Ruhe gebracht, dass sie sich da nicht zu leicht aus der Ruhe bringen lassen, sondern dass auch dort dran weiter geforscht wird, weil vielleicht gibt es ja noch irgendwelche Verbesserungs, Verfeinerungsmöglichkeiten, die uns da wirklich weiterbringen können und gerade auf dem Workshop hat man auch gemerkt, dass dort auch noch unheimlich viele inhaltliche Fragen auch Richtung der Forschung sind. Am liebsten hätten wir da jetzt auch noch einen Kernphysiker gehabt, der uns da noch inhaltliche Fragen beantwortet hätte. Gibt es nicht mehr so viele, glaube ich. Das mag sein, aber einen hätte man sicherlich auftreiben können. Ja, also das war so ein Hauptanliegen noch, was auch am Ende des Workshops bei uns kommt. Mehr Informationen verbreiten, da gibt es eine Lücke. Das ist eine Kernbotschaft. Danke dir, Klaus. David, Erwartungen für die Zukunft? Meine Erwartungen für die Zukunft oder meine Hoffnungen und Wünsche sind vor allem in erster Linie eine offene und ehrliche Kommunikation. Ich glaube, wir haben hier staatliche Institutionen, die jetzt fast zum ersten Mal wahrscheinlich gefühlt in der Geschichte die Chance haben, nicht in einer trägen, hochviskosen Bürokratiesuppe unterzugehen, sondern die die Chance haben und wie wir auch gesehen haben an dem Workshop die Bereitschaft haben, etwas gut zu machen, etwas anders zu machen. Ich wünsche mir, dass das beibehalten wird und dass sie diesen Mut haben, diesen, wenn auch schweren Weg weiterzugehen oder wir gemeinsam es schaffen, den Weg weiterzugehen. Und eine Sache in der Kommunikation, die mir sehr, sehr wichtig ist, ist absolute Offenheit und Ehrlichkeit. und Begriffe, die gefallen sind, ein Endlager muss nicht attraktiv sein und es muss nicht cool sein und es muss auch nicht sexy sein. Das sind keine Attribute, mit denen ein gesund denkender Mensch Endlager beschreibt, ganz ehrlich. Ein Endlager muss sicher sein und selbst das können wir nicht gewährleisten, also wäre die ehrliche Kommunikation vielleicht, wir bauen ein Endlager so sicher, wie wir es können. Und das wäre für mich ein Ansatz, hinter den ich mich stellen würde. Ich will kein cooles Endlager, ich will auch kein sexy Endlager. Und als abschließenden Punkt ist es mir auch wichtig, dass es nicht mein Endlager ist, sondern dass es unser Endlager ist. So das Endlager von uns allen, von unseren Kindern, von unseren Kindeskindern und von ganz vielen Generationen, die hoffentlich noch folgen werden. Dankeschön. Okay, das war der Hinweis auf den nächsten Hashtag, ja. Hashtag unser Endlager. Okay. Ja, ich bedanke mich herzlich bei euch für Berichterstattung. Schön zu hören, dass es euch Spaß gemacht hat und dass ihr weiter dran bleibt. Vielen Dank, viel Erfolg. Zur Einführung habe ich folgende Dinge. Ich kann hier hochhalten, die frisch und draußen verfügbare Forschungsagenda überarbeitete Form, aktuelle Version des BFE, also draußen zu bekommen. Das Zweite, worauf ich hinweisen möchte, das ist der unübersehbare Feedbackbogen, der auf all ihren Plätzen liegt. BFE würde sich freuen, ihre Bewertungen mitnehmen zu können. Draußen gibt es dafür eine Box, aber Sie können es auch mir oder wie jemand anderem vom BFE in die Hand drucken, kommt schon nicht weg. So, zum weiteren Vorgehen. Wir haben jetzt noch zwei Dinge zu tun. Das eine ist eine kurze Berichterstattung aus den parallelen Foren und das Zweite ist ein Ausblick der drei Organisationen BFE, NBG, BGE auf die Frage, wie geht es denn weiter im nächsten Jahr. Und wenn Sie sich das zeitlich vorstellen, für eine halbe Stunde, heißt das, die Berichte aus den Foren müssen sehr kurz sein. Das heißt, wir haben vier Berichte und das Brutale daran ist, damit das hinhaut, heißt es, Sie haben höchstens vier Minuten für jede Präsentation. Ich gucke auf die Uhr und rücke Ihnen auf die Pelle, wenn das nicht funktioniert. Ich nehme hier mal ein anderes Mikro für die erste Präsentation. Wir machen jetzt der Reihenfolge, wie Sie im Programm auch ausgewiesen sind. Das heißt, Herr Hagedorn, ja, so müsste es eigentlich funktionieren, Herr Hagedorn fängt mit, wie ich sehe, Hausaufgaben an. Hans. Ja, wir haben in einem Parforsritt die Arbeit des NBGs der letzten drei Jahre diskutiert und reflektiert. Und die Gesamtdokumentation erspare ich Ihnen die Kernpunkte, die wir herausgefunden haben. Grundsätzlich war eine große Einigkeit darin, das Format an sich war neu, aber es hat sich bewährt. Der große Hinkefuß, wir müssen die Politik mit unseren Vorschlägen, unseren guten Vorschlägen noch besser erreichen. Das hat in den letzten drei Jahren noch nicht ausreichend gut funktioniert. Und da haben wir natürlich lange darüber diskutiert, wie kann das funktionieren? Wie erreichen wir die Politik besser mit den Vorschlägen? Da war ein Punkt, wir haben eine sehr komplexe Materie und manchmal ist das NBG vielleicht dahin gegangen, das bessere BFE, die bessere BGE sein zu wollen. Da wurde gesagt, nein, wir müssen eigentlich in dieser Komplexität mehr zuspitzen, wir müssen die Themen finden, auf die wir uns wirklich fokussieren. Ein weiterer Punkt war, die unabhängige Wissenschaft organisieren. Das NBG hat Gutachten vergeben, hat viele Punkte hinterfragen können, auf wissenschaftlichen Wege auch, aber die Augenhöhe zwischen den hauptamtlich Arbeitenden und den ehrenamtlich Arbeitenden in der Zivilgesellschaft ist noch nicht gut überbrückt worden. Hier muss das NBG Wege finden, wie es diese Säule einer unabhängigen Wissenschaft besser etabliert. Ein weiterer Punkt, wie man besser mit den Vorschlägen durchkommt, ist die öffentliche Wahrnehmung zu profilieren. Es wurde gesagt, es war sehr gut, dass Herr Töpfer im Gremium war, dadurch kam diese öffentliche Wahrnehmung auch hin. Das NBG muss Wege finden, auch ohne Herrn Töpfer, jetzt in der Öffentlichkeit mit einem Profil wahrgenommen zu werden. Und in der Zukunft wird es weitere Akteure geben, es wird die Teilgebiete geben, das heißt, der Auftrag an das neue NBG ist auch, noch stärker in die Regionen reinzugehen, sich den Regionen zu öffnen und nicht als Teil des staatlichen Apparats wahrgenommen zu werden, sondern auch als Ansprechpartner für diese Regionen. Und nicht zuletzt bleibt der Spagat dazwischen, manchmal muss man Partei ergreifen, manchmal muss man unabhängig bleiben. Das ist keine Frage, die man pauschal beantworten kann, sondern in diesem Spannungsfeld zwischen Partei und Unabhängigkeit wird das NBG auch in Zukunft arbeiten müssen. Eine Frage von mir, weil du noch eine Minute hast, gab es Konflikte? Ich bin ja der Konfliktmanager, von daher sehe ich überall Konflikte. Natürlich war der Konflikt auch darin in der Bewertung, wie gut haben die anderen Institutionen auf die Empfehlungen des NBGs, wie gut sind die eingegangen. Da war die eine Meinung, das ist schon gut gelaufen, da kann man nur noch besser werden. Andere haben gesagt, das war eine totale Niete, da ist überhaupt nichts übergekommen. Das ist, glaube ich, nicht nur eine Wahrnehmungsfrage, sondern das ist vor allem auch eine Frage, wie dokumentiert man sowas und wie wird das öffentlich sichtbar, dass die Empfehlungen des NBG auch ankommen. Weil nicht nur in den einzelnen Diskussionsprozessen, also viel Arbeit des NBG ist ja auch unsichtbar wirksam durch den ständigen Austausch mit den verschiedenen Institutionen. Und manchmal ist das vielleicht auch der erfolgreichere Weg, aber manchmal braucht man eben auch einfach den Punkt, den man macht, damit auch gezeigt werden kann, das NBG hat Wirkung. Danke, Hans. Machen wir weiter. Zweite in der Reihenfolge war die Diskussion zu der Arbeit des BGE. Herr Karnitz. Vier Minuten. Vielen Dank. Also irgendwann müssen wir das nochmal hinkriegen mit dem BFE, die BGE, der BGE, das Amt, die Gesellschaft, aber das kriegen wir irgendwann, kriegen wir das noch hin. Genau, also wir sind die Gesellschaft, das ist kein Problem. Wir hatten bei uns im Forum einen Bericht aus dem Maschinenraum der BGE. also unserer täglichen Arbeit, die wir im Moment machen und was mich sehr hoffnungsfroh stimmt und zeigt, dass wir Schritte weiterkommen, ist, dass wir vor einem Jahr sehr intensiv über die Ausschlusskriterien diskutiert haben und das ist ja auch im Gesetz richtig, weil es eben die ersten Kriterien sind, die wir anwenden und wir heute eigentlich schwerpunktmäßig über die Abwägungskriterien diskutiert haben, eben der dritten Kategorie, die hin zum Zwischenbericht Teilgebiete führt und da hat es in der Tat eine sehr intensive Diskussion gegeben und ganz, ganz viele Nachfragen, die sich insbesondere um die Frage der Nachvollziehbarkeit drehten und da war eben die große Frage, wie gelingt es eigentlich, das Wissen, das in den Köpfen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der BGE vorherrscht, über die Abwägungssystematik öffentlich nachvollziehbar zu machen. Es wurde gesprochen über Punktesysteme, über Algorithmus. Wir haben darauf hingewiesen, dass wir verbal argumentativ und rein verbal argumentativ vorgehen in diesem Schritt und diese Abwägungssystematik auch rein verbal argumentativ niederlegen, darlegen, aber es ist eben wichtig, dass öffentlich nachvollziehbar dokumentiert wird, wie diese Abwägung funktioniert und das ist das, was wir für uns eben als großen Punkt mitgenommen haben und Sie sehen das hier rechts zwar klein geschrieben, aber das ist eben in der Tat um diese Stichworte ging, der verbal argumentativen Abwägung, wie können wir das eigentlich nachvollziehbar machen, welche Bewertungsmaßstäbe gibt es? Gibt es einheitliche Bewertungsmaßstäbe? Das waren die ganz großen Themen. Es ging nochmal um die Frage unseres Forschungsprojektes RESUS, ob und inwiefern das auch schon in die Abwägungssystematik einfließt. Das ist ja ein Forschungsprojekt, was wir insbesondere für die nächste Phase gestartet haben, aber die ersten Ergebnisse liegen in Kürze vor und der Wunsch, der hier sehr ausdrücklich auch nochmal geäußert war, dass wir diese Berichte auch sukzessive, diese Forschungsberichte auch sukzessive veröffentlichen, sodass man sich da jetzt schon drauf vorbereiten kann. Also summa summarum stelle ich fest, wir sind eben in der Tat schon viel weiter als noch vor einem Jahr, wo wir sehr allgemein gesprochen haben über die Ausschusskriterien. Das haben wir heute auch gemacht, insbesondere um das Ausschusskriterium Bohrungen. Darüber haben wir gesprochen und die Frage des Sicherheitsabstandes. Ist das eigentlich ein allgemein verbindlicher Sicherheitsabstand von 25 Meter Radius, den wir jetzt festgelegt haben? Wie sind wir eigentlich dazu gekommen? Und diese Fragen, die sind noch diskutiert worden, aber schwerpunktmäßig ging es insbesondere um die Abwägungskriterien. Das zeigt eben in der Tat, dass wir in dem Prozess schon ziemlich weit fortgeschritten sind und insofern jetzt auch schon, ja, wenn es um den Maschinenraum geht, auf sehr konkrete Ergebnisse verweisen können und auch müssen. Und insofern ist ein großer Wunsch natürlich nach Transparenz gibt und Nachvollziehbarkeit. Wie seid ihr als BGE eigentlich zu euren Entscheidungen und Abwägungssystematiken gekommen? Und das war es schon. Eine Nachfrage, Abwägungskriterien, wann wird das relevant? Wann werden Sie die einsetzen müssen? Ungefähr. Also die Systematik erarbeiten wir schon jetzt im Moment, das hat Herr Rüak ja gesagt, aber das wird im Laufe des nächsten Jahres passieren. Ach, da findet es schon statt. Okay, alles klar. Und dann habe ich noch mal überlegt, da wären ja beide aus Dortmund kommen, Herr Kahne. Jetzt hätte ich vielleicht sagen können, der BGE, Ihr Geschäftsführer. Ist okay. Oder dem sein BGE, Ihr Geschäftsführer. Oder so, wie wir im Rüge gesagt haben. Alles klar. Okay, prima. Okay, danke. So, das dritte Forum drehte sich um Populismus und Frau Janssen vom BFE wird berichten. Ja, wir als BFE haben ein Forum angeboten, in dem es darum ging, wie robust das Standortauswahlverfahren eigentlich ist gegenüber kurzfristigen politischen Trends und Populismus. Und das, was ich jetzt präsentieren werde, sind noch keine fertigen Ergebnisse, sondern das sind Botschaften, die ich aus der Diskussion mitgenommen habe und jetzt einmal hervorheben möchte. Zu Beginn, ich erkläre auch ein bisschen was zu dem, was wir gemacht haben in dem Forum. Es hat zuerst einen kurzen Impuls gegeben von Frau Albini so ein paar grundsätzliche Fragen in den Raum gestellt hat, wie zum Beispiel, was ist mit dem politischen Konsens, den wir haben zur Endlagersuche, wie stabil ist der eigentlich noch? Wie gehen wir mit Narrativen um, wie zum Beispiel, da fiel das Schlagwort Betrug, wie gehen wir mit Emotionen um und mit einfachen Wahrheiten? Daraufhin gab es einen Vortrag von Herrn Nicolaisen vom FAHRN, das ist die Fachstelle für Radikalisierungsprävention und Engagement im Umweltschutz und der hat uns einen kurzen Input dazu gegeben, wie sich rechtsextreme und populistische Parteien positionieren im Bereich Anti-AKW-Bewegung und er hat dann eigentlich gezeigt, dass es dort kein klares Bild gibt. Also es gibt Parteien, die sich ganz klar gegen Atomkraft positionieren, aber es gibt eben auch andere, wie zum Beispiel die AfD, die das nicht tun. Und wir haben uns dann gefragt, was macht das mit der Endlagersuche? Also gibt es da schon Positionierung? Und auch dort wurde deutlich, die gibt es noch nicht so klar. Und das könnte möglicherweise ein Window of Opportunity sein, also dass Positionen momentan noch nicht existieren. Die Debatte ging dann aber auch weiter und wurde gesagt, naja gut, wir fokussieren jetzt hier so auf die Rechte. Populismus, das ist doch eigentlich viel mehr als das. Also wir sollten den Fokus größer machen. Populismus geht in alle Richtungen und vor allen Dingen ist er auch international und vielleicht auch schon hier mitten unter uns, auch in unseren Debatten schon vorhanden. Und wir sollten deshalb auch sensibel dafür sein und gegebenenfalls auch fachlich reagieren. Ein weiteres Grundproblem wurde angesprochen, dass in unserer heutigen Gesellschaft die Demokratie als Ganzes angezweifelt wird und dass Menschen halt in einer gewissen Blase leben oft und die Frage ist, beim Thema Endlager, wo die Menschen gerade vielleicht noch gar nicht den Zugang zu haben, wie kommt man in diese Blase hinein? Und dann sind wir eingestiegen in die Debatte, macht man das jetzt mit Emotionen oder macht man es mit Fakten? Wir haben dann noch keine klare Antwort zu gefunden, weil es gab schon auch Menschen bei uns in der Gruppe, die gesagt haben, naja, so ganz ohne Emotionen wird es wohl nicht gehen, aber am Ende zählen die Fakten. Es zählt die Nachvollziehbarkeit und es zählt die Wissenschaftlichkeit. Dann wurde auch noch mal der Vorschlag aufgegriffen von Herrn Meister von gestern, dass man ja zum Beispiel ein Register einführen könnte, wo man die eigenen Fehler eingesteht und den Umgang damit. Aber dazu gehört eben auch die Dokumentation von Hinweisen, Anregungen, die man bekommt aus der Öffentlichkeit und wie man damit umgegangen ist. Dabei würde ich es jetzt belassen. Danke, Frau Janssen. Ja, das passt. Vielen Dank. Dann komme ich zum Letzten. Das war ja das offene Forum zum Thema Transmutation. Herr Bautz vom BFE hatte die Moderation übernommen und wird Ihnen die Ergebnisse jetzt vorstellen. Bitte schön. Ja, danke, Herr Klaus. Ja, wie gesagt, wir hatten dieses offene Forum angeboten. Das war das Thema, um das es ging. Die Verfasser der Studie beziehungsweise Herr Lewitz, der das ja angeregt hatte, haben am Anfang kurz vorgestellt, worum es in dieser Studie geht. Eben um eine, also die Verfasser der Studie sagen, sie könnten mit ihrem Dual-Flut-Reaktor zu einer Reduktion des Abfallvolumens beitragen. Das würde, wenn man nur über Partitionierung redet, würde zu einer Verkleinerung des Endlagers auf circa 50 oder 20 Prozent führen, würde man sozusagen noch Transmutation dahinter schalten. So die Aussage der Studie, könnte man zu einer weiteren Reduktion bis gegen Null kommen. Das waren so die zentralen Aussagen und das Prinzip, das dahinter steckt, aus Sicht der Autoren, wäre Wiederverwendung vor Wiederverwertung vor Entsorgung. In der Diskussion wurden dann natürlich entsprechend Fragen gestellt. Es handelt sich um eine Studie, das ist weder bisher realisiert noch erprobt, dieser Reaktor. Es wird, wenn man über Partitionierung redet, es wird weiterhin ein Endlager notwendig sein. Es bedeutet natürlich auch, da es sich um Leistungsreaktoren handelt, um einen Wiedereinstieg in die Kernenergie. Das heißt, dafür wäre gesellschaftliche Akzeptanz erforderlich. Es wäre weiterhin eine Zwischenlagerung für einen sehr langen Zeitraum notwendig, wobei jetzt da auch in der Diskussion kamen dann sehr unterschiedliche Aspekte, wie lang dieser Zeitraum sein muss. Und für diese Zwischenlagerung müsste natürlich auch die Sicherheit gewährleistet werden. Es geht um Störfallsicherheit, es geht um Safeguards, es geht um Sicherung dieser Anlagen. All das müsste nachgewiesen werden. Es gibt also jetzt keine Untersuchungen dazu. Das wäre die Betreiberverantwortung, wenn jemand so eine Anlage betreibt. Und ein Endlagerkonzept für den Restabfall müsste noch entwickelt werden. Und ein ganz grundsätzlicher Punkt ist natürlich der, dass dieser Ansatz sozusagen nicht der aktuellen Gesetzeslage entspricht. Und darüber, über diese Fragen haben wir in der Gruppe diskutiert. Ja, das war jetzt wirklich der Turbo, Herr Barotz. Wie viele Leute haben da jetzt teilgenommen? Weil das war ja am Anfang ein bisschen spärlich. Ich würde sagen, um die zehn. Ich habe es ehrlich gesagt nicht gezählt, aber ich glaube, zehn passt ungefähr. Ja, zehn, ja. Ja, und gab es eine Auseinandersetzung um das Thema oder waren Sie sich in den Kernpunkten, die Sie geschildert haben, einig? Also es gab sicherlich unterschiedliche Interpretationen von einzelnen Punkten. Es war eine sachliche Diskussion, teilweise sehr detailliert dann unter den Fachleuten, zu denen ich mich jetzt bei Kernphysik nicht zähle. aber insgesamt sozusagen, dass all diese Fragekomplexe, das ist glaube ich etwas, was auch in der Gruppe sozusagen, dass das Fragen sind, die sich daraus ergeben. Ich glaube, das war, da bestand Einigkeit. Ja, dann sage ich schönen Dank an die Berichterstatterinnen. Ja, geben Sie mir das Mikrofon zurück. Danke. Danke. Man muss das gerade an die Seite schieben und dann haben wir den Abschluss. Danke, Frau Jansen. Hier vorne bitte mit den drei Vertreterinnen der Organisationen BFE, BGE, jetzt ohne Artikel und NBG. Bitte schön. Herr Frau Schröers, Herr Karnitz und Herr König nehme ich an. Kommen Sie einfach alle schon nach vorne. Ja, ja, wir machen das sozusagen hier miteinander. Haben Sie ein Mikro. So, die Botschaft ist ja jetzt zu sagen, okay, was bedeutet die Situation, die Veranstaltung und was ist der Blick aufs nächste Jahr? Ungefähr in diese Richtung nach dem Motto, gibt es da ein Programm, gibt es was, was Sie mitnehmen? Frau Schröers, ich frage bei Ihnen. Sorry, Vorstellung. Ich kenne Sie schon so länger, dass ich darauf gerade verzichtet habe, das ist natürlich ungehörig. Für diejenigen, die Sie nicht kennen, Frau Schröers ist eine der beiden Vorsitzenden des Nationalen Begleitgremiums. Ich habe gerade im Nebensatz gehört, Herr Töpfer scheidet aus, aber das können Sie vielleicht besser erläutern als ich. Ja, ich möchte zum Ersten eigentlich Herr König bedanken, weil ich glaube, dass die Veranstaltung hat sich gelohnt. Man merkt, dass es ist ein viel offener und mit einer ganz anderen Stimmung als bei der letzten Statuskonferenz, dass ich glaube, es ist ein Zeichen, dass ein lernender Prozess in Bewegung ist und ich finde das sehr gut. Und ich möchte auch kurz sagen, dass ich dachte, dass das die, das, der Gespräch war eigentlich für mich gemacht, weil es ist für mich unmöglich mit die, das und der und ich fand es gut, dass es war nicht nur Sie, aber naja, wir wissen alle, dass sich Probleme damit haben. Und ich möchte auch am Anfang sagen, ich bedanke auch die Zivilgesellschaft, die hier sitzt, weil etwas, was mir am wichtigsten eigentlich ist, dass Sie präsent sind und dass Sie Ihre Meinung außen, weil es ist eigentlich das, was ein sehr großer Teil das Arbeit, das Nationalbegleitgremium ist, zu lernen, zu hören und zu wissen, was ist für Sie wichtig. Und ich glaube, wir haben das zum Teil hier sehen können, obwohl, da ist natürlich immer noch ein bisschen Kritik, ich habe auch ein E-Mail von einem fehlenden Nationalbegleitgremium-Mitglied, Lukas Fachtan bekommen zum Beispiel, er hätte gerne eigentlich die Parallelsessions zuhören können und das war Long Distance nicht möglich gewesen, nur was man hier in das Raum hat, aber wir haben zumindest die kürze Darstellung bekommen. Wie geht es weiter mit dem Nationalbegleitgremium? Darüber haben wir schon ein bisschen gesprochen. Ich möchte zuerst für Klaus Topfer sagen, ich bedauere, dass er hier nicht sein könnte. Sein Herz liegt bei diesem Thema. Klaus Topfer hat natürlich mit seiner Arbeit direkt nach dem Tschernobyl-Unglück der Thema Ausstieg aus dem Kernenergie zum Herz genommen. Er ist bei diesem Thema Entlagerung lange ein sehr wichtiger Sprecher gewesen. Ich glaube, er wird das auch bleiben, aber Klaus Topfer ist auch, ich sage mal, ein bisschen älter als die meisten, die noch so im Amt sind und er hat sich entschieden, er möchte aussteigen. Und es hat nichts zu tun mit der Wichtigkeit, das Thema für ihn, es hat zu tun mit seinem persönlichen, vielleicht möchte man auch ein bisschen anders fokussiert sein in die Rente. Ruhestand habe ich gelernt, eigentlich ist die richtige Worte. Obwohl er ist nicht tatsächlich in der Ruhestand, das kann man ihm nicht zumuten. Ich möchte auch nur kurz sagen, dass das Nationalbegleitgremium, das Amtphase, ist jetzt zum Ende. Das bedeutet, dass ich lege meine Stelle als Vorsitzende, Co-Vorsitzende niedrig und wir müssen sehen, was in der nächste Rat sich entwickelt. Wir wissen, dass ein paar von uns uns bereit erklärt haben, weiter zu arbeiten. Darf ich die Namen benennen oder nicht? Ja, okay. Wir sind transparent. Das ist Monika Müller, die gerade das gesagt hat, hat sich bereit erklärt, weiter zu mitwirken in das Nationalbegleitgremium, sowohl Armin Grunwald, der auch in der Entlagerkommission war, so wie Klaus Brunzmeier. Marion Drost ist noch dabei, weil sie ist seit eineinhalb Jahren in der Kommission. Manfred Sudendorf ist noch dabei, weil er ist auch noch eineinhalb Jahre dabei in der Kommission und Lukas Vachtan. Dann gibt es die Frage, was passiert mit den anderen, die in der Kommission sind. Hendrik Lambrecht hat natürlich schon vor mehreren Monaten sein Amt niedergelegt, weil es war zu viel Arbeit vor ihm neben seinem Hauptjob und er hat auch andere Kritik an das Prozess und auch das Arbeit des Nationalbegleitgremiums geäußert. Und dann haben wir die Frage, Bettina Gebel und Jorina Suko, steh mal kurz auf, die sind die zwei, wir haben gerade nachgefragt, wie benennen wir Bürgervertreterinnen oder Zufallbürger, ich sage mal Mitglied des Nationalbegleitgremiums, die stehen wieder zur Wahl als Bürgervertreterinnen, aber die Wahl findet in einer Woche am 23. statt und wir müssen sehen, was das Ergebnis dieser Wahl wird. Ich glaube, ich habe alle benannt und ich sehe schon hier dieses Signal, hold es kurz. wir hoffen, dass in kürzen, in den nächsten zwei Wochen eine Wiederbenennung stattfinden kann und dass das Arbeit des Nationalbegleitgremiums vorangetrieben werden kann und wenn nicht, dann sind die die Stimmen, sie müssen sich laut machen und ja, wir warten mal ab. Vielen Dank, Frau Schröers. Sie haben mich daran erinnert, ich habe etwas vergessen zu sagen. Ihr habt den Hinweis bekommen, als ich mit den jungen Leuten gesprochen habe über den Jugendworkshop, ist nicht deutlich geworden, dass das eine Initiative des Nationalen Begleitgremiums war, aber in Kooperation mit BGE und BFE stattgefunden hat. Das wollte ich nochmal nachtragen, also als Gemeinschaftsarbeit. So, jetzt aber zu Ihnen, Herr Garnitz, nach dem Motto, was nehmen Sie mit, was steht auf dem Programm? Zunächst einmal, dass diese Veranstaltung vom Format her sehr gelungen ist. Wir haben viel mehr Raum zur Diskussion gehabt. Ich glaube, das war wichtig und wir haben jetzt gerade in der letzten Runde bei uns in der AG1 nochmal festgestellt und im Forum 1, es hätte eigentlich noch viel länger gehen können, um über Methoden zu informieren und das ist in der Tat natürlich ein Problem, vor dem wir realistischerweise reden, wenn wir über Offenheit und Ehrlichkeit reden. Das ist ja ein richtiger und ein wichtiger Anspruch. Diese Informationsasymmetrie, die immer wieder deutlich wird zwischen denjenigen, die sich professionell damit befassen, einerseits und den vielen Bürgerinnen und Bürger, die sich auch interessieren für das Verfahren, die haben wir noch nicht aufgelöst und daran muss man, glaube ich, weiter arbeiten. Trotzdem, das Format an sich wirklich sehr gelungen. Das, glaube ich, war gut. Das, was ich von gestern mitgenommen habe, von diesem beeindruckenden Impulsreferat von Bischof Meister, verantwortlich handeln für die Zeit, in der man Verantwortung trägt, ist, finde ich, nochmal ein ganz wichtiger Appell an uns jetzt als BGE, das nehme ich mal für uns mit als Vorhabenträger. Wir haben einen klaren Gesetzesauftrag und der heißt, nach einem Endlager in tiefen geologischen Formationen, nach einem Standort dafür zu suchen, der die bestmögliche Sicherheit für lange Zeiträume garantiert und diesen Auftrag, den nehmen wir sehr ernst und deswegen ist es, finde ich, gut, wenn man parallel auch über weitere Entsorgungsmöglichkeiten nachdenkt, aber der gesetzliche Auftrag ist klar fixiert und den werden wir auch mit Hochdruck verfolgen und daran arbeiten, dass wir den auch zu einem guten ersten Abschluss, vorläufigen Abschluss bringen im nächsten Jahr. Das, was dafür notwendig ist, ist gerade genannt worden, Offenheit und Transparenz. Ich fand das gerade aus dem Jugendworkshop sehr beeindruckend, dass wir über die Dinge offen und ehrlich reden, die gehen und die, die auch nicht gehen. Die Anforderungen auch an uns als Vorhabenträger sind enorm und wir versuchen, die alle zu berücksichtigen und zu gewährleisten. Ich bin froh, dass wir das im Dialog mit Ihnen gemeinsam tun. Ich bin dankbar, dass wir die Länder an unserer Seite wissen. Das zeigt auch die große Teilnahme der staatlichen geologischen Dienste an dieser Veranstaltung. Das ist wichtig, dass man zwar die unterschiedlichen Rollen klar macht und sagt, für die Bewertung der Daten sind am Ende nicht die Länder zuständig, sondern dafür ist die BGE zuständig. Aber über die Frage der Methoden, über die Definition der Wirtsgesteine, sollten wir aus fachlichen Gesichtspunkten schon ein weitgehendes Einvernehmen erzielen, damit sichergestellt ist, dass dieser Konsens eben auch dauerhaft hält und dass er von verschiedenen Seiten unter Druck gerät und geraten ist. Das sehen wir allen Teilen und deswegen haben wir einen hohen fachlichen Anspruch an die Qualität unserer Arbeit. Wir können das nur dokumentieren, indem wir transparent sind. Das ist eine immerwährende Aufgabe, die wir am Ende werden vor allem gewährleisten können über das Geologie-Datengesetz, wo ich sehr guter Hoffnung bin, dass es jetzt auch sehr zeitnah auf die Schiene kommt. Das hören Sie von uns aber auch schon länger. Insofern ist es richtig, wenn wir uns parallel auch auf andere Mechanismen vorbereiten. Ich bin aber jetzt wirklich in der Tat guter Hoffnung, dass wir es bekommen und dann damit auch im nächsten Jahr diesem hohen Anspruch, Transparenz zu gewährleisten, Nachvollziehbarkeit unserer Entscheidungsfindung zu gewährleisten, über den Zugang zu den Daten, dass das auch gelingt. Also insofern, ich bedanke mich für diese Veranstaltung, für Ihre Teilnahme und für die Möglichkeit, unsere Arbeiten hier zu präsentieren. Dankeschön, Herr Karnitz. Weil es ja nicht mein Job sein kann, eine Veranstaltung in diesem Hause abzuschließen, mache ich das jetzt schon mal. Das letzte Wort muss der Präsident Wolfram König haben und ich darf mich bedanken für Ihre fachkundigen und sachlichen Beiträge zu dieser Diskussion. Damit haben Sie mir die Arbeit leicht gemacht. Vielen Dank. Schlusswort da, aber wie gesagt, nicht letzte Worte, aber Ausblick und Schlusswort Herr König. Dann möchte ich da direkt anknüpfen und möchte für die hervorragende Moderation durch Herrn Klaus danken. Ich glaube, er hat maßgeblich dazu beigetragen, dass diese beiden Tage uns alle einen tiefen Einblick geben konnten in die unterschiedlichen Positionierungen, ohne dass man sich gegeneinander profilieren musste. Meinen herzlichen Dank an dieser Stelle. Ich denke, für mich waren diese zwei Tage voll mit neuen Eindrücken. Es war geprägt von Wertschätzung. Es war geprägt für mich von dem, was wir uns erhofft haben, dass wir Räume bieten im Wortsinne, aber auch im übertragenen Sinne, in dem ein Austausch stattfinden kann in Kenntnis der unterschiedlichen Rollen, die wir zu spielen haben, in Kenntnis auch der Verantwortung, die wir für das Gesamtverfahren tragen. Es geht eben nicht nur um die Standortsuche, sondern es geht um die Frage, inwieweit es gelingen kann, zivilgesellschaftliche Prozesse, inwieweit es gelingen kann, das Engagement von Bürgerinnen und Bürgern so in politische Entscheidungen hineinzubringen, dass die Qualität der Entscheidungen besser wird und auch damit natürlich diese Entscheidungen anders gemeinsam getragen werden können, als es vielleicht in manchen anderen Dingen sonst passiert. Ich glaube, diese Verantwortung, dieser Verantwortung müssen wir uns immer bewusst sein. Wenn es uns nicht gelingt, dieses einmalige Projekt, diesen Schatz, wie ich ihn am Anfang genannt habe, des Standortauswahlgesetzes, über diese eigentliche Aufgabe hinaus zu tragen, dann haben wir etwas, glaube ich, falsch gemacht. Und dass dieses nicht nach einem fertigen Drehbuch geht, dass hier keine fertigen Konzepte sind, ist immer wieder deutlich geworden. Wir können unsere Arbeit nur erledigen, wenn alle Beteiligten sich der Aufgabe stellen, indem wir miteinander über die richtigen Wege, die daraus zu ziehen in Schlussfolgerung, uns auseinandersetzen, im Zweifelsfall auch richtig streiten. Und deswegen ist ein weiterer Punkt für uns ganz wichtig, wir werden weiterhin als BFE, und ich werde dafür werben, Positionen beziehen. Und mit diesen Positionen manchmal werden wir anecken, das sind wir auch in der Vergangenheit schon, manchmal ist es aber auch, glaube ich, notwendig, um die Rollen klar zu machen, in denen wir unterwegs sind. Als staatliche Institutionen haben wir im Vordergrund, und das ist sozusagen über alle Tätigkeiten zu schreiben, ist die Sicherheit. Die Sicherheit ist das, was uns zu tragen hat, eine Sicherheit, über die wir immer wieder auch uns auseinandersetzen müssen, ob die Konzepte, ob die Inhalte ausreichend sind, mit denen wir unterwegs sind, und alles andere hat sich dem unterzuordnen. Aber das, was sich dort unterzuordnen hat, ist eben in ganz unterschiedlicher Form auch zu gestalten und wie wir es derzeit versuchen, auf den Weg zu bringen gemeinsam, war für mich sehr beeindruckend, weil wir in den zwei Tagen das gemacht haben, was wir uns vorgenommen haben, nämlich von außen etwas zu reflektieren, hauptsächlich, und zuzuhören. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir in der Vergangenheit aufgrund der Hektik, in der wir unterwegs sind, aufgrund der Tatsache, dass wir uns alle drei Institutionen in Aufbausituationen befinden, manchmal zu kurz gekommen ist. Und das ist mir natürlich bei dem Beitrag von Herrn Meister sehr deutlich geworden, der uns, glaube ich, nochmal zurückgeführt hat auf das, was eigentlich unser Auftrag ist und nochmal daran erinnert hat, was eigentlich der Gesetzgeber und die Endlagerkommission im Kern hatte, nämlich zu gucken, wie können wir dieses Problem als gesellschaftlichen Prozess aufsetzen und in der Verantwortung gemeinschaftlich an einem Erfolg arbeiten. Es war eine ganz konkrete Empfehlung, die ich umsetzen werde, und das ist die Frage der klaren Kommunikation nach außen, wo wir Veränderungen vornehmen. Er hat das als Fehlerdokumentation genannt. Ich glaube, hier geht es darum, klarer zu dokumentieren, welche Anregungen werden aufgegriffen, welche Veränderungen sind notwendig. Ich habe vorhin gesagt, in der Arbeitsgruppe einen Teil kann man in den Ablauf der zwei Tage ablesen. Hier haben wir viele Anregungen, gerade aus dem NBG, auch bekommen, für Diskussionsräume zu öffnen, sich vorher stärker über das Format zur Verständigung und andere Dinge. Auch die Übertragung versuchen wir natürlich zukünftig auch aus den Foren zu organisieren. Aber ich bin sehr froh, dass es geglückt ist, übrigens mit massiver Unterstützung von Menschen, die hier teilweise im Raum sind, aber teilweise gar nicht sozusagen am Thema sich arbeiten, überhaupt die Räumlichkeiten fertigzustellen für diese Konferenz. Und es waren eigentlich die Begegnungen mit den Handwerkern in den letzten Tagen draußen, die teilweise am Wochenende und Nachts gearbeitet haben, damit wir hier diese Räumlichkeiten nutzen konnten. Dafür meinen herzlichen Dank von dieser Stelle auch an diejenigen, an die sonst wenig gedacht wird. Des Weiteren diese Debatte, die wir eingebracht haben aufgrund der Erfahrungen, die wir machen und die ich auch persönlich mache, wie robust ist nicht nur die Geologie, die wir suchen, sondern wie robust ist unser Vorgehen. Das glaube ich, darüber müssen wir uns immer wieder auseinandersetzen. Und wir haben eben ja gehört, dass gerade Emotionen eine ganz wesentliche Rolle auch spielen und dass allein Fakten, Wissenschaft es nicht lösen kann. Auch hier sind wir, glaube ich, gefordert, die Brücken zu bauen zwischen den Erkenntnisprozessen, dem Wissen, der Wissenschaft, der Technik und gesellschaftlichen Prozessen. Am Ende muss die Politik entscheiden. Und ich glaube, wir sind in einer Zeit, wo wir immer wieder auch darauf hinweisen sollten, welch hohes Gut die verfassungsrechtlichen Organe haben, die in ihrer Gewaltenteilung auch ihre Rollen zu spielen haben. Die Politik trägt die Verantwortung, am Ende zu sagen, ist das Gemeinwohl ausreichend gewährt oder gewährleistet oder nicht auch in diesem Prozess. Und deswegen ist es gut, dass der Gesetzgeber uns drei Gesetze mit auf den Weg gegeben hat, immer wieder dieses auch in das Parlament zurückzuspiegeln und nicht zu meinen, wir könnten im Elfenbeinturm einer Wissenschaft oder einer Behörde sowas ersetzen. Des Weiteren waren für mich natürlich heute Morgen die Jugendlichen von sozusagen einer erfreulichen Frische, die sie mit reinbringen. Ich glaube, auch hier sage ich nichts sozusagen Unabgestimmtes, wenn wir weiter dieses Format fortsetzen werden. Ich glaube, das ist selbstverständlich, dass wir Angebote schaffen werden, wobei auch hier natürlich auch die Trennung der unterschiedlichen Rollen von großer Bedeutung ist. Es ist das einzige Format, was wir zwischen Aufsichtsbehörde, zwischen dem Vorhabenträger und dem Nationalen Begleitgremium auf den Weg gebracht haben. Immer in Kenntnis, dass natürlich auch die Diskussion eine Rolle spielen kann, wie weit sind da die Trennungsgrundsätze noch sozusagen ausreichend gewährleistet. Aber ich glaube, das Ergebnis der ersten Konferenz hat gezeigt, dass wir auf einem guten Weg sind und dass die Jugendlichen oder junge Leute einfach durch solche Formate an das Thema überhaupt herangetragen werden kann. Und das, was natürlich im nächsten Jahr uns alle sozusagen berührt ist, wie schaffen wir es, diese erste Phase einer Öffentlichkeitsbeteiligung, die ja formal vorgesehen ist im Gesetz, das ist ja das erste formale Format, wie schaffen wir es, dieses zu nutzen, das Verständnis entsprechend breit aufzusetzen im Vorfeld, weil das ist uns klar, es sind die kommunalen Vertreter, die hier in besonderer Weise gefordert sind, es sind diejenigen, die wir mitnehmen müssen im Vorfeld, zu versuchen, eine Aufmerksamkeit zu erzeugen und wir alle sind uns einig, dass das, was wir bisher erreicht haben, nicht ausreichend ist. Nämlich dieses Thema ist nicht angekommen in einer breiteren gesellschaftlichen Gruppe. Wir müssen hier sozusagen richtig zulegen, um schon vor der Veröffentlichung auch noch ein zumindest Verständnis dafür zu sorgen, was sich dahinter verbirgt und welche Chancen und Möglichkeiten. Da sind wir noch auf der Suche nach den richtigen Methoden. Eins, was wir machen, ist eben die Kampagne, die schon mehrfach angesprochen worden ist. Aber ich glaube, hier sind wir sozusagen gefordert, mit dieses, auch diesen Schatz mit den Jugendlichen weiter voranzubringen und sie als Multipublikatoren zu nutzen. Das sind für mich sozusagen ganz wesentliche Momente gewesen. Neben den vielen Gesprächen, die ich führen durfte und die uns alle begleitet haben, kann ich nur sagen, es war für uns alle, was ich an Rückmeldungen bekommen habe, aus meiner sozusagen Reichweite ein erfolgreicher Tag. Ich möchte mich bedanken, auch für die positiven Rückmeldungen. Wir werden jedenfalls, und ich habe es Ihnen zugesagt, auch das NBG in seinen sozusagen Wirkmechanismen und Reichweiten deutlicher auch auf unserer Plattform entsprechend kenntlich machen. Sie haben viele Anregungen gegeben, die wir übernommen haben. Wir haben viele Anregungen nicht übernommen, das haben wir begründet, warum, in Respekt der unterschiedlichen Rollen. Auch dort geht es darum, klarer deutlich zu machen, das war ja eine Bitte, dass Sie mit Ihren Empfehlungen nicht nur in Abgrenzung, sondern auch in den Erfolgen sichtbarer werden. Ich glaube, das ist unserem gemeinsamen Interesse, auch dieses werden wir mitnehmen, mit vielen anderen Anregungen. Mir bleibt am Schluss nur noch, meinen herzlichen Dank zu sagen für Ihr Kommen. Ich habe mich sehr gefreut darüber, dass auch so viele, die sich die Zeit nehmen konnten, die Zeit sich genommen haben, die Zielgruppe war, und das möchte ich noch mal betonen und wird auch zukünftig sein für diese Statuskonferenz, die Fachöffentlichkeit mit klaren Öffnungen. Wir werden aber die zivilgesellschaftlichen Gruppen, die natürlich am Wochenende eher sozusagen auch mit natürlich Fragezeiten hinsichtlich ihrer familiären Situation und der Vielzahl der Veranstaltungen versuchen, ein Stück auch mitzunehmen wieder. Wir bieten hierfür das schon vorhin angesprochene Format an, am 25. Januar dort eine Bürgerinnenversammlung zu machen, die das Ziel hat, eben nicht nur diese Inhalte, die wir hier diskutiert haben, zu fokussieren, sondern auch aus diesen sozusagen Erkenntnisprozessen neue Angebote zu schaffen und natürlich unsere große Herausforderung mit vorzubereiten in der Darstellung, was uns erwartet im nächsten Jahr im dritten Quartal. Auch hier nehme ich mit, dass die Frage der bisherigen Beratungsleistungen und der Aufstellung nicht ausreichend ist. Wir werden noch mal zu diskutieren haben und ich werde es diskutieren, wie wir diese Beratungsgruppe um die Umweltverbände und Zivilgesellschaften erweitern können. Diese Kritik ist deutlich angekommen, auch sozusagen ein Teil des lernenden Systems und ich hoffe, wir kriegen in Kürze dann auch die Qualität hin, die sicherstellt, dass wir möglichst viele mit auf den Weg nehmen. Von daher meinen herzlichen Dank an Sie alle und meinen Dank und das möchte ich wirklich noch mal betonen an diejenigen, die das überhaupt ermöglicht haben, aus unserem Amt heraus. Es sind eine ganze Vielzahl von Helferer und Helferinnen, die Sie teilweise erlebt haben, aber eben im Hintergrund sind. Ihr habt das klasse gemacht. Vielen Dank. Vielen Dank.